Ein wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ist heute irgendwas anderes? Ich wusste gar nicht, dass ihr alle so viel Bock habt, dass ich hier Harry Potter spiele heute. Nein! Heute ist Zeit für WWE 2K23, Freunde. Das Game ist da, zumindest für alle Leute, die mehr Geld haben und sich die Extra-Editions gekauft haben. Ich habe mir gleich gesagt, komm, so kleine Editions, die bringen ja gar nichts. Ich kaufe mir gleich die Riesen-Edition einfach, die super Riesen-Edition. Dann kann ich nämlich auch das Spiel zocken. Und ja, das liegt heute also an. Wir zocken heute die ganze Zeit das neue WWE-Spiel. Wir haben einige neue Gesichter hier im Stream, also Hallöchen erstmal. Und ja, ich habe euch das heute in einem Video schon gezeigt, das Ding, für die Leute, die jetzt direkt außen, außer Arbeit quasi, in den Stream gehuscht sind und mein Video von heute noch nicht gesehen haben. 2K hat mir diese krasse Box hier geschickt mit einem Bild drin von eurem Lieblingswrestler. Und zwar diesem hier. Richtig cool auf jeden Fall. Ja, das ist nochmal eine Promotion-Geschichte hier. Auf jeden Fall sehr nette Idee, sehr coole Sache. Ich habe schon gesehen, Para hat auch so ein Ding bekommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, sehr coole Idee. Und ja, kann ich mir irgendwo hinstellen, hinhängen und so. Und geht klar. Jetzt geht es ja schon glab, okay. Und ja, das ist auf jeden Fall, das steht heute an. Wir werden heute schön WWE 2K23 zocken. Und das ist eine ganze feine Sache. Also ich habe Bock, ich habe das Spiel, ich habe es ja schon gezockt. Ich war vor einem Monat, vor zwei Monaten, anderthalb, war ich schon bei 2K in München und durfte das Spiel schon anzocken. Aber das war, da war es noch nicht ganz fertig. Es war zwar schon viel zu sehen, aber noch nicht alles. Und heute ist aber alles schön. Heute dürfen wir das ganze Ding komplett durchziehen. Und ja, das ist sehr cool auf jeden Fall und freut mich. Und ich habe Bock. So, also Hallöchen erstmal an alle, die hier da sind. Clemens hier ganz neu im Chat. Loyal ganz neu im Chat ist draußen. Aber nur eine Deluxe Edition und ein Icon. Die Standard kann erst am 17. zocken. Aber ist ja nicht schlimm. Also für die Leute, die die Standard Edition haben und erst am 17. das Ganze zocken können, ist ja nicht weiter tragisch. Ihr könnt denn heute einfach schon sehen, wie das ganze Spiel aussieht und ob es schön ist und ob das alles passt. Snicklass hier, schön Hall of Famer, Status 26 Monate Stufe 3. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bin großer Fan von The Miz. Sehr gut, Philipp. Das ist schon mal fein. Ich gehe ein bisschen durch den Chat. Neum Da macht richtig Spaß zu zocken. Okay, Neum Da ist ja auch eigentlich ganz cool. Wird leider nicht eingesetzt. Neum Da ist endlich mal jemand, der Cruiserweight außer Ray und Ricochet und Dominic freut. Achso, okay. Ging nicht um mich. Alexander hier auch mit im Resub. Suchtmeister 100 Bits. 56 Monate. Wo ist denn das hier? So, kann leider erst Freitag zocken. Ja, das ist halt, das ist wahrscheinlich heute von einigen Leuten so, dass sie erst Freitag das Spiel zocken können. Aber dann habt ihr das bei mir schon mal gesehen. Da wisst ihr schon mal, auf was ihr euch freuen könnt. Ähm, so, außerdem Nightflash Dash. 6 Monate Resub. Dream Cycle 41. Dark Thunder 32 Monate. Luke 19 Monate Resub. Der Fitty 17 Monate Resub. Black Evil 63 Monate Resub. Ähm, gute Ablenkung, wenn man im Krankenhaus liegt. Warum liegst du schon wieder im Krankenhaus? Black Evil. Deine Story bitte in den Chat. Was hast du gemacht? Wo hast du deinen Pullermann schon wieder reingesteckt? Das gibt's doch gar nicht. Ähm, so, ich komm richtig. Hallöchen. Jo, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, so, Demon Owens. Auch Resub 51 Monate. Dark Chapter war einfach eine Hammer-Show. Danke für diesen Abend. Am 24.06. bin ich wieder in Tane dabei. Sehr gut. Also, ne, Freunde, hört ihr's? Ähm, so läuft das. Martin Swans. Hallöchen. Ähm, Charismatic and Digma. 38 Monate Resub. Wunderbar. Ähm, so, so, so. Alle erst mal Hallöchen. Das ist gut. Ähm, 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 okay. Spiel zu Landwirtschaftssimulator. Wäre heute auf jeden Fall ein krasser Gag. Justin Reel. Hallöchen. Äh, auch erst mal im Chat hier. Lolliger. Bin schon den ganzen Tag am Suchten. Sehr gut. Ähm, ja. Pascal auch 4 Monate Resub. Sayuken 6 Monate Resub. Mrs. Shoki 23 Monate Resub. Und Monster White Sucht, die explodiert im Chat erstmal richtig und haut 10 Subs an die Community raus. Also dickes Küsschen geht da auf jeden Fall an den Guten raus. Äh, der hier einfach mal 10 Leute mit seinem ganzen, mit seiner Liebe beschenkt. Ähm, Einzug von Imperium ist krass. Das werden wir uns auf jeden Fall geben. Hoffe, dass Laser vs. Romus ein schlechter Witz ist. Da stirbt doch einer. Da stirbt auf jeden Fall einer. Mario, Alter. Vielen Dank für deine Donation, ey. Küsschen geht an dich, mein Freund. 5 Euro Donation von Mario hier am Start. Ähm, der ist Supporter des Tages damit. Äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, glaubst du, dass Demon Finn in den Ring steigt? Ja, bei Resmania, glaube ich. Ähm, hab ich aber heute auch in meiner Review schon drüber gequatscht. Die ihr als Kanalmitglieder gucken könnt oder als Twitch-Abonnenten. Wenn ihr also sagt, ey, ich bin ja sowieso ab und zu mal, ich guck gerne mal rein, dann könnt ihr hier einfach meinen Twitch-Kanal abonnieren. Oder wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr kostenlos meinen Twitch-Kanal abonnieren. Und dann kriegt ihr die ganzen Reviews zu den Weekly Shows kostenlos hier auf Twitch, Freunde. Also, ähm, müsst ihr euch mal mit auseinandersetzen. Das ist eine ganz feine Sache. Äh, wie soll ich damit umgehen, dass man noch New Japan Wrestler, äh, noch keine runterladen kann? Ja, ne, das ist natürlich traurig, aber da, glaube ich, wird die Community relativ schnell nachbauen. Ähm, du erinnerst mich ein bisschen an Kevin Owens, schreibt Flavio. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich fett bin. Ähm, wahrscheinlich einfach nur, weil ich Bart habe. Ich hab jetzt einen Bart, wow, cool. Ähm, so, Schweini, auch Stufe 3 Sub, 41 Monate Resub. Und Monster White sucht ihr halt nochmal einen Zappo. Verschenkt, sehr schön. Unlimited Saki, 19 Monate Resub. Gazirinho, 25 Monate. Dr. Peter Lanken, 22 Monate Resub. JD Master, 24 Monate Resub. Es läuft, Freunde. Äh, weißt du, wann Randy zurückkommt? Ähm, heute im Stream hier, im Game zumindest. Aber ansonsten, ich glaube, das weiß keiner, inklusive er. Ich glaube, nicht mal er weiß es. Ähm, so. Jetzt zocken, Kappa, muss gleich zur Schicht. Okay, geht gleich los. Ähm, so. Viele Moins auf jeden Fall, die gekennzeichnet sind mit Jo. Erstmal im Chat, krass. Create-in-Arena-Modus ist so extrem verbuggt. Habe sogar ein Video drüber gemacht, weil es so schlimm war. Okay, krass. Ähm, aber wer spielt denn bitte den Create-in-Arena-Modus? Du lädst dir einfach eine runter und Arsch lecken. Was baust du dir denn für Arenen? John Digger, danke für den 38 Monate Resub. Ähm, kann auch selber noch nicht zocken. Freue mich auf das Spiel bei dir zu sehen. Sehr gut. Ähm, dann lobt das doch. Äh, 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 äh. Bart steht hier mega. Süße, da haben wir es nochmal. Endlich sagt es mal einer. Äh, werde ich nicht die ganze Zeit als fett beleidigt, sondern mal, äh, als, äh, nee, wie gut. So. Heute auch GM-Modus, schreibt GamerPod. Ich denke, was war dir los? Da kann man doch noch nen Fünfer raushauen. Streamst du an WrestleMania oder bist du vielleicht sogar am Xperion am Samstag? Was? Also, ich weiß nicht, was das Xperion ist, aber ich streame zu WrestleMania natürlich. Ähm, also freut euch schon mal drauf. WrestleMania, wir zocken die Nächte vor. Das heißt, ähm, wir zocken, wenn wir E2K23, die Matches zu WrestleMania. Dann machen wir Live-Reactions. Wir gucken also den ganzen Pay-Per-View zusammen. Und das an beiden Tagen. Absolut krank. Da werde ich wieder am, an einem Wochenende irgendwie 24 Stunden streamen. Ähm, aber gut. Hilft ja nix. Ähm, ja. Heute auch GM-Modus. Wir werden heute alles mal so ein bisschen anspielen. Und dann passt das schon. So, ähm, Spiele seit vier Tagen. Okay, auch krass. Ähm, ich schaue aus wie James Ellsworth. Ja, genau. Welche Edition hast du vom Game? Die Icon-Version? Die ikonische Version? Ähm, so. Das ist ein Bart. Ja, du hast ein Bart schon, Digga. Ja, ist ja richtig. Ich habe nur das. Ich bin aber froh. Das hat mich 33 Jahre gekostet, dass das hier passiert ist. Ähm, okay. Gucken wir Stand and Deliver auch zusammen? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin sogar am überlegen, ob ich aufhöre, NXT zu gucken. Es geht mir nur auf den Sack einfach. Ähm, auf jeden Fall Dankeschön Mario, der hier seinen Vorsprung weiter ausbaut. Und nochmal einen Fünfer raushaut hier. Richtig geil. Also Dankeschön Mario, nochmal 5 Euro donated hier. Einfach mal raushauen. Neulplay, 62 Monate Resub. Auch richtig geil. Und schade, dass Brain-DLC-Charakter ist. Ist aber auch nicht schlimm. Brain war im letzten Spiel gar nicht drin. Und es hat auch keinen interessiert. Warum? Weil die den einfach übelst krass nachgebaut haben. Konntest du dir aus Community-Reations runterladen. Und das ist auch egal. Also von daher, passt schon. Wurde an 71 Monate Doppel-Sub. Vielen Dank. Doppeltes Küsschen geht raus. Und Wabor, 8 Monate. Markus, 21. Und ganz frisch dabei, Tim FCB mit einem Prime-Sub hier. Der hat es rausgefunden mit Amazon Prime. Schön mit Twitch-Shop binden. Zack, kostenloses Abo. Ähm. Zeigst du bei WrestleMania die Matches? Na klar. Deswegen kommt vorbei. Und guck's bei mir. Ähm. So, okay. Ich hab das Spiel schon runtergeladen. Ich hab's installiert. Es ist alles soweit da. Ähm. Die ganzen DLCs, den ganzen Basel, den man jetzt schon haben kann. Alles ist am Schlüssel, Freunde. Wir können also gleich ins Game zappen. Und dann, ähm, ja, geht der Spaß los. Hier kommt der Money. Weil ihr sowieso verbraucht. Hier kommt der Money. W-W-C-Deutschland macht im Xperion in Köln so ein Community-Treffen, wo man zusammen WrestleMania-Nacht 1 schaut. Ähm. 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 Okay. Du weißt mehr als ich. Ähm. Das ist, äh, cool. Also, Mario, nochmal 5 Euro donated. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm. Sehr nice. Erstmal schön, warum auch, äh, warte mal, das wollte ich eigentlich in das Dings mit reinbauen. In den Schriftzug hier. Habe ich jetzt irgendwas verbaut hier, sag mal? Habe ich jetzt hier irgendwas verkackert? Fast. Ähm. Ja, also. Die Xperion in Köln so ein Community-Treffen, wo man WrestleMania-Nacht 1 schauen kann. WWE Deutschland macht das. Okay, cool. Also, ich habe es noch nicht mitbekommen, dass sie das machen. Äh, ich wurde nicht eingeladen. Kleiner Schult an dieser Stelle, warum ich nicht gebucht bin für so einen Abend. Was ist da los? Ähm. Aber ja. Also, coole Sache auf jeden Fall. Aber ich bin nicht dabei. Also, ich weiß von nichts. Ich wusste von nichts. Ähm. Und deswegen, äh, ja. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich doch eingeladen oder so, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ähm. Ähm. So. Okidoki. Passt, Freunde. Passt. Es passt. Es passt überhaupt nicht. So, passt. Ok. Also, wir zocken jetzt eine Runde 2K23. Habt ihr schon Ideen für das erste Match? Wollt ihr, wollt ihr schon irgendwie auf der Instagram-Seite? Haben die das rausgehauen? Okay. Ähm. Ne. Also, ich bin nicht da. Ich bin nicht bei WrestleMania da. Ich, äh, mache einen Livestream. Und, ähm, ja. Der Livestream ist halt genauso wie der jetzt gerade. 500 Zuschauer übrigens. Knackt. Sehr cool. Ähm. Ähm. Ist halt einer meiner Top-Livestreams. Ähm. Release, WrestleMania und Royal Rumble sind meine Top-Livestreams, wo ich natürlich auch am meisten Geld verdiene, wenn ihr hier auf martingaro.de slash support geht und euer gesamtes Einkommen gespendet. Ähm. Das heißt, wenn ich da hinfahren würde, müsste ja WWE Deutschland mir den Verdienstausfall bezahlen irgendwie. Ist ja logisch, ne? Und ich glaube nicht, dass die das machen werden. Ähm. Aber, ja. Also, ich muss arbeiten, Freunde, an dem Tag. Mit euch zusammen hier im Stream gucken ist für mich dann auch Arbeit. So, ähm. Die WrestleMania-Matches von Sami und Kevin Owens gegen Yusos werde ich nicht spielen. Aber wir werden auf jeden Fall ein Tag Team-Match spielen, weil ich super gespannt bin, ob man in diesem Spiel endlich Tag Team-Matches spielen kann. Das geht im letzten Teil nämlich meiner Meinung nach nicht. Weil immer wieder dieser verkackte, inaktive Wrestler eingegriffen hat, auch in 100.000 Tagen noch, Steini fliegt zu WrestleMania. Ja, der kann sich das auch leisten. Der spielt Fußball, der spielt FIFA sonst. Der kann sich das leisten. Aber, ich doch nicht. Ähm. So, das müssen wir gleich mal überspringen hier, die Scheiße. Und die Mucke natürlich auch. Kann ich die ausmachen? Hört ihr die trotzdem natürlich? Hört ihr die Musik jetzt gerade? Schreibt mal kurz in den Chat. Jetzt habe ich sie wieder angemacht. Jetzt müsstest du die Eingabe holen. Nee? Ihr habt sie gerade nicht gehört? Oh, cool. Okay, dann lass ich es kurz an. Also aus. Ähm. Weil das geht natürlich alles nicht. Das muss ich alles rausballern. Die Bedingungen haben wir natürlich gelesen, Freunde. Ist ganz klar. Ähm. Tutorial brauchen wir nicht. Supercharge erworben. Mega-Story-Super-Boost erworben. Bad Bunny erworben. Season Pass. Yeah. Deluxe Edition erworben. Alter, was ich alles habe. Eigen Edition erworben. Ruthless Aggression Pack erworben. Ähm. So. Jetzt haben wir es. Ähm. Jukebox. Schnauze hier. So. Oh, herrlich. Oh. Ich wurde die ganze Zeit gerade angeschrien von der Musik hier ja gerade nicht. Aber es ist schön, wenn sie aus ist. Also. So. Ähm. Hab auf der Xbox Series X. Ja, besser ist es. Gehe dieses Jahr auch zu WrestleMania. Ist mein erstes Mal. Oh, geil, Alter. Also, für alle, die zu WrestleMania fahren, ist es unvergleichlich. Es ist einfach geil. Viel Spaß auf jeden Fall. Aber, ähm. Ja. Solange. Also, ich kann es wirklich heißen. Es ist, äh. Ist einfach so. So. Spiel doch Rumble Rigboots. Das letzte Mal mit E-Games, das ich gezeigt habe, wie es ist. Strike of a Straw. Okay. Ähm. Universe Modus 10. Ja, das würde ich auch gerne sehen. Da kann man auch schon ein bisschen was rumspielen. Also, wir werden alles irgendwie spielen. Wir werden alles mal durchtesten. Alles mal versuchen hier. Liam, danke für den 11 Monate Resub. Jonas, 30 Monate. Suchtmeister 21. One knee, 63 Monate Resub. Sehr schön. Da gehe ich lieber zu Resident Evil. Ist die, äh, bessere Lösung auf jeden Fall. So, Freunde. Erwart haben wir hier. Schönes Exhibitionisten Modus. Showcase. Universe. Easy peasy. My Fraction hier. Ganz klar. Inhalte erstellen. Das sieht auf jeden Fall alles sehr geil aus. Also, ich muss sagen, das Menü gefällt mir richtig gut. Es sieht einfach episch aus. Ähm. Deswegen. Das ist alles schon eine sehr schöne Sache. Online Modus. Funktioniert sogar. Wer hätte das gedacht? Was bezahlt man eigentlich so sehr für ein WrestleMania-Wochenende? Oder nur eine Nacht? Also Mario, Dankeschön. Erstmal nochmal ein Zweier donatet hier, Alter. Der weiß, der hat auf jeden Fall den Donation-Link gefunden, ey. Ähm. Die. Also, ich hatte damals, ich bin ja damals bei WrestleMania 28 gewesen. Das ist also jetzt elf Jahre her. Und da habe ich 3500 Euro bezahlt. Mit allem drum und dran. Aber auch mit Raw, mit Hall of Fame und allem Zip und Zapp. Ähm. Und das war nur eine Nacht WrestleMania. So. Ich gehe mal davon aus, dass du locker fünf Scheine mindestens hinlegst. Wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr. Weil ja Flugkosten aktuell auch extrem gestiegen sind. Also, gehe mal eher von sechs aus. Na. Also, für die Leute, die wirklich hinfliegen, können wir ja mal sagen. Ähm. Aber ich würde schon sechs rechnen für einfach nur da sein. So, natürlich, Freunde, Community-Inhalte. Wir schauen rein. Was gibt es denn bis jetzt? Das Spiel ist heute rausgekommen. Wie krank sind denn bitte die Creator, dass jetzt schon kranke Leute hier hochgeladen haben? Schauen wir mal, ob es da was ist. Steini ist ja wirklich reich, Kappa. Na, Steini spielt Fuß. Steini spielt FIFA auf Twitch. Muss ich mehr sagen. Ähm. Umberto-Move-Set. Snow Bunny. Kenn ich nicht. Aber hallo. Ich bin Martin, was geht. Ähm. So. Tony Atlas. Okay. Nur mal nebenbei. Da hat jemand gesagt, ich möchte, mir fehlt ein Wrestler in diesem Spiel. Der möchte ich sofort bauen. Und das ist Tony Atlas. Okay. Hey. Von mir aus. Tony Atlas. Was mit den Settings mit Rollout-Häufigkeit gemeint. Ach ja, da müssen wir auch gleich noch rein. Erinnere mich da gleich nochmal dran, weil da müssen wir auch rein. Mandy Rose. Ist die nicht im Spiel? Kann man sich bestimmt, äh... Aber die Cores sind schon... Also wenn die nicht im Spiel ist, das ist schon ein guter Cores eigentlich. Ähm. Kann ja nicht im Spiel sein, verkauft ihr ihren Körper. So. Ähm. Lieblingshersteller. Machen wir das erstmal. Aber das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Ähm. Toe Buffy, 8 Monate Reset, Affenpopo, 52 und Finkwater, 2 Monate Reset. Dankeschön. Tony Storm. Aha. Hier haben wir schon mal einen CM Punk. Da würde ich sogar sagen, okay. Da gehe ich mit. Einen CM Punk als erstes erstellen. Da würde ich sagen, ja, das kann man machen. Der ist auch nicht so scheiße. Den laden wir uns doch gleich erstmal runter. Werde nach Bearbeit den Freitag durchsuchten. Ähm. Der hat sich während der Wix-Vorlagen gebaut. Also Settings müssen wir auf jeden Fall gleich rein. So, hier ist ein Jamoxley, ja, der gefällt mir nicht so. Hier ist eine Dynamite Arena. Ja, nee. Nee, noch nicht ganz. Wieso ist Bray Wyatt nicht im Game? Weil der zu kurz erst wieder zurückkam. Und die brauchten irgendwie ein krasses für ein DLC, damit man das verkaufen kann. Wollen wir auch mal so ehrlich sein. Aber wie gesagt, der war letztes Jahr auch schon nicht im Game. Ähm. Das ist ja das Ding. Alle Leute, die letztes Jahr im Spiel waren, die konnten sich einfach rüberziehen. Das ist ja jetzt nichts Berauschendes. Aber da der letztes Jahr nicht im Spiel war, mussten sie arbeiten. Ähm. Okay, hier ist ein Benmoor. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Weil hier nur die Ränder zu sehen sind. Ist das der Core dazu oder ist das nur der Ränder? Das Ränder. Oh, Digga. Das ist ja ein Core. Okay. Oh, das ist aber super verwirrend. Weil wenn man nur die Cores, äh, nur die Ränder sieht und nicht die Cores, weiß man ja gar nicht, ob der Core gut ist. Das ist ja schwierig. Weil da müsstest du ja wirklich auf jedes Bild klicken und gucken, ob der Wrestler, der sich hinter diesem Bild verbindet, verbirgt, wie jetzt hier Seraya, ob das auch gut ist, was ich da sehe. Digga, was hat sie denn für einen Kopf, Junge? An sich sieht es nicht so verkehrt aus, aber... Naja, ein bisschen Arbeit noch. Oh, das ist ja schwierig. Okay, da muss ich nochmal auf die erste Seite zurück. Da muss ich ja jeden anklicken. Das finde ich doof. Da hätte man irgendwie, ähm, da hätte man den Core zeigen müssen in dem großen Bild und so klein daneben irgendwie das Ränderbild. Dass man das irgendwie sieht, dass da eins mit dabei ist. Aber ansonsten... Achso, das sind alles sowieso nur upgedatete Attire. Ähm, Bloodline Attire für Dings. Okay, Scarlet ist zum Beispiel, ähm, nicht spielbar im Spiel. Außer so. Wenn ich die jetzt runterlade, dann kann ich mir da zocken. Das heißt, das geht auf jeden Fall klar. Will ich für die auf lange Sicht einen Core-Platz verschwenden? Nein. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Kannst du jetzt mal ein Match machen? Das wird wahrscheinlich noch 10 Minuten dauern, bevor ich zum Match komme. Oh, Bronze Reed. Ja. Na. Okay. Ich sag mal okay. Der erste Eindruck vom neuen Spiel. Ähm, mein Ersteindruck vom Spiel könnte... Da hab ich sogar ein Video zu gemacht, weil ich das schon vor zwei Wochen angespielt habe. Müssen wir mal schauen. So, neue Updates, ähm, neue Entrance. Fully updated. Dominik. Ist Dominik nur als Dominik hier drin, oder was? Und das ist hier dabei, ist Dominik. Torpeise, Junge. Okay, dann nehmen wir das auch nochmal mit. Fangt doch später mit Wargames an, oder? Ja, wir machen alles heute mal. Ja, ihr könnt davon ausgehen, dass der Stream heute mindestens bis 0 Uhr geht. Also wir suchen heute durch. So, das ist natürlich auch geil. Ich weiß aber nicht, wie die Attire von Rawlins jetzt generell aussieht. Aber der hatte doch schon wieder eine andere an, oder? Fixed Hair. Auch nice. Ähm. So. Scarlett würde ich auch gerne mal zocken. Oder ich hab den Tag im Bild gesehen von Scarlett und von Maxine Dupree. Beide zusammen. Holy Shit, Alter. Ich glaub, das sind sie wirklich einfach. Das sind die hübschsten Frauen, die die WWE zu bieten hat, einfach. Kannst du mal bitte gucken, ob myGM gegen einen menschlichen Gegner antreten kann? Ähm. Ich glaub, das geht. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das geht. Ähm. Hauen Lukas. Geiler Name. Danke für den Prime Sub. Satacom. 47 Monate Reset. Postman. 33. Oh, der ist scheiße. Oh, guckt euch mal den an. Der ist kacke. Also, die Attire ist gut, aber das Gesicht, das ist ja, da ist ja nüscht. Also, das war einmal nüscht. FIFA 23 und Dömer. Das, das ist dein, äh, dein Anteil für den heutigen Stream. Uh. Nur kurz zum Rumble, bin da immer noch getriggert. XD, am geilsten fände ich Walter versus Seth versus Cody. Walter haut Cody raus, um Hits zu ziehen und Seth gewinnt dann. Der ist auch einfach krass over. Mario, kurz zum Rumble, da ich immer noch getriggert bin. Am geilsten fände ich, äh, Walter haut Cody raus, um Hits zu ziehen und Seth gewinnt dann. Einfach krass over. Ja, ist auch. Äh, R-R-R-R-R. Seth ist momentan richtig krass dabei. Ähm. Oh, Revolve gibt sich auch die Ehre. 33 Minuten Treside, danke schön. Mario auch schon wieder ein Zweier gezockt, Alter. Also, Mario, der, äh, der hat's drauf hier. Der, der weiß, wie man donatet, der Junge. Der zieht durch. So, guck mal, Carmelo Hayes. Ist der nicht im Spiel? Ist der nicht im Spiel? Ist allerdings supergeiler Korb. Aber ist der nicht im Spiel? Gibt's nicht auch im Game? Noch nicht. Wir werden aber dafür sorgen, Luna. Bin am Anfang auch erstmal für ein Rumble. Okay. Aber ich glaube, wir haben zu viele Wrestler, als dass wir sie auf 30 beschränken können. Deswegen will ich lieber ein Single-Match machen. Auf 2-Match schon. Ist logisch. Chumper ist auch nice einfach. Guck mal, hier erstelltes Bild. Moveset. Performance. Hier gibt's auf jeden Fall ein bisschen mehr Infos zu dem Korb. Das find ich schon mal sehr nice. Ähm. Hab gestern Lohn bekommen. Lohn ist da. So, hier ist ein Kurt Angle. Aber den gibt's ja schon im Spiel. Aber ich glaube, kein... Keine Version... Keine so neue Version. Äh, du musst erst ein Showcase spielen und die Kurt Angle kriegen Freischein, bevor du ihn runterladen kannst. So, ne Scheiße! Wir spielen noch den Showcase, keine Angst. Äh, Bumble, 45 Monate Theresa. Holy shit, 45 Monate. Was ist mein Favorite-Match? Was ist dein Favorite-Match bis jetzt bei WrestleMania? Omos. Omos. Omos gegen Lesnar. Favorite einfach. Das wird das lustigste Match, was ich je gesehen habe. Ich werd mich so aus dem Tod lachen. Es wird einfach nur ein Botch-Fest. Botch-Mania könnte das ganze Match einfach so, wie es ist, hochladen. Philipp, danke für deine 35 Monate Reset. Guckst du Ring of Honor Weekly? Hab mir die erste Week angeguckt. Fand es eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, ja, das Problem ist so ein bisschen, ähm, dass, hier, Mercedes Monet von Drew, 41, könnt ihr euch gleich mal kennzeichnen, den Typen, der ist krank. Lieblingserstörer ist da. Ähm, das Problem ist, ich schaffe nicht, noch eine Weekly zu gucken. Ich müsste, wenn ich jetzt sage, okay, ich gucke jetzt Ring of Honor, obwohl ich sagen muss, im Endeffekt ist Ring of Honor ja auch bloß noch eine All Elite-Show. Ähm, ich gucke jetzt Ring of Honor, dann muss NXT fliegen. Ich hab, ich hab, irgendwo muss ich Einschnitte machen. Here we go, Money Talk. Here comes the money. Bin zwar neu bei dir, finde es aber klasse, was du machst. Gerade dein News-Format. Top. Geil, Alter. Ey, danke dir. Ähm, Fink Walker, 5 Euro donation. Richtig cool, dankeschön. Du hast doch eben auch erst abonniert, zwei Monate Reset und jetzt auch noch 5 Euro rausgehauen. Ey, küsschen geht raus, mein Freund. Danke dir. Dann ist es auch was ganz Feines. Sieht solide aus, der Könnenhänge. Ja, ich konnte nur gerade nicht runterladen, weil ich das noch vorher durchspielen muss. Ach, Chris Danger hatten sie schon gebaut, oder was? Ach, hat er selbst gebaut. Okay, dann ist ja okay. Ähm, so. Chris Deadlander. Alter, wer hat denn jetzt schon ne so gute Chris Deadlander gebaut? Alter! Das ist krank. Das ist voll gut, einfach. Ey, Hammer. Aber auch hier, diese Person hat sich gedacht, von allen Wrestlern der Welt, Will Ospreay, Kenny Omega, Martin Guerrero, von allem, hat er gesagt, Chris Deadlander. Die muss ich als erstes bauen. Die ist es. Ach, schade, kein Schwänzchen, kein Pferdeschwänzchen, ansonsten passt ja die Getaille, aber nee, der ist noch nicht so gut. Sag doch mal, was du meinen Lieblingen oben auch so toll findest. Ja, ich finde ihn toll. Das WrestleMania-Match werde ich sehr toll finden. Ah, hier ist ein besserer Brian Danielson. Ja, guck mal, mit dem kann man, warum gibt es, gibt es keinen, gibt es die Frisur nicht? Aber der ist schon ein bisschen besser, den können wir schon mal nehmen. Schau mal nach Benoit, habe ich schon runtergeladen. Nee, so. Snowman, 47-Monats-Resub. Harley-Kin, ganz frisches Sub. Dankeschön. so, ich gehe bis zur, ich war gerade vierte Seite, ne? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Damit Martin Versus will ausbauen, wie ein Event von Restivill realistischer wird. Das, das ist korrekt. Martin gegen Will Ospreay bei ein Main Event von Restivill realistischer. Machen Rafa Star, haut 5 Euro Donation raus. Also mit mehr Donation würde das auf jeden Fall realistischer werden, das stimmt schon. Ich danke dir, mein Lieber, Alter. Oh, MJF, aber leider hat das Gesicht passt mir nicht. Also, das von den Calls. Bielos, danke für den 55-Monats-Resub. Spider-Man 1999, auch hier wieder genau das Gleiche. Er hat gesagt, ich habe Zeit, um einen Call zu machen. Jeder Wrestler der Geschichte. Und er entscheidet sich, ich baue Spider-Man. Wirklich. Ich finde den Spider-Man nicht schlecht. Ich mag Spidey sehr. Es wird mein nächstes Tattoo. Aber, Digga, warum ist das das Erste, was du machen möchtest? So, okay. Ich wollte nur bis zur Seite 5 gehen, das habe ich jetzt gemacht, also gehen wir jetzt wieder aus dem Modus raus. So. Dann gehen wir erstmal in die Optionen rein. Shop. Kann ich irgendwas kaufen? Erwerbbar mit Dings. Habe ich schon alles gekauft? Hier, Eddie gekauft. Beste. Oh, Umaga. Geil. Genau, so. Das passt. MyFractionShop. MyF. Wie kann man spenden? Hier oben steht martingrow.de slash support. Da kannst du drauf gehen und spenden oder einfach im Chat ist jetzt gerade ein Link von TippiStream. Es gibt auch noch eine Seite, die ist noch kürzer. und zwar mg-live.tv Das ist eigentlich, also kürzer geht es gar nicht. Da könnt ihr auch spenden. MyFraction loslegen. Wollen wir damit jetzt gleich loslegen oder was? Ich wollte eigentlich erst mal ein Match machen. Raw, Smackdown, NXT Karten. Wähle dein Starterpack. Digga, wo sind wir hier bei Yu-Gi-Oh! Oder was? Ich will jetzt noch kein Starterpack wählen. Ich will zurück. Scheiße. Ganz ehrlich, Matt Riddle oder Bianca, Matt Riddle, Bianca, Drew und Liv, Bron und Roxanne. Wisst ihr, was mein Starterpack ist? Gar keins! Wenn das meine Alternativen sind, jetzt... Ach komm, leck mich. Okay, jetzt kommt es, Alter. Jetzt explodiert alles. So, zeig mal, hier. Wow! Oh my God! Muss man sowas jetzt immer machen? Ist das hier auch so ein krasses Kram? Obwohl, es stand ja gerade schon, dass Matt Riddle da drin ist. Muss ich jetzt hier immer so krass, wie die ganzen FIFA-Pack-Opener das immer so fake halten? Muss ich das jetzt auch machen? Oh, 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 oh ja! Ja, Mann! Entschuldigung. Oh, Sonja. Oh, wow! Verträge! Holy shit! Benenne deine Fraktion. Nee. So, es reicht. Wähle ein Line-Up, wähle ein Line-Up. Ich will zurück! Scheiße! Superstar wählen. So, Riddle-Mac und Ray. Aber ist das so ein bisschen wie... Scheiße! Ähm, ist das so ein bisschen wie Supercard? Weil ich hab den Fraction-Modus letztes Jahr nicht wirklich viel gespielt. Ist das so ein bisschen wie Supercard? So, auch Trizzly. So, hier packen wir die Ladies rein. So, Alexa, Niki Kreuz und Tam Ina. Obwohl, nee. Sorry, aber... Also, dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Äh, passe deine Fraktion an. Oh, ich will fertig werden. Ja. Namensschild. Fraktionslogo. Oh, ja, passt. Fraktions-Wallpaper. Ja, passt doch. Das hättest du auch selbst wählen können. Ich hab nur eins. Manager zuweisen. Sonja, der weh. Na klar, da kann uns passieren. Speichern. Belohnung. Inhalte zu mir runterladen. Oh, Scheiße, die hab ich ja auch noch. Äh, gibt's einen Taker als Biker? Guck ich gleich. Die Nachbarn denken sich auch, was für ein Typ. Bei mir? Ach, bei mir ist der Zug abgefahren. Aber bei mir, ich hab nur unter mir Nachbarn. Links und rechts gibt's keinen. Ähm, und, äh, die unter mir, die, die haben so hohe Decken. Also 80 Meter hohe Decken. Deswegen, da bin ich noch lange nicht zu hören. Und ich hab hier sogar auch schon, weil direkt hinter dieser Wand hier, ist mein Schlafzimmer. Und ja, ich bin hier schon rumgeschrien wie die Sau. Die Wand hier hinter ist so dick, hier kriegt man nichts mit. Einfach. Ich könnte hier abgeschlachtet werden, keiner würde das mitkriegen. Hm, so, jetzt kann ich endlich zurück. Gott sei Dank. So, okay, äh, ich bin ja auch selbst schuld, was drücke ich auch darauf? Äh, hast du noch Junge? 57 Monate Reset, Dankeschön. Als Biker schaltest du im Showcase freischreibt, ich hoffe, ich hoffe, ihr macht das auch so. Wir müssen diese scheiß bunten Titel sabotieren. So, so sieht's nämlich aus. Ähm, hier machen wir das auch. Roxanne, Roxanne, wo ist der? Ja. So, jetzt passt das Spiel wieder. Ich will nur gucken, ob die Titel passen. Es gibt ein Performance Center Championship. Der ist ganz schön hässlich. So, Roman ist Champion. Wow. Okay, das passt auch. Die Usos passen. Das passt. Das passt. Und das passt. Nett. Nett. Äh, Becky und Lita. Das hätte man sich vor einer Woche auch nicht gedacht. Oder vor zwei. Dass das die Champions sein sollen. Okay. Ähm, kann man auch online mit anderen Konsolen spielen oder nur gleich? Hä? Man kann natürlich online mit anderen Konsolen spielen. Ähm, Historica, 9 Monate Reset. Dankeschön. So. Auf welcher Plattform spielst du? Auf Xbox. So. Jukebox haben wir ausgemacht. Alles. Steuerung. Ja, okay. Da können wir uns die Plus angucken. Wir wollen es aber ändern. Also, erstmal Schwierigkeitsgrad. Ballern wir erstmal schön hoch. Ich mach mal auf schwer. Weil ich weiß nicht, wie gut ich aktuell bin. Pin Minispiel. Nehmen wir schnell. Tasten halten. In Minispiel zulassen. Nö. Road Break automatisch. Ja. Auto Reversal für Bodenangriffe. Äh, von mir aus. Eingriffe beim Einzug. Aus. Eingriffe im Match. Ein. Eingriffe nach dem Match. Ein. Blut. Ein. Untertitel. Von mir aus. Tutorial. Aus. Ähm. Jo. Das passt schon mal. Ach, da ging es noch weiter. Sorry. Kannst du auf Legende spielen. Ist easy. Ah, okay. Ja, ich hab, als ich, ähm, als ich bei 2K gespielt habe, da, da hatte ich auf normal, aber das Minispiel war halt dieses Kack-Mini-Spielen. Äh, also dieses hier und das da kommt kein Mensch mit klar. Deswegen das alles, äh, das lassen wir. Okay, der Mauer gleich legt, ja. So, Superstar hat ein, Erschöpfung ein, Steuerungshilfe, keine Ahnung was das ist, aber wir lassen es mal ein. Reserve, blablabla, ja, komm, machen Regieschnitte. Aus. Wackelte Kamera. Aus. Kamera schwenkt. Aus. Replay nach dem Match. Ein. Hat für Eingreifen. Ja, Friedrich-Accounts-Anzeigen. Ja, Wasserzeichen. Aus. Controller-Vibration. Aus. Erholungs-Anzeige. Äh, Erholungs-Anzeige. Totstellen. Was? Ja, von mir aus. Balance. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das letztes Mal hatte. Vielleicht kann mir da jemand ja mal was schicken, wie ich das eingestellt hatte. KI-Reversal-Rate. Die können wir mit Sicherheit hoch machen. Scheiß, Alter, ich töte mich wahrscheinlich jetzt schon wieder, weil ich das alles wieder zu schwer mache. Wir machen erst mal. Finisher-Reversal-Rate. Auch. Objekt-Reversal-Rate auch. KI-Grab-Breaker-Rate. Bra-Breaker-Rate? Hat das alles auf Null gemacht? Ne, hat alles auf 100 wahrscheinlich. Ähm, KI-Combo, keine Ahnung, macht er, was er will jetzt. Also damit kann auf jeden Fall die KI noch ein bisschen schwerer gemacht werden und das habe ich eigentlich immer drin, weil das eine gute Sache ist. KI-Sprung-Rate. Heißt das, dass sie häufiger springen möchte oder dass sie das besser kontern kann? Sprung-Re-Rate. Ich glaube, hier gibt es wieder weitere Möglichkeiten, oder? Körperteile angewahrt. Ich glaube, es gibt hier wieder mehrere Sachen einzustellen, das finde ich eigentlich gut. Ich stelle mal alles auf 60 einfach. KI-Block-Rate, das ist immer ganz gut. Ausweichen-Rate, finde ich auch gut. So, Eingriffe beim Anzug, nichts. Eingriffe Match, zwei. Nach Match kann ruhig drei sein. Ausfallzeit-Regenrichter, ballern wir natürlich hoch. Standard-Reversal-Fenster, das machen wir ein bisschen runter, weil wir wollen ja, dass es für uns schwerer wird. Bodengriffe, auch schlechter. Signature, Finisher, Reversals, das wird noch schwieriger. Waffen-Reversal, Ausdauerkosten, keine Ahnung. Benommen, Erholungsrate, Rollout-Häufigkeit, nicht so häufig. Rollout-Dauer, keine Ahnung. Ich bin der Malz-Aufbauer. Boah, ich habe keine Ahnung. Wieso kann man es auf dem PC nichts hatten? Äh, keine Ahnung. Schwierigkeitsgrad für Zugbefreiung. Ich glaube, das ist dieses, wenn der Typ dich hält. Ach nee, das ist Tragegriffbefreiung. Weil das ging immer zu schwer. Das heißt, das möchte ich einfacher haben. Mache ich das auch einfach haben. Das war nie möglich. Aber ich bin schon wieder zu früh raus. So, Zielauswahl, das passt, glaube ich, alles. Anvisieren. Tag, Partner, anvisieren. Das kann schon möglich sein. Wieso sollte das dann nicht... Alter, es gibt mehr Sachen zum Einstellen. Das finde ich gut. Sperre für das erste Anzählen. Was ist das denn? Pin-Schwierigkeitseinstellung. Sperre für das erste Anzählen. Mensch, Pin-Wert zusätzlicher Finisher. Was? KI-Finisher-Verlauf. Ich verstehe einfach Grund. Timing-Minispiel. Da ich das eh nicht habe, ist das scheißegal. Angreifen. Aufgabe-Minispiel. Boah, keine Ahnung. Aber es ist cool, dass es das gibt. Paraflow, 76 Monate Resub. Früher habe ich auch Erwachsensein irgendwie weniger müde vorgestellt. Das stimmt, ja. Walter, wir haben uns immer gefragt, warum unsere Eltern immer Mittagsschlaf gemacht haben. Und jetzt, wo wir älter sind, wissen wir es. Weil die ficken. Äh, weil die schlafen müssen. Das ist es. Walter Viewt, 7 Monate Resub, weil ich heute auch 2K bekommen habe. Sehr gut. Pen-Exting, 39 Monate Resub und Godmog ist auch mit einem Doppelsub, 64 Monate dabei. Sehr viele Leute. Ja, Martin, zieh deine Hose an. Ähm, es sind so viele Leute hier, weil ich die Hose nicht anhabe. So sieht es doch aus. Das ist ein wunderschöner Duft, der hoffentlich auch rüberkommt. Ähm, okay, so, nach anderthalb Stunden Livestream kann ich dann auch endlich mal ein Match spielen. So, das ist also der nächste, der Auswahlbildschirm. Den habe ich schon damals gesehen bei 2K. Da gab es nur noch nicht so viele Modi. Aber wir machen mal ein ganz klassisches 1 gegen 1 und lassen uns schön die Fresse polieren, weil wir gerade den Gegner viel zu stark eingestellt haben. Ähm, normales Match, Klassiker, Arena, manne, Schmackdown erstmal. Ganz auf Standardbasis. So, dann, guck mal, Ilja kam gleich. Er ist auch geil. Kann ich Zufall machen? Drew, okay, schade, Eddie, ha, wer hätte das gedacht? Ähm, so, jetzt müssen wir uns entscheiden, mit wem wir als erstes zocken. Logan Paul, ja, Mann, Leviathan, Junge. Ich habe sie ganz tief gebuddelt. Okay, habt ihr den Wunsch? für den Ball war es natürlich geil. Reggie, what the fuck? JD, NXT, ah, okay. Aber dann ist der bestimmt auch im Spiel drin. Shane, ich glaube, ich lache mich tot. Undertaker. Ich glaube, ich spiele einfach mit Ellie, oder? Oder mit Edge. Los, lass mit Edge zocken. Obwohl, mit Edge habe ich, glaube ich, schon gespielt. Ich nehme Finn Balor einfach. Finn Balor ist einfach ein geiler Typ. So, Finn Balor gegen The Rock. Typ schon klassisch. Wie wäre es er eigentlich? Habt ihr den schon mal gesehen? Der ist seit einem Jahr oder so nicht zu sehen. Das stimmt. Oh, gegen Ricochet, das gefällt mir. Guck mal, das ist doch einfach ein geiles Ding. Ähm, so. Einzüge ein, alles passt. Arena passt. Match starten. Ich glaube, damit können wir gut starten. So, jetzt, ich werde jetzt richtig auf die Fresse kriegen, einfach, aber des Todes. Moxley, schreibt einer. Was ist auch noch Gunther? Ich mache noch so viele Leute. Wie ist die Lautstärke? Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen, oder? Finn mit Hose. Ist gut. Also, ihr hört mich sehr gut, aber es schaut gut aus. Wie ist die Lautstärke? Ja, schaut gut aus. Wo ist Will Osprey Kau? Ja, keine Ahnung. Wo ist Martin Rale Kau? Habt ihr? Ich habe auf meinem Discord übrigens, habe ich ein Face-Gesicht, also ein Bild von meinem Gesicht hochgeladen und von meiner Gear und so. Falls jemand Langeweile hat, könnte er das schon mal vorbereiten, so ein bisschen, damit ich dann gleich auch mich bauen kann. gerade so das Face-Gam, wie man das am besten einfügt und so. Wenn ihr das könnt, also wenn jemand für euch da draußen ist, der gute Kurs machen kann, mein Discord bietet einiges. Würdest du ein Let's Play über den Showcase machen? Ich werde den Showcase hier auch spielen. Ein richtiges Let's Play als Serie, so mache ich eh nicht, sondern ich zocke einfach und dann gibt es halt die ganzen Streams einfach auf dem Gaming-Kanal. Wenn ich das Einzelne hochladen würde, würde das wahrscheinlich mehr Klicks bringen. Aber, ja, ich, äh, dafür hat keiner Zeit, den Kack zu schneiden. Es gibt keinen Demon-Baller. Na, ich glaube, der wird nachgetitcht. Vorher kommt der dritte Uso auf einmal. Von NXT kam der. Immer andere für sich arbeiten lassen. Ja, wäre cool, wenn andere schon ein Mortal-Girl bauen möchten, komplett, dann bitte. Das wäre noch besser. Was soll der Stream geplant? Ja, alles. Ist das so ein Test-Gameplay oder nur ein Trailer? Hä? Das ist das Spiel. Das Spiel seit heute draußen. Machst du noch Yu-Ri-Unboxings? Ja, ich habe auch noch Arsch viel hier. Also, ich kaufe immer noch alle und ich werde sie irgendwann auspacken. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Irgendwann werden sie hier auch wieder auspacken. Könntest du überhaupt ein Let's Play vom Showcase machen, ohne dass du die Videos strikest? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Du musst halt diese Videos immer überspringen. Also, du kannst halt nur die Match-Teile spielen und alles andere musst du überspringen. Gibt es deutsche Kommandatoren? Hell no! Nein, gibt's nicht. Ich glaube, die Zeit hat auch keiner, da 80 Milliarden Lines für aufzunehmen. Wann ist die nächste Wrestling Show, wo du dabei bist? Am 8.4. in Wernigrode. Unlimited Wrestling. Tickets gibt's noch ein paar. Ja, wir haben jetzt ein bisschen aufgerüstet. Ähm, Slip Blade. Okay, warte mal. Erstmal will ich das Hut so bearbeiten, dass da oben diese, diese Scheiße nicht mehr steht mit den, ähm, mit den, ähm, mit den, ähm, äh, ja, Erschöpfungsausschein, Steuerungshilfe. Wisst ihr, wie das heißt, was ich meine? Das da oben links ist doch gerade so eine Anzeige für, äh, Moonfield falsch, der jetzt, für dieses Fünf-Sterne-Match und so. Das würde ich gerne wegmachen. Welche Anzeige ist das? Ähm, dann müsst ihr mir das gleich, wenn ich im Hauptmodell bin, nochmal sagen, damit ich das ausschalten kann. Eine Runde Flexion für Peter Lang. Jetzt muss ich erst immer wieder reinkommen, hier um die ganze Geschichte. Dann ist immer noch nicht da, ich kürze. Okay, das funktioniert. Erstmal auskicken, haben wir noch drauf, das ist kein Problem. So, Ausweichen kriegen wir auch hin. Okay, also nicht viel geändert. Ah, Schöpf. Und genau das hat auch im letzten Teil schon immer selten funktioniert. Zack, und Dropkick. Also siehst das Game geil aus. Oh, Scheiße! Oh! Alter. Nein. Oh, wir haben die Frau übrigens, die Refugee-Frau als Ref. Tamina ist Ref. So, Combo, Snapmare. Oh, Dropkick, Chain, in einen rein, Junge. Match-Bewertung, glaube ich. Nee, das heißt aber anders. Diese, das ist die Match-Bewertungsanzeige, aber die heißt, glaube ich, anders. Ah, der pinnt mich aber auch die ganze Zeit einfach. So oft ist das jetzt aber auch nicht nötig. Ich habe doch schon eine Stunde verpasst. Ah, ich habe aber eine Stunde lang nichts gemacht. halt einfach. Also, das ist jetzt erst, Mensch, du hast also noch nichts verpasst. Oh, okay, mit dem Drop-Torholt gekontert, auch schön. Und pinnig. Und schön noch ein Ding. Und rein, rein in den Rücken. Und die ganzen Katzen sind aber auch nicht das wahr. Gerade die Katzen machen den Showcase ja aus. Ja, aber das ist halt das Problem an der Sache, dass du den halt nicht mit übertragen kannst. So, Ballard's ready. Zack. Oh, 1960. So, jetzt bin ich selbst mal, weil es so schön ist. Eins, zwei, Kick out. So. Ich muss nur eine Linie treffen. Ja, Felix, das musst du umstellen in Einstellung. Holy fuck. Normal, der Züplex. Und gleich normal, schön in Züplex gezogen. Spitzel in den Nied, was man ist. würde ich auch spielen. Wir zocken alle noch ein bisschen an. Das hättest du noch denken können. So. Ich bin schon mal. Ich habe einen Finisher, er auch. Super. Super. Oh nein. Oh, cool. What the fuck? Was war denn das für eine Aktion? Warum klossst du mir einen Finisher? Also, du mag ihn oder was? Klopzt, hakt. So, hier. Oh fuck. Oh shit. Gut, das war jetzt nicht so gut. Hat man Finisher gekontert? Kick out. Ja, das ist jetzt natürlich schon mal schwierig. Ja, Dropkick jetzt nix. Oh fuck. Das Ding finde ich auch richtig Hammer. Das gleich wieder aufzustehen. Der Ferry Driver. Hast du vor, noch keine Ehre zu starten? Schauen wir mal. Boah. Schuhe passen irgendwie nicht. Ja, er hat ja jetzt diese komischen Nike Schuhe immer an. Oh, ein netter Konter. Habe ich auch noch nie gesehen. Ist auch neu. Boah ey, sag mal. Oh. Nice. Das kann ich auch. Da, Jobluck. So. Jetzt ist hier Zaten-Dusor, Freunde. Wieso habe ich jetzt zwei Finisher? Und Kudem. Oh fuck. Oh ne. Oh ne. Hier, das meine ich. Das ist super schwierig. Das muss man auf jeden Fall noch um einstellen. Oh, Konter. Oh, oh, wunderschön. Zack, rum, rüber. nix und hitzesa und Kipp ab und Dropkick. wer hätte das gedacht? Ja, ich kenne das Comeback von Ricochet. Haha. Ist aber auch geil. Ist auch ein geiles Comeback. Oh, Codebreaker. Oh, mit Blut, Halt. Halt am Alts, zwei Spread. Und hier DDT rausgezogen und Supergeck. Und 630 Centen. Einmal quer durch den Ring und jetzt auch mal. Das war's. Ich hab mir gesagt, ich kippe auf die Fresse. Aber das ist auch ein gutes Match, oder? Das ging schon mal, als erstes Ding, geht das schon mal rein. Geht das schon mal klar. Lukas Sankweiler, ein Jahres-Sub. Typisch Andy, 37-mal und 3-Sub, kannst du einzelne Superstars-Siege-Stats bearbeiten, die zum Beispiel oft welche Moves machen. Wie oft sie welche Moves machen? Nee. Das geht nicht. Prevo, So, auch ein Jahres-Sub. Von Kaltenberg, 71 Monate schon am Start. Justin Empire, 17 Monate im Start. Sehr nice, Vollmerk. Also, wir müssen heute auf jeden Fall die 600 Subs wieder knacken können. Das ist, das muss einfach. Treffen die einen den Superkick ins Gesicht? Kommt doch an, ja, kann schon passieren. Warum sind beide Pin-Mini-Spiele so beschissen? Ich finde, das Drücken super. Ich finde das geil, das Drücken. Drück doch schneller. Kannst du sagen, ob Omos null Top-Rog, was, null Top-Rog-Moves machen soll? Ja, besser ist es. Omos sollte am besten gar keine Moves machen, haben wir ja heute bei Raw schon wieder gesehen. Oh, lol, verschenkt fünf Subs, alter, geil, dankeschön. Leute, so, bester Mann. Psychenprobleme von Bright als Fitnessgründe zurückzuführen, so wie Matches unter Triple H länger, unter Vince Kreativteam, sieht White nicht in körperlicher Verfassung dafür. Triple H länger, unter Vince Kreativteam, sieht White nicht in der körperlichen Verfassung dafür. Triple H sieht Bray White nicht in der körperlichen Verfassung dafür? Oder Vince? Naja, ähm, du kannst die KI bearbeiten, dass ein Omos nicht mehr auf die Ecke geht und so weiter. Echt? Äh, mit den AI Einstellungen, die man festlegen kann, okay. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen rumspielen. Wird's auch wieder MGTV geben. Ja, schau mal. Guck mal an, wie gut das Spiel ist, wie oft ich Bock hab, das zu spielen und so. Aktuell streame ich einfach nicht mehr so viel wie früher, ähm, weil ich einfach auch gar keinen Bock mehr hab. Äh, ich zock halt generell einfach nicht mehr so viel. Ähm, deswegen ist das ja auch nochmal so eine Sache. Gibt für jeden Superstar eine eigene AI Einstellung. Oh, das ist aber geil. Alter, die Zukunft ist krass. Ähm, so, warte mal. Timing, wenn ich spiele, Aufgabe, wenn ich spiele, das kann man also auch auswählen. Ich möchte aber gerne die Erschöpfung alle Steuerungshilfe ein, Reversal-Anzeige. Ist das Steuerungshilfe das Rating vom Match? Kann das sein? Ich mach's mal aus und wir hoffen mal aufs Beste. Ähm, ähm, okay, aber das war doch schon mal ein nettes Match. So, gut. Das fand ich jetzt schon mal angenehm. Thunderdome. Oh, den gibt's auch noch. Nett. Oh, es gibt die NXT UK Arena auch schon. Clash at the Castle, ne, die können wir uns da mal angucken. Uh, das sieht auch lustig aus. Ähm, ähm, müssen wir vielleicht ein Tag Team Match spielen? Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich spiele es als nächstes Tag Team Match. Jetzt, ey, ich bin wirklich gespannt, ob das klappt. Okay, dann machen wir jetzt ein Tag Team Match, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht Imperium nehmen. Der gibt mir mal ein schönes Tag Team. Ähm, 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 super. Chad Gable. Nehmen wir einfach durchgehend. Hier, Kamalo Haste ist im Spiel, ist schon mal gut zu wissen. Ähm, oh, Butch, den habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Was macht denn der eigentlich? New Day. Aber Axiom ist natürlich richtig cool, dass der im Spiel ist. Also, dass sie den schon so reingepatcht haben. Das ist nice. Ich finde auch cool, dass Tyler Breeze im Spiel ist. Ähm, die Street Profits, okay. Street Profits nehmen gegen Usos, okay. Ähm, so, so wird er noch. Marseille nehmen wir. Und Man's War. Ähm, so, also, Montes IV und Andrew Dawkins gegen die Usos. Ja, ja, genau. Jay und Roman Reigns, man kennt's. Gut, dass immer gleich der Tag die Part ausgewählt wird. Jamie Usos. Okay, kein Titelkampf, einfach nur so, aus Spaß, einfach Fiverrskling. Na dann, schauen wir mal. Was ist Gewichtserkennung? Ähm, das ist, wenn Rey Mysterio versucht, Big Show hochzuheben, dass das dann schwierig ist. So. Mr. Pogs, 21 Monats Visa, Dankeschön. Bin mal gespannt, wie das mit dem läuft, wenn die Heels geturnt sind. Ich dachte, der WWE, das erzieht sich von Benoit. Weil du den gerade bei mir gesehen hast, den hab ich runtergeladen. In 40 Sekunden gibt's bei mir wieder, wenn ihr neu in den Stream kommt, gibt's bei mir wieder Werbung. Wenn ihr das vermeiden wollt, müsst ihr einfach mal abonnieren. So wie Moinsen. Ist gerade noch da. 5 Monate Visa. Das Game ist seit heute draußen. Ja, deswegen spielt's auch heute. Arbeit im Hotel und hatte einen Gast im Frühstück. Er hieß einfach Geräus. Martin. Ja, Geräus ist in einem, das ist ja immer das Problem, wenn viele immer sagen, äh, du heißt Geräus, das darf man nicht. Ähm, die Hälfte der Weltbevölkerung heißt Geräus. Das ist einer der, der meist verwendetsten Namen auf unserem Planet. Einstellen, Arcade oder Simulation? Ich hab Simulation. Plassim Store steht nur vorbestellen. Äh, ja, die standardrischen, ähm, die kommt erst Freitag raus und die krasse Super Edition, die ist heute draußen. Also kann man nie erspielen. Kjong of Sobel, 30 Minuten Rieser ab und Zocker, 39, äh, 49, Dankeschön. und die meisten lernte Namen ist weiterhin Lee. Ja, das kann ich schon sagen. war es heute noch der Jahrhundert, okay. Ähm, Rey und Dole bringt mittlerweile offizielle Nähe wahrscheinlich erst nächste Woche. Müssen wir ja 34 Jahre reden, das ist so krank geil Okay Welche macht eigentlich dein Bruder? Aktuell Wie spielt es das denn? Äh, chillt der wahrscheinlich Neues Budokai Tenkaichi ist angekündigt, heißt es auf das Game Aber sowas haben Das werde ich hier auch suchen Gohan Gaming, hallo, ist neu Mit dem Turnbuckle-Polster entfernen, dass der Schiedsrichter es wieder anbringt Ne, das gibt es schon häufiger Dass man dann eine Waffe benutzen kann Ne, das gibt es schon Das gibt es schon länger Was gefällt dir bisher am besten? Naja, da ich mich selbst noch nicht im Spiel gebaut habe Gibt es noch nichts So Gut, auf geht's Tag Team Match, bin sehr gespannt ob es klappt Und wir haben es richtig ausgemacht Ähm Denn, äh, oben die Anzeige ist weg Dropdown Leapfrog Dropkick Arschlück Und Armdrag Was sagst du zu Grass und Dom Grass Meinst wahrscheinlich Ray, oder? Ähm Ja, es war ja abzusehen, dass das Match stattfinden wird Aber ich finde es geil Ich bin gespannt ob Ray aus seinem Sohn ein gutes Match rauskriegen kann Okay Da geht's abwärts Gameforce Treiber verfügbar Das ist natürlich immer die perfekte Die perfekte Möglichkeit Wenn ein neuer Grafikkartentreiber Genau dann Kommt, wenn man gerade es trügt Kannst du spielen öfter Ein Livestreams zocken öfter Als Super 20 spülen Keine Ahnung Weiß ich nicht Wenn morgen Budokai Tenkaichi 4 rauskommt Dann zocke ich nichts anderes mehr Also außer Dragon Ball Als Beispiel Ich entscheide ja nicht, was hier gezockt wird Also doch, wenn ich entscheide das Ha! Enzo! O-T-T-T So, zack Und Warum auch immer der gerade keinen Tag gemacht hat Nehme ich in ne Ecke rein Danke er vom täglichen nichts sagt so als was auch mal getaggt das modus testen na klar dafür ist jetzt reinkommen nur für den formen danke dann kommt ihr jetzt schon rein steht doch mal ein bisschen vertrauen kann jetzt schon einfach übelst schwer kontern also egal was ich jetzt schon umgestellt habe es ist jetzt schon so dass meine konnte auch super schwierig das ist doch schön Zah, schön Flying Uppercut. Oh, BANG! Das ist nicht gut. Schön Guttridge Suplex. Seth gegen Logan wird ein Banger. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nix sei jetzt hier mit Tag. Ich glaub's wohl. Bin wir hier gerade am Brustziehen. Au. Okay, jetzt scheine Tag, die muss zu geben. Ich war nur zu blöd dafür. Und au. Au. Aus Beinchen. Glauben mittlerweile auch nicht, dass Cody gewinnt. Gegeben. BANG! Jungs. So. Oh. Double on the hook. Und nix. Alabama Slam. Nice. Schöner Konter. Ähm. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Und. Ah. Der Tag. Nice. Finisher ins Leere gesprungen, damit der Tag kommt. Das ist ja auch witzig. Gut, das war jetzt mein, äh, krasses Super-Comeback, äh, House of Fire-Ding. Ich will nochmal. Lass nochmal probieren. Zack. Jetzt aber. House of Fire. Komm. Zack. Und komm. Stirb, stirb. Bum in Feed, Bum in Feed. Was ist mit dir los? Zack. Los. Stirb. Fauler Sack. Oh. Nice. Ey. Wow. Okay. Are you in James oder Drew? Ich glaub, Drew. Winkst du Cody gewinnen? Ah, mittlerweile nicht mehr. So, danke, danke, danke. So, jetzt. Jetzt muss das Ding bekommen. Ah, scheiße. Voll auf der Ecke. Ah, nice. Oh, cool. Oh, da geht's. Oh, Double-Ex-Handle. Oh, er loshält das Ding einfach. Kennt er nix. Alter. Jay dreht richtig auf hier. Geh mal, Rinder wieder einfach. Hey. Das war ein Wasser. Nope. Ich warte jetzt eigentlich, bis man Tess wieder auf dem Apion steht. Damit ich... Oh. Damit ich nämlich zum Finisher ansitzen kann. Weil ich will die Tackling-Finish machen. Oh. Nett. Oh, oh. Flyos ins Nichts. So, jetzt können wir mal hier durchziehen. Oh, nein. Ha. Jared Suflats. So, das Problem ist, Jimmy wird auf jeden Fall eingreifen, wenn ich das durchziehe. Wenn ich es irgendwann mal hinkriegen würde. Mann. Jetzt aber. So. Auf geht's. Ender. Bam. Und Montez. Froggy. Ach, schlecht. Schaut das Ding. Eins. Oh, scheiße. Angelo, das hättest du aber easy verhindern können. Was ist denn da mit dir los gerade? Ey. Okay. Auch ein neuer Move. Zack, zack. Das Kaya. Schön. So, warte. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich. Montes Running Blockbuster Ecke bei Gegner am Boden Running Thunder Frog Splash Okay Ecke von Also immer Ecke Ecke sind nur eine gute Sache Oder auch nicht Ja, das würde ich auch machen, aber Warte Boah, der kommt aber angeschossen, ey Ähm Okay Die attackiert jetzt den Indaktiven Auch schon Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt Jetzt attackiert er mich, okay Aber schmeiß mich wenigstens nur rein Das finde ich auch okay Oh, Electric Chair Au Tiefel sollten eins verteidigt werden Ja, finde ich auch Okay Kein Ding Alter So, jetzt kommt Tag zu Jimmy Der hat sowieso noch ein bisschen mehr Bums Oh Scheiße Er killt einfach gleich Kommt rein und tötet Kann ich aufspringen oder so? Kann ich irgendwas machen? Au Au Das ist nicht dein Ernst Aber das wäre ein knapper Kickout gewesen Mit Kalon als Karholen Ja, das wäre gut Okay, also Montes 4 hat sich rausgeholt Und das ist schon passiert Ist schon mal ganz gut Oh Shit Nice Aber diese Dice Connecten auf jeden Fall viel besser als vorher Das war sonst anders Ist die Seite WrestlingTickets.de down? What the fuck? What the fuck? Wieso ist die Annemarie-Seite down? Achso, ne, nur die Verlinkung ist down Hä? WrestlingTickets.de Hä, was ist da denn los? Also ja, UnlimitedWrestling.de geht noch Keine Ahnung, warum die Verlinkung gerade nicht mehr hinkert Okay, da drüben geht's ab Okay, ersetzt den Ref-Count zurück Alles klug, alles gut Oh, too sweet Dreier geht immer Too sweet Dankeschön Drei Euro Donation ist da Dankeschön Das Spiel wird heute Mein Monatseinkommen generiert Nein, nicht hacken Oh, fuck Okay, ich kann nichts machen Ich find's cool, dass er beim Zellen Quasi an der Barrikade zählt Das ist auch geil Das gab's vorher auch nicht Aber das war jetzt echt knapp Oh, geil Alter, was machen die denn hier Für eine kranke Kette einfach Und nochmal ins Reinwasser So, jetzt aber Zack Auch nett Oh, nee Oh, die olle Referee-Dame ist mir Und spielt die Rand, ey Guck mal, das hier Unmöglich Keine Chance Das war im letzten Teil auch schon so Der ganze drücken wie ein Weltmeister Oh, shit Oh, shit Oh, shit Das war's 3D Das war's Das war's Oh Nice Ich hab wieder verloren Ist gut Das ist gut Ich find das gut Weil das heißt, das ist schwieriger Das ist schon mal nice Warum gibt's kein Fastlane-Pay-Perview mehr? Du bist noch nicht so viele Jahre dabei, oder? Weißt du, wie viele Pay-Per-Views es nicht mehr gibt? Bestimmt 100 Es gibt mehr Pay-Per-Views, die es nicht mehr gibt Als es Pay-Per-Views, die es gibt Simoko 29 Monate Resurrection Obstack 17 Monate am Start Cascara 74 Monate am Start Sword of Season 19 Und Trickstar 50 Monate Nein, sehr nice Ich kann nur Jey und Jey mit dem Titel abnehmen Aber ich glaub, der Zug ist auch abgefahren Okay, ich konnte jetzt gar nicht so richtig abschätzen Weil die haben das Finish zu gut gemacht Die haben den inaktiven Part What the fuck Äh Die haben den inaktiven Part ausgeschaltet Und haben dann den Tag Team Finish durchgezogen Also Es war zu klug Gemacht Als dass ich jetzt kontrollieren konnte Ob man immer noch die ganze Zeit Eingriffe hat Deswegen Erstmal hat Tag Team Matches Den ersten Test bestanden Aber Ja, ob es auch dauerhaft so bleibt Werden wir sehen So Schauen wir mal My My GM Universe My Fraction So, gibt's schon wieder neue Kurs Und ihr so Alter, ich will Matches in dieser Wichser Wie kann der denn die ganze Zeit Diesen scheiß kreativen Modus rumwichsen Spiel mal Girls Zum Beispiel Gigi Dolan Du willst den nur sehen Aus der Nähe So sieht's doch aus Oh, hier gibt's schon wieder aktuell was Ähm Kofi aus 2012 Warum sollte ich den haben Tegan Nox Wow Nicht so schlecht Gibt es eigentlich schon Pläne für Stream wegen WM 1.4 mit 12 Stunden wegen NXT Also kein NXT Aber alles andere Ja, Bumble Earth Dankeschön auf jeden Fall Kuss geht an dich raus Für 10 Euro Donation, Alter Sehr nice Ähm Ja, also Es wird Livestream geben Wir zocken das Spiel vorher Wir zocken Ähm Alles vorher Ähm Und wir werden auch Ähm Live Reactions machen Aber wir werden nicht Zu NXT machen Ähm Das Ne Das muss nicht sein Ich sage live Danke für deine 20 Momente Resub Ähm NXT muss Das muss nur verbündig sein Wardlow Ah ja Erkenne ich sofort Ganz klar Ähm Okay Also viele Viel Scheiße wird hier wieder hochgeladen Das würde ich alles verbieten Entweder du lädst einen anständigen Wrestler hoch Oder du lässt deine Scheiße hier einfach So Spiel mal Bray Wyatt Ha 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 Hab zur Zeit Probleme In meinem Network zu reaktivieren Zahnbestätigen drücken Das kann Keine Ahnung Kann ich dir nicht weiterhelfen Okay Ich weiß nicht wer das ist Aber die scheint gut nachgebaut zu sein Die sieht irgendwie realistisch aus Oder? Kennt man die? Wow Was hat die denn Für ein Klotz am Bein? Ist das ein Knee-Bed? Also das ist ja krass Such mal nach Cardona Es sind noch nicht so viele Leute da Freunde Ich kann gucken Genau Ich spiele jetzt als nächstes Erstmal mit Gunter Das ist glaube ich Erstmal am wichtigsten So Wir gucken mal nach Cardona Aber ich glaube So früh Sind die Sind die noch nicht gut Das ist ja das Ding Es gab auch im letzten Spiel Keinen anständigen Guck mal Das soll es sein hier Das ist der beste Matt Cardona John Degas John Degas The Perfect Ten So wenn ich schon mein Konto komplett leer räume Wegen dem Game Ist auch noch ein 10er für dich dabei Na das ist doch wundervoll Dankeschön Alter 10 Euro Donation John Degas Ist mit dabei Kennt er nichts Galer Typ Dankeschön Ja Konto ist leer Auf jeden Fall Wegen dem Game Aber läuft Wieso gibt es da eigentlich keine Suchfunktion mehr Die habe ich gerade genutzt Ja das ist Matt Cardona einfach Das ist der beste den es gibt Ist jetzt nicht Super scheiße Aber ist jetzt auch nicht Super geil Da geht sicherlich auch noch mehr Was hat der Typ sonst noch gebaut Nichts Nur Matt Cardona gebaut Ist gerade unterlagen Als Prader Charakter habe ich schon gemacht So Warte mal Wir gucken nochmal nach Ups Soll ich den als Lieblings erstellen machen Wir gucken nochmal nach Einen anderen guten Den man immer gebrauchen kann Will Wir gucken uns mal alle guten Wills an Ich glaube aber Osprey ist schon Bei Osprey so geile Gier hat Oh scheiße Ähm Ist das glaube ich schon schwieriger zu basteln Hier kommt der Money Und die Suzuki Auch nicht schlecht Hier kommt der Money Naja fast Wo ist Meth incoming Mit der hartesten Rechnung 245 Bits von Monster White sucht Alter Jetzt geht bei dir ab Da geht ja mal richtig was ey Dankeschön Voll krass Kannst du Wargames mit Gunther spielen Kann ich ja Aber ich werde ein normales Mensch mit Gunther spielen Das ist alles hier Fassig Zero Cloud 45 Minuten Twisted bis 17 Dankeschön Also Will Osprey Gibt es noch nicht Schlecht Ähm Wer ist der Lieblings Wrestler zur Zeit Ich selbst Guten Abend Wie ist dein erster Eindruck Ähm Gut Eigentlich gut Sehr gut Ähm Guck mal nach Kenny Oder Young Bugs Ja Kenny Könnte es vielleicht schon geben Ich suche jetzt mal nach Kenny Und dem war es das Besser als 22 Ja würde ich schon sagen Okay Hier ist zumindest Ein bisschen was Ähm Nun Ähm Er war stets bemüht Okay Können wir das so sagen Er war stets bemüht Allgemein erstmal nach All Lead Ja da brauchen wir jetzt noch nichts Groß machen Wie gesagt Das Spiel ist Das Spiel kommt offiziell am Freitag raus So Also mal ganz entspannt So Ähm Ja Machen wir mal So nehmen wir mal Rumble Weil das für den gut geklappt hat Und dann spielen wir mal mit Gunther Gunther Nein Gunther Warte Wir machen mal gleich ein paar Managern noch mit dazu Ludwig Kaiser Und Giovanni Vinci So Und dann gegen Cody Oder was Ich hab im Stream Cody gelesen Cody Rutz Cody 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 hat keine Freunde Gut Das Gerücht gehört Das lässt er bald aufhören sollen Da glaube ich erstmal nicht dran Der macht so viel Geld Für so wenig Arbeit Mach mal für den Hintergrund Nee Das ist ein lustiger Bug Okay Das ist doch jetzt schon ein Bug Dass Gunther nicht in der Mitte steht Ist doch schon jetzt der Bug Oder Was ist da denn passiert Nein Benno hab ich runtergegangen Dann stellst du deinen eigenen Charakter Wenn mein Discord Wenn mein Discord Da alles reingehauen hat Okay Mein Discord sagt Nö Gar gern Bock auf die Scheiße Fick ich einfach Keiner macht hier irgendwas Gut Muss ich alleine machen Was ist da Und dann ist das Cody nicht gewinnt bei Resume Ach keine Ahnung Und so haben ja auch alles irgendwie zugeleckt mit Köln. Baut. Drei Monate hübscher. Nimm mal ein Prime. Gerne, gerne. Und das sieht sehr gut aus. War da gut aus. Untertitel, IC-Titel machst und Gunter verteidigt feiert er mit zwei IC-Titeln mit Ludwig Kaiser, okay? Wie will das denn? Wrestling. Sorry, aber die Muck ist einfach so geil. Kalle, 22 Minuten, Dankeschön. Ludwig als Manager habe ich auch schon einen Laber, der noch ist. Martin, wer hat den besten Theme deiner Meinung nach? Randy Orton. Und Platz 2 ist er. Weil es muss ein Theme sein, was auch auf den Wrestler zugeschnitten ist. Und da hat Randy Orton einfach beste Theme und Cody zweitbeste Theme. Und er drückt meins. Du musst doch noch meins anhören. Meins ist auch perfekt auf mich zugeschrieben, weil ich selbst einen Text dazu geschrieben habe. Was sagst du zu diesen Andes Google-Titeln? Sollten die zusammenbleiben? No? Okay, bleiben. Oh, Cody sieht so fucking gut aus. Da haben die sich so viel Mühe gegeben für den Wichser. Da haben die extra gesagt, scheiße, Cody ist einfach bei uns übelst im Hype einfach. Der muss der muss sitzen. Weißt du, wenn Cameron Grimes scheiße aus dem Ding und der interessiert keine Sau. Aber Cody, der muss der muss sitzen. Ja, bei Clubs ist auch gut, ja. Clubs Theme ist auch richtig gut. Neue Folge, aber schon lange auf YouTube dabei. Also, der Unheilige ist ja Biser. At the cup Lights go up und HOME Waaaaaaaaaaa Look at ez, Shaumeier. Guten tag. Cody. Die kniftes. Oh. Da würde gerade ein Chuck��z aber das ist in. Oh. Hoi! Was hast du damals von Great Khali gehalten? Ähnlich viel wie von Omos. Nur dass Great Khali noch mehr konnte. Omos ist der Beweis, dass die Größe nicht immer eine wichtige Rolle spielen sollte. An alle Damen da draußen. Größe ist nicht alles. Mit Schwierigkeitsschufe auf legendär und noch schwieriger. Auf legendär und noch schwerer geschehen. Hoi! So, jetzt reicht's! Oha! Es steht einfach wieder auf! Ich habe gesagt, es reicht! Ey! So! Und zack! Bleib einfach mal liegen! Okay, die Rausrollerei nervt mich jetzt schon, aber die kann man einstellen. Oh, oh. Oh. Günter. Günter! Jetzt aufpassen! Obacht! Oh, das ist auch nichts! Zack. 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 Zeit! Zeitwurzel! Nein! Nein! Und zack! Warum hat Giovanni Vinci nicht die Imperium Gear? Weil Giovanni Vinci bei NXT bei Imperium rausgeflogen ist. Rausgenommen wurde. Und deswegen ein neues Makeover bekommen hat. Mit einem neuen Namen und so. Das ist im Game. Und die Imperium Klamotten von ihm kannst du halt runterladen. Aber die sind halt nicht im Game. Weil ja, das war eigentlich. Also das ist nicht der Imperium Giovanni. Sondern das ist der NXT Giovanni. Alle anderen haben mich verlassen Giovanni. Wieso kommen alle in die Main Shows nur ich nicht Giovanni? Der ist das. Oh, 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 oh. Nein! Dafür kriegst du jetzt das Ding hier. Tschüss! Auf Wiedersehen! So, jetzt wird ja mal ein bisschen gechoked hier. Ey! Okay, das war schon mal nix. Nein! 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 Wie du das ewig brauchst, um da hinzukommen. Oh, nur in den Big Boot gelaufen. So, macht man das. So, ich würde sagen. End. End. Guter kann sich den Titel von Cody holen. Äh, von Cody holen. Von Reigns holen. Das war's. Oder auch nicht. Ich hab den die Hitze schon voll bestellt und es ist nicht da. Ich muss noch warten, bis heute kommt. Okay, wir müssen mal tracken, wo du bestellt hast. So, das ist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, wie schade, wenn man den sofort hätte. Ah, gut. Cody hatte keinen, äh, keinen Finisher. Aber das wäre krass, wenn den Finisher gestort hätte, dass man daraus quasi gleich Finisher hätte rausbauen können. Oh, Cody. Cody. Oh. Zack. Alistair Black-Comeback. Zumindest hatte Alistair das im Spiel. Und. Und. Crashroads. Nixer. Ausgekickt. Und. Cody Cutter. Und. Nix. Das klingt geil. Oh, nochmal. Crossroads! Kick out! Was? Ich glaube Gunter hat auch einen Powerbomb als Finisher. Wer ist als Legende verfügbar? Kannst du mal zeigen. Zumoko, es gibt 700 Legenden im Spiel. Hoff ich die alle hier angerannt kommen? Alter, was ist denn da los? Kommt mal runter. So toll ist es jetzt auch nicht. Alter, komm die hier. Alter, es wäre hier. Jetzt gibt es hier Bananen, ey. Oh, Giovanni, ich weiß nicht warum du mir gerade einen Stuhl in den Ring gelegt hast, aber nett von dir. Ach so, einmal nur weil da schmeißt du ihn raus. Ja, danke dafür. Oh, nein. Nächster. Nächster, mein Freund. Tschüss. Das war's. Was? Yes. Oh. Ey. Ja. Nein, aber nein. Aber es wird super aufgepinnt hier, muss ich sagen. Das gab es im letzten Spiel auch nicht. So viele Pins. Alter. Okay, okay. Oh. Also Schlagabtausch und so, das macht richtig, richtig Spaß. Oh nein. Oh, River City. Oh. Oh, River City. Oh. Snap, man. Und... Yo. 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 Schon fast hinten, der hat hier durchgezogen. Ist gut. Ja, bisher finde ich gut. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen was machen. So, Freunde. Jetzt ist so weit. Jetzt geht hier weiter drauf. So, Freunde. Oh, Double Unlock. Oh, shit. Oh. 1, 2, was? This is awesome, Chance hier einfach. Nicht dein Ernst. Ey. Backboot. Ja, bam, Junge. Schein angeschleife, Junge. Ey. Ja, das mit dem Rollsrollen, da muss man ein bisschen anpassen noch. Oh, nice. Schöner Konter. Nein, nein, nein. Nein. Boah, keine Chance. Nice. Krass, ich hatte noch nie, dass ich überhaupt keine Chance hatte, dass ich aus dem Pin rauskam, weil ich ja relativ schnell drücken kann, aber es war immer so ganz knapp, im letzten 1% gefühlt, aber das war gerade nicht knapp. Das war einfach, okay, keine Chance. Keine Chance, dass ich rauskomme. Finde ich eigentlich aber gut, weil irgendwann muss nochmal Ende sein. Ich bin aus drei oder zwei Crossroads ausgekickt. Wäre schon nicht schlecht, dass man dann auch mal langsam einen durchhaut. Okay, ich habe bisher alle Matches verloren. Super. Aber das finde ich gut. Kann man ein Pin Game ändern? Let's go. Oh, ja. Also, ich glaube, so wie ich es jetzt eingestellt habe, finde ich es schon mal recht gut. Das Rausrollen ist noch ein bisschen nervig, da kann man aber was dran ändern. Präsentation Ballenroof. So, wie heißt die Scheiße? Kombo-Rate, es hat Mischenrate, Sprungrate, Sprungbrett, Griff, Schlag, Laufblock, ausweichen. Hier, ich habe das alles ein Stück höher gesetzt, als es ursprünglich war. Also, ihr seht es nicht. Ich habe es auf 60 gesetzt übrigens. Alles. Damit ist die KI schon mal wieder 10% stärker. So, Standard-Reversive-Booten. Benommen Erholungsrate. Rollout-Häufigkeit. Rollout-Dauer. Was heißt denn Rollout-Dauer? Die machen es auch weiter runter. Häufigkeit noch ein bisschen weiter runter. Oh, das. Oh, bald ist es auf 30. Benommenheitsaufbau. Benommenheitsdauer. Ich glaube, wenn es auch eigentlich wäre, würde ich es besser verstehen. Abklingzeit für Gesundheitsregeneration. Schwierigkeitsgrad für Tagebefreiung. Das müsste leichter sein. Ist ja die Frage, ob wenn ich auf 30 mache, ist der Schwierigkeitsgrad dann leichter oder nicht leichter? Schwierigkeitsgrad 30. Würdet ihr sagen, Schwierigkeitsgrad 30 ist einfacher als Schwierigkeitsgrad 100? Und was ich auch irgendwie mehr hätte, ist, wenn du am Boden liegst, dass dadurch das Kontern am Boden ein bisschen einfacher ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn du am Boden liegst, dann ist feuerfrei. Du kannst nichts machen. Bodenangriff-Reversal-Fenster. Aber das ist ja meins, oder? Ja doch, dann passt das doch. Bodenangriff-Reversal-Fenster müsste ein bisschen höher sein, weil ich meistens da überhaupt keinen ansehe. So, ich glaube, so komme ich klar. So ist es schon wieder ein bisschen schöner. Wir passen das so lange an, bis wir die perfekten Einstellungen haben einfach. Wie schnell du dich rausrollst. Achso, okay. Ja, gut. Kannst du mal bitte Carrying Cross spielen? Ja, kann man auch mal machen. John Cena gegen Austin Theory machen. Nee, das ist ein WrestleMania-Match. Das mache ich erst nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn WrestleMania heißt. Ich. Drei Stunden gespielt, der erste unendliche Ladebildschirm. Okay. Ist das ein Bug, ja? Habe ich noch gar nicht von gehört. Spiel Rhea Ripley jetzt. Ja, jetzt können wir mal mit irgendwelchen Ladies spielen. Wir wollen ja hier ein bisschen für Gleichberechtigung sorgen. Deswegen spielen wir 200 Mal mit Männern und einmal mit Frauen. Weil das reicht doch. Was sagt der größte Wrestling-Guru zum neuen Game? Bisher finde ich geil. Vielleicht gewinnst du mit Girls. Around the world, Girls. Schauen wir mal. Queen of the Ring-Turnier machen wir natürlich auch mit Männern. Soll ich Gigi Jordan spielen, weil die geil ist? Du bist sexistischer Bastert. Du guckst nur nach Aussehen. Du guckst nur nach Aussehen. Gucken. Gucken nach Aussehen. Verstehst du? Mit Rhea. Aber Rhea ist eigentlich ganz cool. Ich würde ja auch mit Charlotte zocken, aber das kann man auch als nächster Woche machen. Nikita Lawyer. Oh, die ist auch im Spiel. Cool. Ist Nicky Ash und Nicky Cross im Spiel oder ist nur Nicky Ash im Spiel? Aber das noch und da im Spiel ist natürlich schon cool. So, okay. Dann machen wir mal... Ja, Rhea geht schon fit, oder? Vorrecht als Streamer? Ne, das Spiel kam heute raus, deswegen kann ich es zocken. Hä, wie kannst du das Spiel zocken, was heute rauskam? Also, das kommt heute raus, wenn du dieses Superpack hast. Und dann geht das. Gegen Becky, hallo. Da will ich die Klamotten mal sehen. Hab ich Becky nicht schon gesehen? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an nichts einfach. Okay. Becky hat 96, alter. 96. 69 einfach. Auf Steam erst am Freitag. Ja, auf Steam, aber... Ähm, die... Das Icon Pack und das Superpack, die teuren Packs, die kannst du ab heute schon spielen. Na gut. Okay. Ich würde sagen, so machen wir es. Let's take out. Let's take out. Ich glaube, es ist die Paarung eigentlich mal. Bestimmt. Jacks TV, jemand zum Spielen. Ja, wir haben halt jetzt auch alle Frauen stärker gemacht. Weil du ja mit Frauen sowieso nur gegen Frauen zockst und dann können die auch 100 haben bei Gleichberechtigung. Das ist ja logisch, dass Becky Lynch genauso stark ist wie Brock Lesnar. Ist ja logisch. Weil alles andere wäre sexistisch. Pfff. Aber ich kann jetzt wenigstens mal die Fienste anständig hören in den Spielen, weil ich hab... ich gucke ja sonst immer Wrestling in schnellerer Geschwindigkeit. Also die Weeklys gucke ich ja immer in schneller. Das heißt, da kann ich gar nicht auf die Musik achten. Und bei Pay-Per-Views, wenn ich die live gucke, gucken wir ja immer zusammen. Und dann quasi nicht eh drüber. Ich meine, jetzt quasi auch gerade drüber, aber ich höre zumindest das Team gut. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon Die Klamotten sehen schlimm aus einfach. Schön erstmal im Backstagebereich von Ronda Rousey schminken lassen. Aber ich glaube, du hast ja, das ist ja das Coole in dem Spiel, aber du hast unendlich viele Möglichkeit, die Klamotten anzupassen. Das war vom Summerslam die Klamotten, oder? Oder von Survivors Series? Summerslam? Summerslam kann sein. Danach war die ja verletzt. Rhea's gonna kill you. So, dann mal los. Rhea Ripley und Becky Lynch. Auf den Nacken? Ne. Oh ja, gleich mal Ende. Ja, da kostet so viel Korbplätze. Ja, das stimmt. Da muss man halt gucken. Aber wie oft spielst du mit Becky Lynch? Also, nebenbei. Cool, dass du den, die Move als, dieser Move in der zwei Moves in einem kannst du zwischen durch Konti so vorherbrechen. Ich spiel halt alle Modis mal an. Au! Dropkick. Oh, nein. Autsch! So, das ist alle Lüge. So, ohne klar. Oh, oh, oh. Oh, sie dived! Oh, nice! Nice! Ha! Wow! Okay. Auch nicht schlecht. Dass man schon, wenn es rauskommen soll? Ne. Wow! Auch das Ding konnte ich wieder nicht kontounen. Ich glaube, ich habe das Kontoun mir zu schwer gemacht. Das kann sein. Ich drücke, ich drücke, richtig. So, das war's. Nein, hallo, zwei, das war's. Ja, ihr wolltet früher sehen. Ich habe nichts dazu gesagt. Aber, ich kann euch sagen, ich habe jedes einzelne Mal richtig gekontert. Also habe ich das Kontern zu schwer eingestellt. Es hat nicht, er hat nicht gekontert, obwohl ich immer richtig drückt habe. Also, da muss man noch ein bisschen anpassen. Es ist aber geil, dass es überhaupt geht, das alles anzupassen. Und Becky braucht mich, ja. Müssen wir mal runterladen. Die Serie hält. Paco, noch ein 15-monitor Resert. Dankeschön. Ähm. Creation Suite soll übrigens auch viel, viel besser sein jetzt. Professor, 10-monitor Resert. Dankeschön. So, warte, ich muss jetzt mal das Kontern wieder ein bisschen einfacher machen. Ähm, dam, 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 bam, bam. So, KI kann ja weiterhin schwierig sein, aber ich will mal ein bisschen kontern können. Standard Reverse Fenster setzen wir doch mal wieder auf 50. Ähm, Signature Reverse, das passt schon. Das will ich auch, dass es schwer bleibt. Boden, Angriff Reverse Fenster. So. Wie oft mir das passiert, dass ich immer aus dem Menü wieder ins ganz Menü gehe. Hä, wirklich. 2K so verbuggt wie die letzten Jahre dafür. Naja, bisher habe ich noch gar keinen Bug gesehen. Da ist vielleicht mal irgendwas falsch geglitscht. Keine Ahnung, da hängt der Arm nicht so, sondern so. Machen wir ansonsten. Ähm. Okay. So, wir wollen mal SummerSlam Arena gucken. Cena. Ach komm, mit Cena kann man auch mal zaubern. Cena gegen Bandbook. Cena gegen Punk. Beim SummerSlam? Macht sogar fast Sinn. Komm, wir machen Cena gegen Punk. Einmal, weil es lustig ist. Jetzt, jetzt muss ich auch mal gewinnen. Cena muss mir den Sieg holen, einfach. Steuerung, was Neues? Äh, schwer zu sagen, weil ich kenne nicht deinen Ursprung. Die Steuerung ist nicht anders als letztes Jahr, aber die Steuerung letztes Jahr war anders als die davor. So, das ist halt... Das hat er sich aus dem Arsch geholt. Was hat er sich aus dem Arsch geholt? Das hat er sich aus dem Arsch geholt. Ähm. Reignsared? Glaubst du wirklich Reigns verliert gegen Cody? Ich habe vorhin erzählt, dass ich es nicht glaube. Jetzt ist Sina gegen Kiki-Kiru. Nein. Sina wird die Fackel weitergeben. Wir sehen die neue Gier im Laufe der Zeit noch. Du kannst jede Gier runterladen. Ich nehme mal ein bisschen Arme. Viel zu dünn. Ich glaube, du musst mich mal in echt sehen. Zlata 21 Monat Resert. Sascha 25 Monat Resert. Dankeschön. Pfft pfft. Sehr gut. Richtig angekündigt. So. Wie sind deine Bizepsmaße? Keine Ahnung. So groß wie mein Schwanz. Also 11. Oh, ich habe gekontert. das ist immer der erste schon seit jahren ist auch nicht im game ist der erste der überhaupt nichts da kann man mit supercena freischalten supercena kann man nicht pinnen was er kriegt immer bei zwei aus ich weiß dass es einen unsichtbaren genzina gibt in dem spiel was auch lustig ist mitbekommen dass ordentlich eine weitere wirklich bekommen soll haben sie doch also wenn es eine sache braucht dann noch nie weil ich finde all elite rampage all elite dynamite all elite dark elevation und ring of honor ist einfach zu wenig zu viel zu wenig fünf shows pro woche das ist einfach viel zu wenig ich habe noch so viel mehr zeit in meinem leben ich möchte merken also das ist auf jeden fall das was all elite noch noch gebraucht hat das ist gut gemeint ja das ist punk und steroids glaube ich das ist gut Super Sina mit 100, unsichtbarer, okay. Nächster, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Scheiße. Ach, oh fuck. Schacht, du hast mehr Viewer als Rewe. Hä, wie geht das denn? Oh fuck. Komm, komm. Das finde ich halt auch richtig cool, aber das gab es im letzten Spiel auch schon, dass man sich so durch die Gegend robben kann und quasi auch zu den Seilen robben kann. Das ist auch cool. Oh ey. Ja. Leute. Ich bin nur Rewe. Aber warum habe ich mehr Zuschauer als Rewe? Weil die ganzen Kinder schon schlafen. Bam! Schutz feiert! Oh Gott. Hahaha. Ja, ich habe das schon gesehen und es funktioniert nicht gut. So, jetzt er, jetzt er. Yeah, you kill's off, f*** dich, man! Oder auch nicht. Na, dann halt so. Dann halt so, zack, und rüber, und attitude adjustment. Komm, eins, zwei, oh. Habe ich gedacht, mit Sina, der macht's. Der macht's. Warte, schweb, Konter, zack, oh, Bright Comeback! Ah! Klaus, nein, duck, und hier, zack, oh, genau, ja. Ganz entspannt, kein Problem, Hardcore, Hansi, zweimal Schussab. Alter, wie oft macht der den, den Fischer-Mann? Nichts, da, oder doch? Was sollte das denn, den Fischer oder? Oh, jetzt er. Nein! Oh, Fiel-Attempt! What? Scheiße! Das ging so schnell durch, hier konnte ich gar nicht gucken, was ich drücken muss. Ah, ja. Weißbier, 33 Monate Wieser, Dankeschön. Aber auch wenn ich mehr Zuschauer habe als Rewi, hat Rewi auf Twitch trotzdem noch das 800-fache von meinem Einkommen. Deswegen muss ich sagen, passt schon. Maju! 32 Monate Stufe 3, Alter. Ein arm schöner Mann. Ein arm schön. Das geht. So, ist der 20 Uhr, oder? Kann das sein? Kann man langsam was für Essen bestellen. Ich habe mir nämlich extra nichts entkocht, weil ich dachte habe, nee, ich ordere mir einfach irgendeinen Schmutz wieder. Irgendeinen Schmutz. Und fress das denn, bin wieder voll enttäuscht, weil es einfach nicht schmeckt. Und es wird einfach wieder unterhaltsam für euch. Das dachte ich. Ist eine gute Idee. Showcase my gym. Meine Story. Ach, das ist ja kein Eherum aus, ne? My Rice. Ich spiele mal My Rice. Was ist denn My Rice? Das hier? Steht doch mal in Fraction. Geh mal kurz hier rein. Jetzt hast du mal Jam. Wieder weiter. Ja, wahrscheinlich schon. Können wir wetten? Äh, hä? Auf was willst du wetten? Auf das mein Essen nicht schmeckt? Das ist also dieser Modus hier. Da sehen wir einen Solo Segura mit krassen roten Klamotten. So, natürlich als alternative Klamotten nutzen. Hier, damit ihr es wieder mal gesehen habt. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir Klamotten runterladen und die als mein Dings verwenden? Hier, so geht's. Das war's schon. Er müsste nicht machen. My Rice ist Karriere. Warum werde ich jetzt direkt immer in diesem Bildschirm und nicht wieder in den Bearbeitungsbildschirmen geschoben? Weil die davon ausgehen, dass ich nur einen bearbeiten werde? Nein. Danke für deinen Content. Ich liebe es, beim Essen deine Videos zu schauen. Immer weiter so. Naja, dann. Schön, dass du auch mal hier im Chat bist. So, Dominik. Es gibt übrigens es gibt einen Porno-Darsteller der sieht aus wie Dominik Mysterio. Und das ist so, so lustig. Jeden Tag, wenn ich den dreimal ich meine jedes Mal, wenn ich den zufällig zugeschickt bekomme lache ich mich darüber tot. Warte, ich gucke mal, ob ich den finde. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wirklich, das ist so lustig einfach. Oh, scheiße. Ich sehe gerade, es gibt zu viele. Ich gucke mal, ob ich den spontan finde. Es ist wirklich fucking witzig. Wenn ich das nächste Mal raus will das ist halt das Problem bei den Filmchen die man so kauft und guckt da wird ja immer nicht gezeigt wie der Mann heißt. Weil das ja meistens die Leute nicht interessiert. Weil ja keiner so bescheuert ist und sagt Hey, lustig, der sieht aus wie Dominik ist ja voll witzig wir wissen, wie der heißt. Das mache ja nur ich wieder. Ähm Ist natürlich auch blöd. Also googelt nicht das was ich jetzt google weil da kommen Sachen die wollt ihr nicht die wollt ihr einfach nicht. Ich finde das noch raus. Es kann nur ein, zwei Tage dauern bis ich das rausfinde, Freunde. Wollen wir mal ehrlich sein. Ich werde ihn wahrscheinlich heute schon wieder sehen. Oh, warte. Ich glaube, ich habe ihn. Oder ich glaube, ich habe ihn doch nicht. Ist ein schwulen Porno. Nee, dann ist das. Ist kein schwulen Mensch. Ist schon einer der Hauptakteure. Ähm Ja, ist schwierig, das zu finden. Ähm Ich finde den raus, Freunde. Ich finde den irgendwann raus. Ich sage es euch dann. Es, äh Ich kriege das hin. Es ist eine Frage von Tagen. Es könnte selbst es könnte heute wieder passieren. So Auf jeden Fall ist das super lustig. Der sieht wirklich aus wie er. Ihr werdet euch tot lachen. Ähm Hat AJ Lee nicht selbst Pornos gedreht oder war das ein Lookalike? Wahrscheinlich eher ein Lookalike. AJ Lee war 19, als die in die WDE kam. Wenn die davor schon Pornos gedreht hat. Nicht schlecht. Äh Hatamoto Im Browserverlauf. Hahaha Als ob ich im Browser Pornos gucke. Was ist mit dir los? Wie oldschool bist du denn? Auf halt mal Programme. Ähm So Ähm Carmelo Hayes Ich will die jetzt nur als äh Alternative Klamotten schon mal reinbauen. Aber hat der nicht dieses komische Himm-Gimmick aktuell hier? Carmelo Hayes? Angeblich geht Codys Musik nicht wenn man sein Detail erinnert. Das ist auch lustig. Nein Benoit ist nicht im Game. Wieso sind alle immer so über Weißt du Da steht Benoit und CM Punk und alle sagen Oh mein Gott wieso ist Benoit im Game? CM Punk ist auch nicht im Game. Was glaubt ihr denn wie das hier passiert ist? Okay Man kann CM Punk nicht sehen weil meine Fresse davor ist. Okay Ihr kriegt Ihr kriegt So Also nein Keine Angst Der ist nur runtergeladen Aber dass du das fragst zeigt mir einfach dass ich wette mit euch dass bestimmt 60% aller Leute die das WWE 70% aller Leute die das WWE Spiel spielen kein blassen Schimmer davon haben dass man sich hier auf diesem Punkt alles und jeden runterladen kann. Kostenlos Ich wette das wissen so fucking viele nicht Alle spielen die ganze Zeit irgendwie My Rise die ganze Zeit öffnen Packs den ganzen verschissenen Tag und wissen nicht dass sie jeden Wrestler der Welt kostenlos runterladen können Jede Klamotten die es gibt von irgendwelchen Wrestlern kann man runterladen Ich wette das wissen so viele nicht Kannst 5 Minuten bei Raw Games ein Match einstellen für den nächsten Entrance Ah ok Aber bei Raw Games gibt es sowieso bloß drei Leute Er hat mir seit Jahren das Spiel nicht geholt Sorry Ne das gab das ist aber auch schon seit Jahren dabei Es gibt schon seit Jahren das Feature Dich auch Ja mich gab es auch schon zum runterladen Okay so Dann Öffne ich jetzt erstmal die Packs die ich habe oder Ich habe doch hier so komische Packs bekommen weil ich doch zu viele Tomköpfer Ne Das hat nur niemals jemand was gesagt So hier habe ich so hier habe ich nämlich ganz viele ungeöffnete Packs und die können wir erstmal ziehen Danger Zone Series Chris Danger hat seine eigenen Pack bekommen Alter Ich will auch eins So Kann ich das kaufen Ne das muss ich kaufen DG Das machen wir natürlich nicht Ungeöffnete Packs So das machen wir erstmal Auf geht's Alle zeigen Och Carmella Wow Die ist voll cool Hör mal Martin Du hast sie doch nicht ernsthaft Island of Page gekloppt Nein Das würde ich niemals machen Das habe ich noch nie gemacht Ich bin dann so was machen Chris Bay ist richtig cool Okay Der andere Drasse wurde weggezaubert Keine Ahnung was das heißt Achso ich habe jetzt diese Punkte gezogen und kann mir dafür wieder eine Packs kaufen Ah ok cool Bad Bunny Pack Schau mal Rupp den Ufter Oh da brinnt wer Wer denn das Bad Bunny Wow Cool Äh Okay Okay Let's Pack aufnehmen Oh Okay Das ist wahrscheinlich immer wenn du gleiche Karten siehst die du schon hast dann wird das eingetauscht gegen Pute Ach kann ich mir die Frische Aufriss Cool So Auf die Scheiße Oh Robert Roode Nice Wie viele kommen denn noch? Pack openings Oh Oh Mac Riddle Und weiter geht's Okay Roode für das Aggression Pack Und ich wette da ist bestimmt der Sina drin Was? Deluxe Edition Pack Fünf Karten Das sieht schon cool aus Und Wow Und Wow Toll Und weiter geht's Paul Amon Cool So Das war's Alles auf die Nacht Tokenmarkt Kaufe seltene Karten mit Tokens Seltene Karten Okay Ich möchte Aktien kaufen Oh Kann ich sogar Krass Oh Rude's Creed Cool T-Bar Ah ja Man kennt ihn Okay Das kann ich nicht kaufen Oder was? Die sind zu teuer Ne Auch nicht Nicht verfügbar Kaufe zwölf Smartkarten zum Freischalten Ah Und hier kann ich Geld einkaufen Für Geld Oh Nice Hier hast du Klingelt's in der Kasse Freunde Okay Raus damit wieder So Das war schön Ähm Ja Das ist super So Ich guck mir nur Delfine an Genau Universe Modus Showcase Exhibition Modus MyGM Wollen wir eine Runde MyGM zocken? Okay Wir machen eine Umfrage Ähm Soll ich Soll ich MyGM spielen Soll ich weiter Exhibition Modus spielen Oder soll ich mal den Showcase anfangen? Showcase kann ich euch aber gleich sagen Ich muss die Stories Die Videos Überspringen Ähm So können wir mal eine Umfrage haben? Meinung bis jetzt Mordi Ja ich find's ganz geil Und ich bestimme mal was zu fressen Von einem richtig schlechten Laden Aber das ist halt einer der wenigen die haben die 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 überhaupt was was haben für mich zu essen Möchte mir jemand meine Pizza spendieren denn mg-live.tv könnt ihr könnt ihr mir gerne meine Pizza kaufen Das Problem ist immer Es gibt hier so eine Aktion dass jede dass die zweite Pizza nur 2 Euro kostet Das heißt wenn ich mir eine Pizza kaufen würde Das ist übrigens Trick 17 Ich kaufe mir eine Pizza die kostet 14 Euro Wenn ich aber eine kleine Pizza nehme kostet die 12 Euro Und wenn ich dann aber noch eine zweite kleine dazu nehme habe ich 2 kleine für 14 Euro statt eine mittlere Jetzt kommt wieder Die Frage ist ob das sind Möp AJ hast du jetzt um 10 Euro raus Also Dankeschön Auch interessant dass du sagst Okay Pizza bestellen 10 Euro Donate ich dir Mit 10 Euro kriegst du keine Pizza Aber ich danke dir mein Lieber Wieso musst du die Sequenzen skippen weil ich das nicht hochladen Oh hier was Niklas macht Weil ich das wenn ich den Stream hochlade dann werden mir diese ganzen Videos gesperrt Dann kann ich den ganzen Stream nicht hochladen Dann müsste ich das alles rausschneiden Und das ist ein bisschen scheiße Gerade wenn dieser Stream was er vielleicht wird länger als 6 Stunden geht dann funktioniert der YouTube Cutter nicht YouTube Cutter Auch lustig Ich mache demnächst Cutter den wir nicht YouTube Cutter eigentlich müsste ich den eigentlich müsste ich wirklich einen Cutter machen Jetzt passiert's Freunde Jetzt passiert Magie Ich mache in meinen Matches demnächst einen Cutter und den nenne ich Premiere Pro Oder nicht Premiere Pro ist ein Videoschnittprogramm ein Cutprogramm Damit kann man Videos schneiden Und mein Cutter heißt Premiere Pro Däger Wo ist mein Friedensnobelpreis? So Jetzt bestelle ich mir eine ekelhafte Pizza und es muss auf jeden Fall viel Ananas drauf Das ist mir am wichtigsten Sehr viel Ananas damit jeder im Stream richtig hart getriggert wird Das ist Warum? Es gibt zwei Die zweite kostet plus zwei Euro dazu Das geht schon klar So Jetzt Ich glaube ich bleibe einfach einfach bei der klassischen normalen Schinkenpizza Alles andere ist einfach Kacke Es schmeckt einfach nicht Was ist denn das hier? Fruchtige Ananas Hahaha Fruchtige Ananas Ach ja ist immer wieder schön So Ich nehme jetzt einfach eine Schinkenpizza und eine Salami Pizza Oder? Da kann man nichts falsch machen Montag bis Donnerstag Jede Pizza nur zwei Euro Hä? Wieso geht das nicht? Doch jetzt Ich glaube das ist okay Die ist sogar ganz geil Nimm die mit ganz viel Salami Die ist sogar ganz geil Ganz viel Salami Du meinst Salami Supreme Mit viel Salami Äh So Okay Dann geht das jetzt Machen wir das Das Problem ist natürlich Ich muss jetzt ein Ohr freilegen Weil wenn der hier gleich klingelt Verpasse ich das eh wieder So Ich bezahle mit Paypal Und dann bringen wir ja diese Ausgekotzte Scheiße Zweite Pizza für 2 Euro Dominos Ja genau Dominos Aber es schmeckt einfach nicht Ich hab Also bei Dominos Du kannst nur die Standardsachen bestellen Ich hab da vor kurzem mal eine Bombay bestellt Die ich sonst immer überall anders esse Ähm Das ist die mit Ananas Und mit Ähm Und mit Ähm Ähm Hähnchen Und mit Kü Äh Äh Mann Das grüne Zeug Curry Aber es war ekelhaft Es war einfach ekelhaft Ähm Curry ist gelb Das ist korrekt Äh Akim Flick 10 Monate Reset Wer glaubst du macht Cody over Reigns Cool Reigns Ich sepp sowieso Mein der Herr Fragt mich nicht Nach Matchausgängen Jeden Tag Ändere ich Diese Meinung Curry grün Ist mach ich mir sorgen Ja hab ich gesagt grün Ja ich meinte gelb Aber es ist auch eigentlich Das gleiche bei dem Scheiß Also ich bin nicht so begeistert Von Dominos Es ist hier Es ist hier Und Die Lieferung geht schnell Und ich krieg jetzt Zwei Pizzen für Irgendwie 14,70 Euro Oder so Das ist okay So Das ist okay Aber begeistert Bin ich nicht Denn hier kommt Bewertet deine Bestellung Wie war dein Essen Gibt's einen roten Einen roten Smiley Einfach Einen roten traurigen Smiley Gibt's da So okay Also MyGM Modus Hallo Austin Was geht Muss ich überspringen So Willkommen bei MyGM Blablabla Ja 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 So Spieler hinzufügen Adam Pearce Ein Scheiß Der ist kacke Sonja de W Kein Kommentar Stephanie Xavier Tyler Fucking Breeze Bester Mann Kurt Angel Eric Bitschow Mick Foley Und er stellt Und er stellt Superstar Bester Chris Benoit Leitet Die Show Oder nicht Beste Nein Nein Ich nehme Best Man Best Man Tyler fucking Breeze So Wir nehmen Smackdown Ist sowieso Die beste Show So Mensch KI KI Kann ich auch Keinen nehmen So Wir treten an Gegen Obwohl Kurt Angel Auch cool Ist Von mir Aus Gegen Xavier So Das kann man machen Oder Schwierigkeit Ja Lassen wir Erstmal Spiel Spiel Schwierigkeit Für ne schöne Ananas Pizza Digi Machu 40 Euro Junge Das ist ja Du bist jetzt Supporter des Tages Von der Aktion Alter Geiler Typ Für ne schöne Ananas Pizza Wie sich das gehört Alter Ey Vielen vielen Dank Richtig krass Ja nice Einfach mal Supporter des Tages Wir haben mal Ganz auf Entspannende Basis Alter Spielereihenfolge Straight Order Snake Order Oh fuck Shake Ups Schalte für Shake Ups Ein oder aus Draft Pool Standard Automatisch Draften aus Okay Wir lassen es Ja Dankeschön Auf jeden Fall Dickes Küsschen Mein Freund Danke dir Bester Mann Hier einfach Schön Am Supporten Erkennt ja nichts So Dann legen wir mal los Freunde Gucken wir mal Wenn wir da schönes kriegen Bauen wir uns mal Unser Roster hier zusammen Ähm Ich hab letztes Jahr Den GM Mode Auch am Release Stream gespielt Und ich glaub dann noch einmal Aber ansonsten auch nicht mehr Ähm Deswegen Ja Sollte eigentlich ganz cool werden Teddy als Manager Kannst du hier runterladen Wenn du willst So Brock Lesnar Becky Lynch Drew McIntyre Lon Delosie So Wir nehmen natürlich Finn Baller Besser Mann So Rollen sich Becky Lynch Keinen Geharm Auf die Kamera So Dann nehmen wir Ray Mysterio Bester Mann Brock Lesnar Ich bin auch bereit Edge zu nehmen AJ Styles Oh AJ wäre natürlich Auch nett Cody Gunter Gunter hätte ich auch gern Ich glaube wir setzen Auf AJ Einfach Rief im Namen AJ Styles Oh ich hab einen Logan Paul Okay der nehmt doch Euren Logan Wir nehmen wir Gunter Ich hab schon wieder Keine Frauen Zufall Ich glaube nicht Cody Rhodes Sia What the fuck Ist das No one Da Wir müssen jetzt immer noch ein bisschen Was Wüstigeres einkaufen Dexter Lüten Ist Schlecht Oh Butch Ja Butch Geht dann einfach Warum keine Frauen Doch es gibt Frauen Das war nicht Spaß Zünd nicht gleich Mein Auto an Das war nur ein Spaß Shanky ist im Spiel Fick mich Anal Einfach Fucking Shanky Ist im Spiel Um Gottes Willen Fuck Das muss ich mir Noch angucken Das ist ja noch Schlechter als Omos Einfach Shanky ist wirklich Brutal Der ist wirklich Brutal Ich wusste gar nicht Was er noch da ist Oh Ludwig Kaiser Abext Das müssen irgendein ков Sein Bis W 카� JT metal сам Moussafa Ali Es ist Can Am Dai Aber Ich glaube Wir nehmen Mustafa alles mvp und schlecht ohne bart guckt euch an die scheiße der aussieht ohne bart männer ohne bar freunde wenn ihr die möglichkeit habt lasst euch ein bad wachs optionale strafe die wahl besitzt und die optionale und wunde geld sparen möchte das kannst du abschließen für geld kannst du spezielle menschen ja ein paar leute hätte ich schon gerne noch die ganze kraft füllen muss mit den jungs da muss halt schon ein bisschen was kommen randy orley was die siegier ist im spiel ist alias im spiel erzähl mir nicht dass alias nicht im spiel ist aber ezekiel wie krank aber ist das schlimm wenn ich jetzt wirklich keine frauen wenn ich mir jetzt zwei frauen mitnehmen alexa und charlotte dann habe ich einfach dauerhaft charlotte gegen alexa an den shows das ist auch kacke kaiser gleich lassen beide sind im spiel ja sehr gut ist eh zu teuer kann sich keiner leisten nehme ich die viking raiders mit also ich wäre jetzt fast zufrieden würde ich sagen. Happy Corbyn. Zu Glück. Ich würde jetzt noch JD McDonough mitnehmen. Reicht oder was? Ronny haben wir noch. Ja, Randy Orton geht eigentlich auch. Du hast nicht genug Geld. Oh fuck. Jetzt kommt beginnt mein Leben. So kenne ich das. Ne, wir lassen es jetzt. Ich bin zufrieden. So lassen wir es. Kraft beenden. Wir können ja später immer noch weiter holen. Meine Jungs. Oh, Gigi Dorne liegt ja noch. Oh fuck. Okay. Hier ist ein neues Roster von Monday Night Raw. Okay. So weit. So gut. Ich bin mein Roster Top gelassen. Ähm. Jetzt sei ich der erste GM, der 10 Hall of Fame Trophäen verdient. Mal gucken. So. Ungelesene Nachrichten. Heute ist es soweit. Die Prima Show. Wir sitzen große Hoffnung an dich. Tja, Triple H. Ich werde dich enttäuschen. in Risa. Gut. Ich erwarte ein großes für uns Smackdown. Ich will, dass die Show unglaublich wird. Oder alle beenden. Hätten wir das nicht gleich machen können. Breeze Lerz. Viel Glück. Ja komm jetzt. Leute wie Brock Lesnar am Stall sind wir natürlich überzeugt, dass man... Ja, 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 ja. So. Erster Champion zu führen. Wahrheit sollte gut überlegt sein. Und jetzt soll ich mir wieder einen aussuchen? Warum? Warum kann ich nicht einfach ein Turnier starten in der ersten Show? So. Wer ist Champion bei uns? Natürlich. Pete Dunne ist Champion. Nein, Champion ist bei uns. Gunther. Gunther ist Champion. Ich glaube das ist okay. Damit fahren wir gut. Triple H wartet ab wie deine erste Show läuft. Okay. Ähm. Buche in dieser Woche mindestens ein Steel Cage Match. Warum? Na gut. Show buchen. So, lass mich ruhig. Ich muss hier ein Steel Cage Match buchen. Ja man, ist doch gut. Kann ich das nicht alles skippen? Ja alles. Mach ich in die Fresse. So. Hauptmatch. Zufälligerweise ein Steel Cage Match. Was? Wieso? Wie kam er da drauf? So. Steel Cage Match. Teilnehmer. Gunther. Gegen. Rey Mysterio. Titelmatch. Natürlich. Eingriff. Nein. Passt so. So nehmen wir's. So. Wenn wir hier Season Premiere. Da können wir schon mal in der ersten Show können wir mal einen durchzünden. So. Dann machen wir aus Santos Escobar. Gegen AJ Styles. 20 Sterne Match. Da brauchen wir noch nicht drüber reden. Easy. Easy. So. Was sind das hier? Irgendwelche Promos? Eigenwerbung. Ähm. Na. Cody. Cody kann immer eine Promo halten. Ähm. So. Dann machen wir noch ein weiteres Match. JD McDonough gegen Pete Dunne und schon das zweite Fünf-Sterne-Match auf der Kart. Kein Problem. Ähm. So. Mehr brauchen wir nicht. Ich glaub, damit bin ich erstmal zufrieden. So. Showlogistik. Schön in der Turnhalle. Mehr können wir nicht machen. Mehr können wir eh nicht machen. Können wir auch nicht machen. Wozu gibt's mehr? Mehr nehmen über die Möglichkeit. Legenden unter Vertrag nehmen. Noch nicht heute. Matchkarten. Verhandlungen. Dings, dings, dings. Ja. Ist doch jetzt auch mal gut. So. Okay. Dann. Kann's losgehen. Wie starte ich die Show? Ähm. Äh. 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 Los geht's. Hä? 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 Wie kann ich denn jetzt loslegen? Muss alle Matches booken. Oh, scheiße. Äh. Äh. So. Tag die Match. Match. Natürlich. Eric. Und Ivar. Gegen. Robert. Root. Und. Mustafa Ali. Das schlechteste Tag, die ihm was gibt. So. Buchung bestätigen. Show beginnen. Yes. So. Buchung bestätigen. Auf geht's. So. Zuschauen. Simulieren. Match spielen. Simulieren. Simulieren. Oh. Natürlich. Viking Raiders. Die machen's. Weißbrot. Danke für den 43 Monate Reset. So. Das Match war enttäuschend. Wer hätte das gedacht? Ich. So. Jetzt. 5 Sterne. Wer nicht einfach. Aber kann ich nicht? Das habe ich mich beim ersten Mal schon gefragt. Wenn ich die Matches selbst spiele, läuft ja oben diese Match Anzeige. Und je länger das Match geht, desto mehr. 5 Sterne ist ja eigentlich immer. Das kriegst du ja easy hin. Aber ich könnte ja einfach alle Matches spielen, würde dann einfach immer 5 Sterne Matches haben. Und dann würde doch der GM nur das übelst easy für mich sein, oder nicht? Das habe ich mich letztes Jahr auch schon gefragt. Im GM. Da ist die Anzeige nicht. Ja, aber generell. Also generell. Ich könnte jetzt wirklich ein 20 Sterne Match, 50 Finisher, Kickouts usw. rausballern. Einfach mit allem drum und dran 40 Minuten durchziehen. Und dann würde das Match trotzdem bloß ein enttäuschendes 0,5 Sterne kriegen, oder was? Na toll. Aber dann bringt's doch gar nichts, die Matches zu spielen. Ja. Na toll. Dafür 43 Monate Reset. Dankeschön. Übrigens meine Pizza ist in Zustellung. Ähm. Okay. Also. JD. Repeat. Ja. Hätte ich schon gedacht. Auch enttäuschend einfach. Die beiden können's nicht. Das sind einfach schlechte Catcher. Die können's nicht. Ist klar. So. Santos Escobar. AJ Styles. Santos. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber mittelmäßiges Match. Ja, okay. Wir wollen's doch besser machen. So. Cody haut eine Eigenwerbung-Promo raus. Klar. Kein Problem. Und jetzt Season Finale. Oder Season Premiere. Kann man mal Gunther gegen Rey machen. Um den Titel, Freunde. Sehen wir neuen Champion. Nein. Gunther verteidigt. Klar, mal geht's. Kannst du die Facecam vielleicht etwas höher setzen? Facecam höher setzen. Was bringt mir das? Was bringt dir das? Bringt das irgendwas? Ach du Gott. Bis ich das jetzt gemacht habe. Ähm. 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 Dann muss ich das mal da hinpacken. Ähm. Das kann ich rausnehmen. Ähm. Da hab ich keine Ahnung. Wo ist das wieder sein gleich? Overlay. Das ist das dort unten. Das irgendwo noch. Facecam. Die. Die. So. Ähm. Facecam. Oh. Da haben wir's ja. Okay. So. Also bewege ich jetzt diesen ganzen Brassel hier. Noch nach oben. So. Hat dir das irgendetwas gebracht? Ähm. Ähm. Sehr nett. Danke. Okay. Oh. Ein unglaubliches Match haben die hier ausgezogen. Okay. Krass. Ähm. Kannst du ein Ria-Build mit in den Stream bauen? Danke im Voraus. Was? Kannst du ein Ria-Build mit in den Stream bauen? Du meinst so? Okay. Das hat schon mal überragend schlecht funktioniert. So einfach. Bester Stream. Zehn Sterne Stream. Holy shit. Holy shit. Oder was? Ja. Herzlich willkommen zu meinem WWE Let's Play. Ich hoffe es gefällt euch. Versteh ich nicht. Ähm. So. Was machen die für eine Scheiße? Ja. Erstmal ein US-Titel-Match. Wieso haben die denn einen US-Titel? Wieso habe ich keinen US-Titel? Wieso habe ich keinen Midgard-Titel? Wie kommt das denn? Ich drehe durch. Ähm. Seamus. Gewinnt. Ja. Natürlich machen die ein gutes Match. Ist ein Titel-Match. Warum habe ich denn nicht so viel? Hey. So. Nur sie gut. Aber das kann doch nichts. So, die haben auch einen Titel-Match. Becky macht's. Na klar. Kennt's. Wahrheit sicher. Zai Ali macht auch ein bisschen Eigenwerbung. Okay. Midgard. Triple Thread. Einfach weil sie es können. Ich sag dazu nichts, aber Hast du den Deck dem auch Aber der macht viel mehr Oh, Digga, Alter, jetzt hab ich mich erschrocken Oh, mich erschrocken, Diro So, was für das Oh, komm, Logan Paul nimmt den Titel von Lesnar an Einfach belustig Schade, das wär winzig gewesen Endlich, was für Freize, Leute, hier Zack Ist gut, dass wir den GM-Modus spielen Da wird ja nicht so viel Aufmerksamkeit von mir erwartet So, dass ich dann noch wirklich essen kann Auftakt, SmackDown, bla bla Okay Ja, toll Zuschauerzahl Lief alles irgendwie Zumindest ein Plus Guck mal Besser als jeder an Limited Show Kommt, gewinnen Wer hätte das gedacht? Kieler, Hallöchen Hugo, 16 Monate Reset Hat das Finanzamt geklingelt? Ne, da werde ich jetzt im Knast So, die haben auch Gewinn gemacht Schön Vito gegen Star Okay, erste Woche geschafft Und natürlich haben die Es besser gerissen als wir Eric und Iver geben ein richtig gutes Tag Team ab Ach, sag bloß Plane in dieser Woche ein Eingreifen bei deinem beliebtesten verfügbaren Star Toll Wer ist denn mein beliebtester verfügbarer Star? Gunther Eingriff Ja Eingriff durch JD, der hat letzte Woche gewonnen Du hast nicht genug Teilnehmer für der Match Oh ja, tschüss doch mal Gegen Robert Groot Auch mal schön So, zack Hamos Ja, passt So Dann Ray tritt an Gegen Santos Escobar Schönes, klassisches Lucha-Style-Match Easy So Scheint das ja so ein Ding zu sein Cody kriegt natürlich wieder mal eine Promo Man kennt's So, dann gibt's hier wieder Ne, diesmal mache ich ein normales Match Als diesmal Butch gegen Mustafa Ali Und dann haben wir noch Warte, wie kann ich denn jetzt eigentlich den US-Titel aufs Spiel setzen? Kann ich da was machen? Titel-Match Männer Ja Ah, so einfach Guck mal Titel-Match Um den vakanten Titel Mustafa Ali gegen Butch Na, das ist doch schon mal nice Finn Berler gegen AJ Styles Geht eigentlich immer Macht das Sinn? Nein, gegen Ludwig Kaiser Auch schön Ist Finn Berler bei mir viel Ja, ne Geh, dann müssen wir AJ Styles So Berler macht Eigenwerbung Kann ein Tag Team Eigenwerbung machen? Herausforderung Werbung Werbung? Alva macht Werbung für Smilo-Docs Man kennt's So Läuft, oder? So, jetzt habe ich einen Konzertsaal, den ich hier buchen kann Ne, Mo, 5000 Easy Pack ein, die Scheiße Ey, sieht voll gut aus Ähm So Läuft Buchen bestätigen Yes Das ist die Show, Jungs Oh, wieso ist denn das alles immer so heiß? Pizza kommt heiß zu Hause an, Alter Kannst du vergessen? Naja So, zieht euch jetzt hier Neuer Champion Yay Python In kein Fall hat sich auch ein Schwert Ja, hätte ich auch So, Cody Gute Promo immer wieder gleich Oh, mit Eingriff natürlich Deswegen ist es auch langweilig, das Match Aber Alva Na gut Werbung stört immer halt Tobi, ich habe heute ein Video zu Raw hochgeladen Ein TLC-Match bei den Damen Warum? Warum? Warum?! Schmeckt's? Na ja gut. Weiß nicht ob es schmeckt. Hunger treibt rein der Ekel runter. Hä, wieso hat der denn Rikishi auf einmal? Rikishi legt sich immer Schild für nur einen da hin, Alter. Warum nicht einfach nochmal das gleiche Match machen? Aber... Krampus schreibt, du bist Profimester. Jetzt weiß ich nicht, ob du wirklich Krampus bist. Das hat die Frage. Ansonsten ja. Wenn du der echte Krampus bist, sei das natürlich nicht. Okay. Ich glaub das war ganz okay, oder? Krampus ist nur so gut. Oh nice. Schön, die Leute nicht bezahlen. Aber wir andere lieben. Deren Namen nicht genannt werden. Sie wollen jetzt schon mit viel Abwechslung kämpfen. wenn ich jetzt jedes Match wenn ich jetzt jedes Match gleich booken würde ey du hast einen Prime Sub, da kannst du mir mal raushauen hier ähm kannst du auch vergessen also wenn ich 5 mal einfach Gunther gegen Ray bringe ja dann logisch und ich hab gekleckert, es ist soweit yay das war klar das war sowas verklaut und zwar in den nächsten 3 Wochen will der gegen JD antreten, ok mhm können wir machen ein Pay Review buche mindestens ein TLC Match, einfach ey wirklich Martin gegen Sascha bei Unlimited wenn du sie zahlst so ok ähm na möchte ich doch mal ein mal freuen ich käffe auch 11 Monate am Start so du musst jetzt alle 30 Tage wieder herkommen und wieder abonnieren ist kostenlos, hilft ja nix so warte mal aber bevor ich das jetzt buche mein, mein, mein ist auch gut jetzt kann ich die nächste größere Halle buchen aber jetzt haben wir uns auch eine Legende hier buddeln wir Randy Savage wieder aus oder was? Hulk Hogan Batista Undertaker Eddie ich glaube mit einem The Rock können wir doch am besten noch rum, oder? aber die wollen ja so viel Geld haben oh guck mal Undertaker ist teuer obwohl, nee, auch nicht guck mal Eddie ist der günstigste unter Vertragen nehmen ich will den auch mal ewig unter Vertragen nehmen ich glaube der bringt mir gerade nicht so viel so muss jetzt leider los Fußball gucken Punkt aber bis danach ja hoffentlich was? Fußball gucken? es ist 0-0 90 Minuten 0-0 Spoiler Alarm kannst du hierbleiben ich hab dir das Spiel gespoiler es geht 0-0 aus wird das Stream irgendwo hochgeladen? ja, ähm der geht komplett auf meinen Gaming Kanal Martin Raro Gaming heißt das Ding auf YouTube könnt ihr einfach abonnieren ähm alle meine Streams sind da aber danke schön Mario mein Freund danke für den Support oh ne, ey ich finde sie dann schauen wir mal man fängt immer von hinten an so robber titelmatch hier zieht einfach weil es unbedingt wollte so dann unter kriegt auf jeden fall eine promo und jd fordert auch unterhaus der macht die pro kein sinn mehr von unter den krieg vorher hatte die kaiser aber noch match gegen eddie also hoffentlich gewinnt ach so kann ich jetzt nicht einsetzen ok dann halt nicht dann halt gegen rey santos gegen mustafa geht auch immer und aj styles gegen finn ballard geht auch immer ausrichtungswechsel und ihr kundin schildern lassen ich bin Wohltätigkeit kommt immer gut an Kodi macht Wohltätigkeit so kommen wir haben uns passt so hat die deluxe edition vorbestellt hat von m am oga die benachrichtigung kommt keine kies mehr verfügbar jetzt steht bei stefan bei steam wahrscheinlich vorbestellen was mache ich denn jetzt habe es am ersten dritten steht dass man bei mmo ga kauft und keine kies mehr gibt das ist schon hart kriminell eigentlich aber keine ahnung keine ahnung was man da macht k k k k k k sehr gut so sehr gut ja aber peter an so macht man sie machen scheiße da drüben das ist ein tägliche ok top team hast du gerade spaß am gm modus ja schon ganz gut während ich esse geht das ist also tag team team match also was haben die gesoffen einfach rickishi und montes vor einem tag team und champions so läuft er haben kommt jetzt mal langsam der peter cheat code angewendet aus dem ross der gegnerische wende wird nächste woche dauerhaft in deinem rosser beitreten darf kein titelträger sein der hat sich jetzt einfach reinsteuer geschnappt nicht gebucht werden was denn jetzt los machen die denn da marco ist den mark indio marco auch gut zu schnell gelesen schien gerade den gemoß ok zu größte die verletzungsgefahr abutscht aus sich die versetzte besser ich habe ja gar kein mehr aber rei schreibt ich rocke das mikrofon ziemlich ich habe zu schnell gekriegt du kriegst trotzdem eine promo sei nicht sauer ludwig und gunther im tag team das macht überhaupt keinen sinn klar gut dass ich das alles vergesse also hier wäre er auf zu heulen so tajimatch ludwig gunther gegen die viking raiders passt passt titelmatch yes läuft so butch darf man nicht einsetzen der ist dann zu fertig mit der welt deswegen kriegt er eine promo so dann haben wir eddie gegen robert rood perfekt dann haben wir Finn Balor gegen cody auch sehr gut und mehr kann ich gar nicht machen weil ich keine leute mehr überhabe geil das heißt ich muss jetzt weil ich das match nicht gebucht habe komme ich nicht weiter also muss ich jetzt noch irgendwen buchen damit ich hier weiter komme ja bist du mit Kevin Owens verwandt natürlich nur weil ich fett bin einfach es ist unfair hat man einen Bart und ist ein fettes Schwein hey bist du Kevin Owens Free Agents unter Vertragen geben Ricochet na sicher hier Wes Lee den nehmen wir auch noch unter Vertragen und den brauchen wir die Woche nicht das ist er denn ok aber das ist doch nicht schlecht den haben wir doch gleich Mustafa Ali gegen Ricochet top so hier haben wir nichts mehr passt pack ungern sehr gut Tobias sag ich für deinen euro wann kommt das nächste Pack Opening meinst du u.o.o?. ich � واis nix wenns kommt es ist halt ich hab superviele w浮 G.o.o. Packs aber ich streame aktuell nicht so viel. Und wenn ich streame, dann labere ich entweder oder spiele Hogwarts Legacy. Das ist halt gerade so ein bisschen... Dann fällt sowas immer hinten runter. Aber ja, wir machen das schon noch. Oh, cool. Im Leben nicht. Die könnten 10 Minuten nur da... Nur da stehen. Sich dann einrollen. Und das war's. Und das wäre trotzdem nicht langweilig. So, jetzt. Ha! Von wegen Gunter, euer Team wäre so cool. Ja. two, three, three. One, two, that's three. Na ja. Ja, scheiße. So. Okay, also eine Pizza habe ich jetzt gegessen. Das reicht doch erstmal. Die restliche schmeiße ich weg. Einfach für zwei Euro noch eine Pizza dazu geholt, um sie dann wegzuwerfen. Weil Kinder in Afrika haben auch nichts zu essen. Deswegen kann ich auch Essen wegschmeißen. So ist es doch, oder? So, dann hören wir noch schnell was zu drinnen. Und jetzt, das lässt sich mal aber an. Wo ist es? So, danke für den Draft, Rookie, Mann, du bist ja gut, dein Superstar besser, irgendwie werden sie nicht so schlafen, ey, das ist halt wieder, weißt du, ey, wirklich, da sagt Ray zu mir, ja, krieg ich eine Promo und ich sage, ach, nee, geht nicht, und dann sagt er, ja, fick dich, wechsel den Brand und dann gebe ich ihm trotzdem eine Promo und er wechselt trotzdem, ach, komm. Regelbrecher und Fanlieblinge, ach, du hast doch keine Ahnung, als ob Ali gegen Ricochet hier keine Reaktion ziehen würde. Äh, vorgeschlagen, danke, dass du die Chance gegeben hast, freuen uns schon aufs nächste Match. Nicht gewonnen haben, nur für Furore gesorgt, ja, okay. JD, war schon länger nicht mehr im Ring, wir haben mal Zeit, du hast aufwacht, mich richtig einsetzt, für ein Match bei der nächsten Show. Dir ist schon klar, dass ich dir ein Titelmatch beim Pay-Per-View gebe? So. Wieso ist schon wieder ein Smackdown-Deep-Viewsuchen? Nein, das ist aber aber Serious. Und da gibt es ein schönes, krasses JD McDonough gegen Walter einfach. Titelmatch, was soll denn das? So, dann haben wir noch Robert Root gegen Eddie? Wegen der Rivalität oder was? Butch gegen Santos Escobar, ne Titel. So, dann haben wir noch ein Tag Team Match. Tables, weil darum Eric und Ivar gegen Ricochet und Mustafa Ali, weil die haben sich letzte Woche zum Tag Team zusammengebaut. Und dann haben wir noch über Finn Balor. Ach, kann ich nicht. Warte mal, dann machen wir mal Fail4Mitch. So, zack. Und dann Kaiser und AJ Styles. Gucke mal. Passt doch. Oh, jetzt gibt es keinen, der Promos hält. Ja, dann ist es halt so, oder? So, dann haben wir eine Series kaufen. No. Backstage-Crew. Neymar. Free Agents und der Vater. Adolf Ziggler. Semi-Zane. Neymar-Semi-Zane-Unterfrag. Damit der am Showtag einfach eine Promo hält. Aber eine Ausrichtungswechsel-Promo. So. So machen wir es. Nicht schön, aber passt schon irgendwie. Buche mindestens, buche in dieser Woche mindestens ein Last-Mand-Standing-Match. Boah, Triple H, Mann! Dann ist es halt so. Last-Mand-Standing. Boom. Haben wir es. So. Ich glaube, das passt. Empire, 39 Monate Re-Sub. Bruno, 7 Monate Re-Sub. Und Creedox, 23 Monate. Bin gerade noch im Kino gewesen. Jetzt erst dazu gekommen. Gibt es gleich ein Abo. Sehr gut. Was hast du im Kino geguckt? Ich war letztes Mal im Kino und habe Ant-Man geguckt. Ant-Man und The Wasp und The Wisp und The Time und alles geht krachen und so. Hast du mal Fortnite gespielt? Ja, ja. Als ich elf war, habe ich Fortnite gespielt. Nein, aber ich habe mal Fortnite gespielt. Gibt es auch auf meinem Gaming-Kanal. Tiago, 62 Monate Re-Sub. Dankeschön. So. Auf geht's. Warum geht das nicht? Jetzt geht's. 100 Subs heute übrigens. Zumindest sagt der Chat das. Die Zahl unten, die eingeblendet wird an meinem Sub-Statistik hat sich nicht verändert. Aber es steht 100 Subs. Achso, den neuen Scream hast du gesehen. Du hast das Titel-Match vergessen. Nein! Oh! Ich dreh durch. Ich habe ein Last-Man-Standing-Match gebuckt. Ohne Titel. Ich flipp aus einfach. Wie bescheuert ist das denn? Oh, fuck. Achso, okay. Einfach nur absolut krank. Was für ein geiler Pay-Per-View, Alter. Fede, aufgebaut und es geht nicht im Detail, Alter. Hammer. Boah, Ludwig Kaiser besiegt die ganzen Stars, Alter. Was geht denn da ab? So, Sami Zayn ist wieder da. Er ist Faced. Alles ist cool. Ja, sehr gut. Tier simulieren. Pfff. Neue Champions. So, was haben wir hier? Aber sehr gut. Zumindest da gibt es Titel. So. Oh, aber gut. Gewinnt. Krass. Das war schon nicht schlecht. Und einmal ein krasses Non-Title-Last-Man-Standing-Match. Oh, JD McDonough hat gewonnen. Das ist natürlich hart. Aber der muss jetzt Titel-Match kriegen, ganz klar. Alter, der hat gewonnen. Wie bei der WWE, warum auch Titel-Match-Beim? Zumindest habe ich Gewinn gemacht. Solange ich immer wieder irgendwie Gewinn mache in der Show, ist doch eigentlich alles in Ordnung. So. Das ist der herrländische Herr. Neue Psycho an Bord. Psycho? Physio. Ja. Neue Psycho an Bord ist auch gut. Deine Superstars besser generieren. Generieren. Regenerieren. Du kam, dass er Mustafa und Butch arbeitet. Ja, das finde ich gut. Kann niemand aus meiner Roste eine Show verpassen lassen, deswegen passe ich. Klingt nach einem guten Deal. Meine Superstars sind ziemlich lang genug, obwohl Ali und Butch auch zu trainieren. Umso wohldings... Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Nehme auch. Ich mache die wieder heile. Ich habe die Schnalzerfeier von Woods und Raw. meinen Vertrag aufzulösen und für Smackdown zu arbeiten. Sogar für weniger Geld. Ja, der kommt vorbei. Solo-Score. Nehmen wir mit, den jungen Mann. Wie viel Arbeit ich investiert habe. Ich weiß noch mehr. Ich weiß noch, dass ich noch mehr für den Brand tun kann. Bereit, ein Mensch beim Haupt-Event zu bestreiten. Ich weiß, wie heiß die Fans drauf sind. Na klar, AJ. Das machen wir doch. Das ist doch kein Problem. Wähle einen Shake-Up. Drei Superstars sind für weitere drei Shows verletzt gewinnen, aber 20 Pläne zurückkommen. Okay. Hals und Beinbuch. Weißt du, du möchtest ja auch schon. Du möchtest gucken. So, AJ gegen Finn Balor. Das geht immer. Und die machen schön erst mal ein T-Ziel. Dann will ich noch mal gucken, ob ich irgendwen drehen kann. Brauche ich irgendwen anders. Nee, Semi passt jetzt. Nee, eigentlich ist es schon ganz okay. Aber Opener ist auf jeden Fall ganz klar Gunther gegen JD Titelmatch. So, wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. So, dann machen wir Ricochet gegen Robert Root, weil wir es können. Und dann machen wir noch Eddie gegen Ludwig Kaiser. Mal gucken, ob man den auch noch besiegt. So, Promos für Santos. Für natürlich immer. Cody kriegt immer eine Promo. Cody macht eine Promo. Man kennt es. Und Semi-Saint kriegt auch nochmal eine Promo. Falls sie das nicht mitgekriegt haben, dass er beim Pay-Per-View zurückgekommen ist. So, das können wir machen. Das können wir machen. Und dann... Passt das. Macht doch jetzt Gunther zum Main Event. Nein, geht nicht. Weil AJ Styles wollte unbedingt heute den Main Event machen. Yes, neuer Champion. Alter, guckt euch das an. JD McDonough ist neuer Undisputed World, keine Ahnung, Universal, Irgendwie heißt das, Champion. Sehr gut. Jetzt habe ich alles durchgetickert. Jetzt habe ich die Ergebnisse nicht gesehen. Okay, also Ricochet hat gewonnen. Eddie hat gewonnen. Und Finn Balor hat gewonnen. Okay. So, ihr wolltet übrigens, dass ich das spiele, weil ich glaube, dass dieser Modus bocken langweilig ist, wenn man im Stream zuguckt. Oder? Eddie sagt, sein Vertrag läuft aus. Wird gern bleiben. Verlange dafür 79.000. Eddie, du kriegst von mir alles. So, mir ist aufgefallen, dass du nicht regelmäßige Herausforderungspromos einsetzt. Nützliches Werkzeug für GMs. Okay. Kannst du nur in der Rivalitäten starten, vor allem in der Einsatz, bla 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 bla. Ja. Schön bei Smackdown zu sein. Na toll, herzlich willkommen. Wer ist er denn, Alter? Alcatraz? L.C. Tress, Alter? Was für ein Schmutz. Dein Team hat mir deine Nummer gegeben. Ist hoffentlich okay. Ist nicht okay. Ich bin Alcatraz. Schon mal von mir gehört? Nein. Ich stehe im Internet ziemlich, sagst du, du bist ein Bob einfach. Verpiss dich. Das war an meinem Mann, kann mit Backyard nichts anfangen. Ist ja wie in echt, ey. Der Vertrag von Ricker schon läuft Ende von acht Wochen aus. Ach, der wird ja auch verlängert. Buchen den beliebtesten Superstar mit folgenden Eigenschaften diese Woche nicht für ein Match Riese. Okay, also müssen wir schon mal eine Promo machen mit dem beliebtesten Riesen. Wie kriege ich denn raus, wer der beliebteste Riese ist? Das kann ja eigentlich nur Walter sein, oder? Ich habe auch keine Riese. Walter ist mein einziger Riese, den ich habe. Toll, danke. So, dann wurde mir gesagt, ich soll ganz viele Herausforderungen machen. So, dann hat er das alles gemacht aus, einfach weil er es kann. So, äh, Single Match. JD McDonough gegen Eddie Guerrero. So, machen wir es. Obwohl, das könnte auch ein Eddie-Band sein. Dann muss ich das aber kippen hier. So, äh, Bobot gegen Mustafa. So, dann JD gegen Eddie. Und natürlich Freunde. Geht um die, das kann man mal machen. Cody marsch wieder zur Probe. Der Gag, der wird nicht alt. So, das geht auch. Und Sami Zayn hat jetzt endlich mal ein Match. Gegen Solo Sikua. So, dann kann ich hier nicht irgendwie so ein Kram machen. Ähm. Inventar. Einer, Beliebtheit von 6,5 in einem Roster, das steigt in 6. Dann muss man mal. Cool. Wow. Oh Gott. Oh ja, das ist hier so toll. Schnelle Erholung. Kostenlose Crew. Jo, machen wir mal. So, auf jeden Fall. Nö, es ist nicht langweilig. Nicht langweilig. Echt? Okay. Okay. Also, ihr findet es super spannend, diesen Jam-Modus hier zu sehen. Genauso, als würde ich die ganze Zeit Matches spielen. Mir ist das egal. Ich frage nur. Weil die Zuschauer gehen gerade, seitdem ich die Jam-Modus angefangen habe, extrem nach unten. Matches wird besser. Halt, glaub auf. Wir machen das jetzt noch. Reicht's auch wieder. Das ist es. Hits am Ball. Mit seinem frühstück bezogenes Bettschutz der Welt. Ja. Ein frühstück bezogenes Bettschutz, aber es ganz vereint ist. Das stimmt schon. Sami Zayn gewinnt. Nice. Ein schön enttäuschender Match. So, neuer Champion. Komm, komm, Eddie. Eddie. Neuer Champion. Großartig. Großartig. So, guck mal. Eddie hat verlängert. Vertrag verlängert. Und auch noch neuer Champion. Also, was willst du mehr? Bei denen ist wirklich Logan Paul Champion einfach. Aber, wie immer, mehr Zuschauer haben die. So, mein Vertrag läuft Ende der Woche aus, Ricochet. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Kein Problem. Du kriegst sicher die Kohle. Achte auf, Superstars gegeneinander antreten zu lassen, die im Kampfstil gut zueinander passen. Balor gegen Ricochet. War das eher nicht der Fall. Boah, Decker, das waren 700 Sterne Match. Die Menschen werden Jahre über dieses Match reden. Aber du meckerst. Match gegen Ludwig Kaiser. Vertraue mir. Ups, und wieder habe ich abgesagt. Och, scheiße. Ich drücke dazu schnell drauf, einfach. Bin total heiß auf das nächste PLE. Ich werde Leuten eine riesen Show liefern. Hier oben. Erwartet, beim kommenden PLE dabei zu sein. Bei was? Beim kommenden PLE? Premium Live Event. Leck mich am Arsch. Das hieß früher mal. Pay-Per-View. Haben die das echt auch jetzt in Deutsch einfach... Ach Gott. Fick mich. Fick mich einfach hart. Manchmal frage ich mich wirklich. So. Ja. Habe ich jetzt den ganzen Modus nicht gespeichert? Muss ich den manuell speichern? Nee, da ist er. Okay, gut. Warum soll ich denn mit Damien Priest kämpfen, Alter, ich würde gegen Damien Priest kämpfen, vielleicht. So, gucken wir gucken wieder, was die Community-Inhalte in der letzten Stunde so hochgeladen haben. Kannst du auch die Matches im GM oder selbst spielen? Ja, aber ist das so etwas Feines? Das hat die WWE auch geändert, nicht nur im Deutschen. Also es gibt keine Pay-Per-Views mehr, weil es ja durch das Network nicht mehr extra bezahlt werden muss, wa? Das ergibt schon irgendwo Sinn. Ist das wieder was anderes hier? Okay. Oder wollen wir langsam mal anfangen, mich zu bauen? Aber das wird genauso langweilig einfach. Also ihr dürft wieder abstimmen, was wir machen. Ähm, entweder Universe-Modus spielen, mich nachbauen, oder... Ähm... Weiter Exhibitionen, also einfach Matches. Also Matches, Universe, oder mich nachbauen. Sting. Ach, schön. Hier ist noch ein MJF, der ist, glaube ich, neu. Kommt gleich eine Umfrage. Nee, der war nicht neu, der war genau so jetzt wie vorher. Du kannst nichts machen, wenn das unterwegs ist. Ein Tipp, was man machen kann, wenn du das vorbestellt hast und es kommt heute nicht, kannst du nichts machen. Du kannst gerne auf die Suche gehen nach dem Postboten, der für dich zuständig ist und schlägst uns zusammen. Mehr kannst du da eigentlich nicht machen. Korra Jade. Okay. Geht. Ist die im Spiel? Ist ja fast okay. Aber die ist im Spiel, ne. Machst du beiden Tage Streams für Resident Evil? Ja. Amazon-Paket haben wir heute auch nicht. Warte, ich mach erstmal den Ass-Check. Lustigerweise hab ich da gar nicht hingeguckt. Oh, hey, Jenny, guck mal. Geht sogar. Jetzt, äh, Ass-Check, jetzt hab ich drauf geachtet. Aber ist gar nicht so verkehrt. Geht. Also der Arsch. Nur so ein Massageding drin. Cat. Jeder. Jeder. Weiß, wenn du sagst, mein Paket kam heute auch nicht, ist aber nur so ein Massageding drin. Jeder weiß, dass du bei Drucker-Zubehör bestellt hast. Jeder weiß es, dass du dir mal wieder schön was zum Flappen besorgt hast. So sieht's doch aus. Nicht Eis dir, ja doch. Drucker-Zubehör, ist schon klar. Du kriegst auch bei Amazon so ne Sachen. Mo, dein 20 Monate Reset. Dankeschön. Hier ist der Imperium Giovanni Vinci übrigens. Ja, nice. Guck mal, können wir gleich geben. Können wir gleich einbauen. Läuft. Universe Mode, 63%. Okay. Frisch gemachtes Bett und Massagedings. Ja, ja, ja. Versteh das schon. Eis.de ist enttäuschend. Schöne Seite und nirgends findest du Vanilleeis. Ja, das mag sein, ja. Oh, Mickie James. Ja. Aber dann scheint die ja im Spiel zu sein. So. Ich nervt ein bisschen, dass ich... Ist noch ein Punk? Mich nervt ein bisschen, dass ich Kurt Angle erst freischalten muss. Guck mal nach Eva Marie. Selbst wenn die hier wäre, würde ich sie nicht runterladen. Was ist aktuell noch überschaubar hier, was hier an Qualität hochgeladen wurde. Oh, ein Eddie Kingston. Der geht aber fit. Guck mal gleich mal als Dings speichern. Donald Trump. Den kann man immer gebrauchen. Der ist Hall of Famer. Ist sogar gar nicht so schlecht. Also da gibt es schlechtere Wrestler. Muss man auch mal sagen. Wahrscheinlich, wie man da freistig am Kau basteln. Ja, bestimmt. Hat er schon irgendwas gepostet bei Twitter oder so? Die ganzen Leute, die da die Kauze bauen, die posten nochmal bei Twitter. Was sie so machen. Die Laderei einfach für diese paar Bildchen hier. Das ist auch nervig wie Sau. Hier ist noch eine Sascha Banks. Button Smashing beim Pinfall ausstellen. Ja, kann man machen. Ui, dies. Die geht voll fit. Die ist besser als die Monet, die hier Dings hochgeladen hat. Die geht voll klar. No, nicht schlecht. Okay. Hidden John Cena Action-Figur-Modell. Aber das ist wohl nicht in den Community-Creations zu finden. Okay, Action-Figur. Ach du Scheiße. Was es alles für ein Quatsch gibt. Dann gehen wir mal wieder aus. Und dann spielen wir mal den Universe-Modus an. Wenn ihr das schon unbedingt wollt. So, die Frage ist jetzt natürlich. Äh, klassischer Modus. Original Sandbox-Modus mit völliger Freiheit. Stimme die Geschichte eines Superstars im Universum. Auch witzig eigentlich. Ich mach mal klassischer Modus. Klassischer Modus mit aktiven Tutorials fort fort. Wie ist das Spiel? Ja, eigentlich ganz nice. So, NXT, SmackDown, Raw. Okay. Warum machen wir die Aufstellung so? Das verraten mich ein bisschen. Aber wird schon passen. Wollen wir einfach mal so eine Raw-Episode durchspielen? Und mal gucken, wie sich das so zusammenbaut? Oder wie würdet ihr das jetzt am besten spielen? Das MGT-Video geben? Keine Ahnung. Ansonsten müsste ich ja erstmal alles booken. Erst alles ändern. Alle Shows ändern und so weiter. Können wir einfach damit leben, was uns das Spiel gibt. Und zocken einfach mal so ein Ding durch. Lohnt sich das Spiel für 100 Euro zu kaufen? Das Spiel lohnt sich sicherlich auch für 60 Euro zu kaufen. Aber das Spiel lohnt sich schon zu kaufen. Okay, wir ballern jetzt einfach mal eine Raw-Episode durch. Okay. Angefochtene Aktionen. Keine Ahnung, was das wieder heißt. So, Edge gegen AJ Styles. Das spielen wir doch, oder? So, zocken wir mit Edge oder mit AJ Styles? Oh, Pitch-Snap. Das geht natürlich nicht. Das geht gar nicht. Oh, 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 oh. Das ist ja wirklich frech. So. Und an der der Konterbereich. Outsch. Oh, Neckbreaker. So. Mit Schwierigkeitsrat zockst du auf dem Höchsten. Und Trenkskrieg. Hey, hier geblieben. Geht ein Showcase durch, war geil. Okay. Das ist die ganzen Showcase-Models durchgezockt. Okay, krass. Voll die Faust gelaufen. Auch nicht schlecht. Ich habe jetzt aufgehört, dass er rollt und er hat viel besser als Zuckertunfue oder R-Vergleich. Du kannst es schon gut vergleichen. Es ist schon ein gutes Update dazu auf jeden Fall. So, jetzt schon eine bessere War-Episode als jede war in den letzten 10 Jahren. Ich würde eigentlich so rein-diven. Aber dieses Button-Models ist einfach besser als das andere, als das Minispiel. Das Minispiel ist einfach scheiße. Schwieriger als letztes Jahr. Wenn du es so möchtest. Du kannst alles einstellen. Du kannst es so schwer haben, wie du dir vorstellen kannst. Oh, scheiße. Wieso macht der jetzt schon Speer? Und das war's. Easy. Vielleicht viel zu lang für War. Ja, stimmt. Ah, Suplex-Konter beim Rundanlegen, nicht beim Hochheben, beim Ausheben-Koll. Auch interessant. Er hat auch ein großer Update zu Tuckertun. Ja, das ist bei jedem Sportspiel so. Also, ja, aber das ist bei jedem Sportspiel so. Das ist schon geil. Ich finde es schon geiler als den letzten Teil bisher. Und große Bugs und so habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also, geht schon fit. Heiz ab. Kein Thema. Oh, oh. Konnte ich auch nicht können. Okay. Sehr gut. Zack. Calf-Crasher, out of nowhere. Ja, toll. Einfach für nichts. Hat er durchstockt einen Controller geschrottet? Nee. Controller kostet 60, 70, 80 Euro einfach. Sorry, das kann ich mir nicht leisten. Also, wer das Geld hat, um den Controller zu schrotten, der kann man was zu laden. So, tschüss. Und Style-Sclash! 1. 2. Oh, f**k. Hi, Power. Heißt, was Wiltzch? Ja. Oh. Scheiße. Scheiße. Oh, NADDG! Holy shit! Oh, 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 oh! Phenomenal Form! Woo! Nice! Eins, zwei... Oh! Nicht im Ernst, ey! Oh, oh! Flapjack! Lockbreak! Ah, der Rache hat sogar gesehen, ey! Cool! Hm-hm! Und nochmal, weil es so schön ist. Schiebt er mich wieder dahin und macht das nochmal aus? Können wir mal gucken, wann da das Konter-Ding über mein Kopf hängt? Gar nicht! Doch, jetzt! Da hat er doch einen anderen Move gehabt, okay. Hm-hm! Roadbreak! Ach, ey, was ist denn mit dem los? Greengrass oder was? Oh! Knie hochgezogen! Das war frech! Das war frech! Oh! Nice! So, pass auf, was ich jetzt mache. Jetzt geh ich hier drüben raus. Ah, Mann, ich steh mich auf Napel! So, geh rein! Geh rein! Und... Er kommt rein! Und... Fennomenal Form! Erster Sieg für heute! Yes! Nice! Sehr gut! Wir haben uns schon gemacht. Schon Rumble gespielt, finde ich ja... Das ist geil, dass die Teampartner sich nicht mehr gegenseitig angreifen. Weil zum Beispiel, okay, das habe ich doch gar nicht gut bekommen. Schon hatten sie den ersten Freitag, finde ich. Aber so, das wird nicht blöd, ok. Aber ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt gerade den Universe-Modus gestartet. Wahrscheinlich spiele ich jetzt einfach erstmal eine Raw-Episode durch. Da kann ich jetzt eh nichts machen auf das Limo-Bast und so. So, Jimmy und Jay gegen Otis und Chad Gable. Rum, Verletzung nach dem Match. Oh, das ist natürlich Blit. Äh, okay, es ist Otis gegen Jimmy Utho passiert. Wie? Keine Ahnung. Aber es ist so. Wird das jetzt noch wenigstens erklärt? Tschüss, please! Zwei Live, zwei Jahreshub, geil, Dankeschön. Ich bin so, wie Einflusswörter du es hat. Dankeschön. Aber warum... wie wurde das jetzt... Entschieden, dass es doch kein Tag Team Match ist. Warum wird man das jetzt nicht mitnehmen? Aha. Wird nur angekündigt, dass es Raw Tag Team Champions ist. Oh, die sieht mega schlank aus im Game. Oh, und das ist auch mega schlank. Ach nee, ist ja Mann, ja, ist fett schweigen. Ansonsten wäre es ja fett schweigen. Das ist ja jetzt Model, da müssen wir es abnehmen. Nein, Models müssen nichts mehr abnehmen. Das ist seit ein paar Jahren... Achso, doch, ist ja ein Mann. Ja, der muss abnehmen. Shoot hier die ganze Zeit. Alter. Ja, erstmal für das Ausweichen hier erstmal eine Runde in die Fasse treten. In welchen Matches spielt du so als erstes, wenn du das Game hast? Ja, ich dachte so an Otis gegen Jimmy Uso. Okay. Aber ich dachte, das ist ein gutes Match. Aber das ist eigentlich wirklich so ein Match, was nur ein paar Minuten geht. Die Frage ist, ein paar Minuten für wem? Oh, Simone Drop! Die wieder getrennt werden vom Reigns. Aber man wird da zwei Matches haben. Fertig. Könnte man ja was in der Nähe machen, aber das wäre zu einfach. Oder irgendwann wird es ein No More Contender Match auf einen der Titel geben. Und dann ein No More Contender Match auf den anderen Titel. Sowas halt. Da gibt es schon Möglichkeiten. Erstmal muss Reigns die Titel verlieren. Dann kann auch wieder jemand anderes Champion werden. Also, nicht dazu. Das sind alle Superstars. Die, die ich in dem Cena Modus Showcase Modus freitscheiden kann, noch nicht. Also, Kurt Eggel fehlt mir dann dementsprechend. Oder kann man da noch andere Leute freitscheiden? Nix da! Fliegt ins Leere! So, das war's. Schade. Komm, 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 komm. Hat er keine Signature? Vader Bomb und Caterpillar. Ihn als Signature? Ja! Und natürlich kommt er dann. Ey! Marcel, danke für das 500 Reset! Der ist über 60 Monate am Start. Geil! Ja, also, ich würde auch sagen, Otis ist ein bisschen zu schmal geraten. Das war's. Und erneut. Und erneut. Ein harter Kampf wirklich, Alter. Warum es jetzt kein Tag Team Match wurde, wurde mir trotzdem nicht erklärt. Das war's. 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 Der Krieg gegen Priest. Austin Theory gegen Finn Balor? Das muss auch keiner sehen. Brock Kassner gegen Kevin Owens. Roman Reigns gegen The Mist. Und Seth Rollins gegen Cody Rhodes. Klassiker. Naja, dann los. Gibt's kurz die Ladezeit? Ist das ein offizieller Start? Der Refrain ist able to start the match so we are proceeding with this match. Damn! Wenn ich hier schon die Stock hole, dann will ich den auch bitte verwenden. Alter! Ach, da ist der Refrain wieder. Das ist ja schön, dass es ihm gut geht. Und keine Engences. Keine Ahnung. Verstehe ich auch manchmal nicht. Eben kam welche, davor nicht. Warum gibt es einen unsichtbaren Ziel? Stille Frage nicht, Mo. Ist doch lustig. Aber der ist nicht komplett unsichtbar. Der hat seine Klappotten noch an und so. Die 2 Mauer Flieser. Dankeschön. Die 2 Mauer Flieser. Dankeschön. Die 2 Mauer Flieser. Die 2 Mauer Flieser. Dankeschön. Der geht aber, wie geht's ab? Die zerfrieren der Typ. Und schon. Ne, aber oh god. Zumindest erstmal aus. Die 3 Mauer Flieser. Das kann ich auch. Und 3 Mauer Flieser. Zack. Vorbei. Und tschüss. Du guckst. Und jetzt. Aber ich find die rote Hose irgendwie witzig von Strowman. Und irgendwie hat's was. Alter, der lag so nah an dem Seil, ich wollte B drücken für den Roadbreak. Und das hat nicht funktioniert. Und dann hab ich erst angefangen nahe zu drücken. Boah, hör doch mal auf. Zack, der ist doch nicht so krass. Blöd gelaufen. Ostentheorie ging viel besser, Alter. Da nehme ich jetzt Ostentheorie. Aber guck mal, die Ladezeiten sind wirklich zack, zack. Voll nice. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sehr künstler, aber auch sehr künstler. Sehr künstler, aber auch sehr künstler. Der nächste Context ist es für einen Fall. Er macht seinen Weg in den Ring. Von Atlanta, Georgia. Weighing in at 220 lbs. Das ist der W-W-E-United-State-Champion, Ostentheorie. All the potential in the world, aber leider hat auch eine schlechte Attitude. Plane. 2. 1! 2! 2! 3! 3! 4! 5! 5! 5! 4! 5... 5! anschließend haben wir uns schon sehr kommen wir bespringen so schauen wir mal ja es gibt schon mit dem spiel Der Baller, der zieht ja hier richtig durch. Das war ein schöner Sascha Banks. Suicide Dive. Sagt sie bislang zu WrestleMania Card. Ach die ist geil! Ich finde die Karte gut. Kann ich durchlaufen lassen? Die Aussage sind. Bang! So. Games Fragezeichen? Das ist kein Morgan Switch. Guck. 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 Das ist alles logisch. Ich muss übrigens die Finisher Stärke hochschrauben. Wenn man einen Finisher macht, dass der auch wirklich krass reinzündet. Guck. 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 Du bist wirklich geil gekämpft, das Ding, aber der ist richtig schön geflogen. Jesus. Kein Thema. Und... On Drag! Die Lösung ist perfekt. Mixer. Und jetzt. Oh, tschüss. Tiebreaker. Scheiße. Komm, wir nehmen dann. Nur bitte nachbauen, damit wir spielen können. Ja, alle Möglichkeiten. Ich glaube, es hat nicht mal jemand meinen Facecam reingebaut. Also, ich glaube nicht, dass irgendwer irgendwas baut. Aber wir können ja ein bisschen was zusammenbauen. Oh, er ist zu schnell wieder da. Nein, 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 nein. Double X hat, whoa. Okay, das war nichts. Oh, Ripcord 4. Nice. Okay, erneut, erneut, erneut. Oh, Cudebra. Das war's. Scheiße. Das meine ich. Eigentlich dürfte das nicht sein. Also, ich will die Finisher noch ein bisschen stärker machen. Oh, BAM. Alter, der hier ist es wie pervers aus. Oh, fuck. Das war knapp. Andy 2 Monate, Brainstormand 57. So, Blue und Blizzard 3 Monate. Ist ja versprochen, trotzdem Prime wieder da. Dann gehört er dir. Sehr gut. Und noch ein Sub verschenkt von Andy. Sehr nice. Auch ein anderer Andy. So, das sind wir. Nehmen wir auf jeden Fall. Wer gewinnt, ist mir scheißegal. So, Kevin Owens gegen Brock Lesnar. Das ist doch witzig. Und wir nehmen natürlich Owens, um es uns noch schwerer zu machen. Das neue Pin-System schlecht, das Martin das alte benutzt. Ich komme mit dem alten einfach besser klar. Schwierigkeit ist auf Superkrasse. Legende, Legende, Superkrasse. Superlegende quasi. Superlegende quasi. Den Klatsch war jetzt weg. Den Klatsch war richtig hier. Einige Musik für Nantins. Was wollte es auch hingehen? Ich glaube, du musst die Schwierigkeiten gerade runter machen. Ja, weiß ich nicht. Bis ab, wie lange. Neu, 52 Uhr, Treside. Dankeschön. Ich habe immer noch nicht die 500 Subs geknackt, ey. Ich wollte 600 heute knacken. Das war mein Ziel. Und vielleicht auch das Donation Goal, aber nichts davon hat geklappt. Da muss ich doch morgen wieder Blowjobs am Bahnhof verteilen. Ja, ich komme aber nicht aus dem Modus raus, wenn der gerade läuft. Wegen könnte ich auch stärker machen. Ich glaube, ich muss doch mal ein Stück Pizza essen hier. Von meiner zweiten Pizza. Was auch so ein Ding ist. Da kaufst du dir eine mittelgroße Pizza und ich bin ja jetzt kein Vielfraß. Aber ich bin nicht auch missabgeworden davon. Das ist auch komisch. Na toll, die Pizza ist kalt. Na toll. Die lag jetzt hier eine Stunde rum und ist kalt. Na toll. Tagпервых. Poyazo pathet. Kähle weir Sinds páceres. Nur seitens. Nur seitens. Nur seitens. Nur seitens. Nur seitens. Im Ernst zu sein, verstehe ich euren Gag mit Kevin Owens überhaupt nicht. Also null. Ich sehe doch nicht aus wie Kevin Owens. Kevin Owens ist fett. Also so schlecht bin ich jetzt auch nicht in shape, Alter. Guck mal was für ein geiler Brot jetzt zu schmuck. Vollgas. Ich glaub nicht. Was ist mit einem Wohlstandsbauch? Ja, aber ich hab doch keinen Wohlstandsbauch. Ich hab nur Ideen, das haben die Kinder in Afrika auch. Ich hab nur ein paar Jahre alt. Wohlstandsbauch... Wohlstandsbauch. Wohlstandsbauch. Ich sag, da schiebt sich die zweite Pizza rein. Ja, dagegen kann ich nichts sagen. Dagegen kann ich nicht argumentieren. Da hast du mich natürlich an meinen kleinen Cojones. Also arbeite ich mich zu Kevin Owens. Aber Kevin Owens hat auch einfach dunkle Haare und dunklen Bart. Also es macht auch einfach allen Ebenen, die existierenden Nullen sind. Das ist einfach nur ja, aber Kevin Owens hat ein Bart. Guck mal, Lesnar hat auch ein Bart. Also, warum sagt ihr nicht, hey, du siehst aus wie Brock Lesnar. Also, steh ich nicht. Den Gag kapier ich nicht. Ich hab' wie er sich den reinguckt. Der WX-Handle. Guck mal. Zack, zack. Package Pildriver. Ne, doch nicht. Schade. Zack. Alter, ich nehme den hier gar nicht richtig auseinander. Guck mal. Kontostand ist auch anders. Ja, das stimmt. Ist brutal anders. Und dann sieht der aus wie Ric Flair. Ja. Also ich finde, ich sehe aus wie dieser eine YouTuber, der Wrestling Videos macht. Dieser Martin Guerrero. Ich finde, dem sehe ich ähnlich. Lass das jetzt mal durchziehen. Juckt ihn nicht. Guck mal, Powerflow. Powerflow sieht er aus wie Kevin Owens. Obwohl er auch gerade hart an sich arbeitet. Also, Powerflow ist auch nicht mehr so dick, wie er vorher war. Wenn ich mein T-Shirt ausziehe, dann denkt der auch, krass, okay, wir haben uns geirrt. Das ist doch Airblockless nur. So. Oh. 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 Mein Knie. Mein Lieblings Knie. Oh, oh. Oh, scheiße. Jetzt aber! Jetzt! Und Stunner! Das war's. Eins, zwei. Scheiße. Oh! Ein F5 mit ausweichenden Kontor. Yo, das war krank. Die nächste Schurze kommt mit Cowboyhut, ja? So, was jetzt kommt? Das Ende. Stunner! Alter, da hab ich mir gedacht. Ich werde jetzt schön Lesnar besiegen. Ich besiege mich mal mit Otis. Keine Ahnung, Otis besiegt mich hier in dem Spiel. Aber Brock Lesnar krieg ich easy weg. Das wär so lustig. Jetzt esse ich noch ein Stück Pizza. Scheiße. Oh! Oh! Oh, Alter. F5 gekontert. Signature angesetzt. Er kontert mein Signature. Jetzt gibt's sein Signature. Skyline United, danke für den Primeshub. Herzlich willkommen auf der Sonnenseite des Lebens. Nein, nein. Ich zieh das weiter durch. Ich krieg den. Den hol ich mir jetzt. Den Sieg hol ich mir. Das war's. Ich weiß, dass er es in der Rung zu sehen ist. Die Leute in seiner Pflicht waren. Und die Gelegenheit sind in der neuen Pflicht. Er macht mich ein Gericht. Und die Leute befine den Arbeitsscheren wie ein Basketball. Oh, ach, retten sie, alles klar. Das war's. Das war's. Das war's. Er geht's. Ich halte Geld. Oh, krass. Scheiße, ey. Comeback damals war ich live da bei Lesnar. Nein. Nein. Oh, okay. Scheiße. Kerz war ein Finisher. Fuck. Das war's. Sorry, hat der Klappen geholfen. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh, shit. Oh. Oh. Nichts. Ah, fuck. F5 Das wird nichts So Und Tschüss Das war's Und Boah Papa Papa Barakarada gekontert Lesnar dreht durch Lesnar hat seinen inneren Ricochet gefunden Nee Scheiße Ja Bam nochmal Oh Oh Ja Das ist schön Alter Oh Fak zu kurz Oh 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 Inverter Mitm Stunner 1 2 3 So sieht's nämlich aus Wer ist Lesnar bitte Wer ist Lesnar Ich habe zwar 30 Tonnen gekostet, aber ja. Oh, die Showcase habe ich noch nicht gespürt. Was ist denn da passiert? Der holt sich alle. Bitte. Ich guck Wrestlemania mit euch zusammen. Ich hatte ein Match gegen Simon Miller. Letztes Jahr. Wann hat der Typ ein neues Team? Seit zwei Jahren? Konntest du dir auch vorstellen? Liv Morgan zu JD. Was? Martin vertappt Kummer und Sorgen. Hast du Kummer und Sorgen? Dann haben wir was anderes. Schon mitbekommen, dass der Keller bei Wrestlemania ist? Nee, ich hab's nur gehört. Aber ist doch cool, wenn er sich das leisten kann. Ich bin ein W.W.E. Superstar. Und er hat re-definiert was es bedeutet, zu sein W.W.E. Superstar. Finally, ein wenig Respekt auf sein Name, Saxton. Das ist ein Reality TV Icon. Ein Movie Star. Grand Slam Champion. Two times over. Wrestlemania Headliner. Oh, und er ist die In Couple mit Maurice. Wo ist er mit Maurice eigentlich? Wie war er mit auf dem Bild? Nogen Paul ist im Spiel, ja. Ist das ne TK Pizza? Ne, das ist ne Dominos Pizza. Schweckt allerdings auch wie ne TK Pizza. Oh, fuck. Ah. Siehst du schon im gelben? Ne, ich weiß noch nicht. Jetzt mach ich erst mal. Eben hab ich mit Kevin Owens Brock Lesnar besiegt. Dann werde ich es euch jetzt easy schaffen, Mick The Miss Roman Reigns zu besiegen. Oder nicht? Ist ja jetzt gar kein Thema. Oh, shit. Mh. 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 die stelle das war ein Kollege hatte meine Grafik hat sich nicht verändert und ich bin gemein und das ist eben so wie grafisch das ist noch krank verändert hat das sieht schon richtig gut aus sieht schon richtig gut aus und doch die Grafik hat sich schon ganz schön geändert aber jetzt auch nicht also ist jetzt auch kein Kier-Spiel einfügen was richtig gute Grafik hat mir fällt nicht mal ein ich nehme mal die Grafik von Hogwarts Legacy an die ist auch scheiße aber das Spiel ist gut aber was die Veränderung angeht ist schon krass hat er nicht gesagt, dass er von Legacy Scheiß Grafik hat die Hackfressen doch alle, die sehen alle gleich aus das Allgemeinschaften, ne das finde ich nicht, das ist schon geil aber die die Menschen die da rumrennen, die sehen alle kacke aus aber das ist ein Sportspiel, also was will man denn erwarten, dafür dass da kaum Budget drin ist, finde ich das schon alles in Ordnung wo ist die Grafik von Hogwarts Schuss? guck dir irgendeinen Charakter an, deinen eigenen das stimmt gar nicht, der Graue Wald sieht voll gut aus oder das Graue Schloss, oder die Graue Wiese, oder die Grauen Städte, das sieht alles voll gut aus und die Grauen Berge und die Grauen Höhen und so, das sieht alles voll gut aus was war da jetzt los? ahja, Signature gekontert, den wir einfach nicht genommen haben, auch geil oh oh, das war's und Schuss ja, selbst da hab ich keine Chance oh, außer aus geht's Lumen Reitz hat drei Finisher einfach äh, und er hat gerade eben einen gemacht, das heißt, er hat einfach out of nowhere während er einen dritten gemacht hat, einen vierten dazu gekriegt so, das sag ich dazu so, hier Skullcrushing Finale das war's besiegt Hagi 55 Morte Wiese einfach, schön die besten Veränderung im Piccad 23 nach dem Spiel um ehrlich zu sagen, hab ich keine Ahnung ich weiß nicht, wie ich diese Frage war und erinnere ich weiß nicht, was die besten Veränderungen in dem Spiel sind es gibt zu viele Kleinigkeiten, es sind nur Kleinigkeiten, aber die sind alle in sich aber gut Was ist das für Modus? Ja, Universe Modus. So, das Match haben wir auch schon tausend Mal gesehen. Deswegen machen wir es halt nochmal. Aber mit Rollins. Burn it down. Seth Freakin Rollins has arrived. Kaga, du schreibst, ich brauche Selbstbewusstsein. Und dann kommen wir mal in Coaching. Ich habe das nicht umsonst gemacht, das Coaching. Ich habe viele Leute, die sagen, ich bin übelst schüchtern. In meinem Leben irgendwie, ich komme gar nicht richtig aus mich raus. Ich habe viele Probleme bei vielen Sachen einfach. Ich komme nicht klar mit Frauen, ich weiß nicht, wie ich die ansprechen soll und so weiter. Ich habe noch nie eine Freundin gehabt und so weiter und so fort. Das habe ich immer mal wieder bei mir im Stream oder häufig. Deswegen habe ich ja das Coaching gemacht. Ich habe 95% Männer als Zuschauer. Wir haben doch alle die gleichen Probleme. Aber ich kann dir helfen, die zu lösen. Deswegen habe ich das Coaching gemacht. Bei der ManAcademy.ja heißt das? Komm, leg ich einfach an. Das gilt für alle Freunde. Ich will jedem Mann auf dem Planeten retten, Alter. Ich will jedem helfen. Und ihr seid alle geil. Ihr wisst es nur noch nicht. Und ich bringe euch das bei. Ich bringe euch bei, zu checken, was ihr für geile Leute seid. Ich bin jetzt auch noch Liebescoach. Bin ich Liebescoach? Ich bin Coach für Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Das mit der Liebe kommt automatisch. Da kannst du gar nichts gegen tun. Das kommt dann ganz alleine. Aber das erste ist das Wichtige. Dass du gerade läufst. Das ist das Wichtige. Alles andere. Frauen. Karriere. Geld. Kommt alles automatisch. Oh. Oh, Cody. Aber kein Wasserpool. Rollins ist noch viel gut im Spiel. Also das ist irgendwie verlässt sich einfach. Da bewegt sich geil. Die ganzen Moves sehen cool aus. Hilfe brauche ich mir nicht. Ich will nur einen Tipp, ob es totale Hotels gibt. Ja, es gibt totale Hotels. Es gibt auch totale Hotels. Es gibt auch rund um totale Hotels. Können Sie mal Unificc Wrestling und Unificc mitzusuchen? Äh, ja. Sicher. Das könnt ihr aber auch kaufen. Das neue Reveal abweg endete? Da war wohl ein Fehler. Was? Echt? Die RAW-Review endete abrupt. War ich denn schon fertig? Hä? Nö, eigentlich nicht. Hä? Gab es da einen Fehler am Upload? Ne, 8,37. Und das Video ist? 8,37. Hä? Was hast du denn geguckt? Die RAW-Review läuft, ist alles gut. Ich habe mit Schuhs, mit Schuh habe ich das Ganze beendet. Hä? Ich habe mich auf, wenn es da einen Bug gab. Amsterdame kann man schon den Damen kennenlernen. Ja, aber wenn die dich mit dem Arsch nicht angucken, bringt dir das auch nichts. Das ist ja das Problem. Deswegen muss man ja sich auf Kurs kriegen und nicht die Ladies. Okay, die Moves auf dem Weg sind. Oh, 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 nice, geil. Den Pin gab es, glaube ich, auch noch nie im Spiel. Und zack. Und zack. Und pein Pedigree. Schade. Ähm. Ich muss nur noch dran auf uns, wie mit da nach Hause zu fahren. Ja, hol dir einfach ein Hotel. Hier gibt es überall Hotels. Also Hotel hier in der Nähe, das ist wirklich davon vergehen. Das sind nämlich ja viele aus dem Streaming Hotel. Boah, alter Cody, was war denn dein Plan hier gerade? Welche Version muss man gekauft haben, um heute schon spielen zu können? Äh, die Icon-Version oder die andere? Alles außer die Standardversion. Wenn du irgendwie mehr Geld ausgegeben hast, als du musstest, dann ja. Die letzten 10 Sekunden sind nicht angehört. Ich will zeigen mal, was 8, 7, 7 zu Ende wird. Komisch. Oh nein, 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 nein. Oh, shit. Icon und Deluxe-Version. Ah, okay. Hammer ist auch noch mal innen. Oh, shit. 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 Wenn du in Amsterdam dich mit dem Arsch nicht angst und hast du auch Probleme, die dich mit auf dem Coaching nicht hätten. Das schreckt mich. Oh, shit. Die machst du nie Widerstand, weil ich mir den immer aufhebe, bis es zu spät ist. Und weil ich weiß, dass ich es sowieso schnell drücke, um rauszukommen. Sagen Sie zum Spiel, ich bin du und ich sage, es ist ein schönes Spiel. Also, ist gut. Ist wie das letzte Spiel, nur besser. Das ist ja erstmal eine gute Ansage, wenn ich. Oh, ey. Hier bin ich und es ist jetzt schon 6 zu 0, nix mit 0 zu 0. 6 zu 0 beim Fußball? Was guckst du denn? Männer gegen Frauen? Tschüss. Easy, Alter. Dann haben wir gerade schon noch. Ach, ich kann das ab. Der kann das ab. Und ich auch. Meistens sind eher die Finger das Problem. Aber ich drücke nur einen Knopf, deswegen. Irgendwann ist der Knopf vielleicht ausgeleitet, aber sonst läuft. Post jetzt auf Twitter Cancel Martin. Ha! Du bist wohl noch nicht so lange hier dabei. Ich bin der freiste Vogel auf Twitter. Ich bin schon gecancelt. Ich kann hier alles sagen. Das ist ja das Schöne daran. Ich komme immer raus. Brauche ich gar nicht. Oh, fuck. Jetzt komme ich vielleicht doch wieder raus. Aber jetzt machen wir mal das hier. Wenn man auf Twitter postet Cancel Martin, dann heißt das, wenn du ein Posting dazu machen würdest, würde der das Hashtag gleich trennen. Weil es so häufig verwendet wird. Oh, scheiße. Crossface. Aber wieso kriege ich eigentlich... Was macht denn Rollins für Finisher? Stomp am Boden seitlich. Eckenlaufangriff. Eckenlaufangriff und Stomp seitlich. Und seit sechs Jahren dabei. Und nach sechs Jahren werde ich dich wieder canceln. Homophober, Sexist, Rassist. Was es doch so gibt. Ja. Äh, homophober, Rassist, Sexist. Ja, ja doch. Neh mich. Da kann ich mich identifizieren mit. So. So, das ist das. Erledigt. Ah! Ich tröne euch. Dann halt nochmal. Warte mal, ich hätte doch schön in der Ecke hochstellen können. Boah. Nein! Crossroads! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Keine Chance. Keine Chance. Ah! Ah! dem an den preis ganz ähnlich wie machen deswegen war das neue system weil ich habe mich gar kommt ich bin ein alter mann kann mich auf neue sachen einschauen ich glaube ich muss jetzt gehen ich kann dir nicht weiter zuschauen ich fang gleich anzuheulen weil ich das nicht zocken kann ext na gut da kann ich jetzt auch nicht helfen also dankeschön auf jeden fall mario für die 2 euro donation kaum bist du vom fußball gucken wieder da rollen hier wieder donations rein ja aber das ist wie es ist kannst du machen nix entweder man hat die möglichkeit das zu zocken oder halt nicht so was ja neun monate so ok also das war der tolle universe modus komm mal nix die alter wesley gegen jeder drauf für gut polo cruz gegen nur und da ist gar nicht mehr bei nix oder doch oder keine ahnung ich weiß nicht was mit dem zurzeit los ist rumble oder my rice spielen rumble sieht ihr dass man jetzt ein rumble in jeder arena machen kann so den spiel mal logan paul ich zock auf super schwer super legende madcap moss ist auch im spiel ich zock jetzt aber mit eddie die rumble oder mit segler segler kann man immer mit dem das machen wir auch mal lustig spezial was das denn wieder 50 euro wenn du schaffst das nummer 1 von stau zu gewinnen alter sehr zu spät habe ich jetzt zu spät gesehen außerdem bist du nicht mal abonnent wer glaubt dir denn dass du 50 euro gespendet wer kündigt hier gerade irgendwas an guck mal wir haben einen pack gefunden kein ringsprecher ich muss wahrscheinlich meine facecam wieder verschieben hier oben wahrscheinlich gleich die entgegen zu nehmen und stehen stimme kommt vom band der spezial war zu teuer ja nr 1 was das habe ich nicht eingegeben hat er die chance war 1 zu 30 so hier 50 euro donation mr luke ich habe keine ahnung welches schicksal das jetzt gerade entschieden hat aber ich bin nur 1 aber dadurch dass ich die alle auf legende habe ist das wahrscheinlich überhaupt nicht möglich zu gewinnen aber sehr egal mhm chefchen ist auch am start online sagt auch ausgleich und super starb und ich glaube nicht so gut aus also nicht in das spiel und wie rin denn ja es war eben jetzt gesehen ich habe nicht ausgewählt dass er das heraus will Nr. 2 Oh, Tyler! Ich bin kein Abonnent, aber ich sehe es, haha. Ja gut, aber du hast nicht mal gesagt, ach 4 Euro gebe ich dem Typen. Da musst du ja jetzt nicht sagen, 50 Euro gebe ich dem Typen. Das ist übrigens auch eines der Top-Lieder in der WWE. Und im Wrestling. Hammer! Der hat gerade von Spott gekommen. When I appear a super good weekend, are we having a place? Weil es einfach auf den Typen passt. Er hat es dann sogar selbst gesungen. Es ist einfach geil. Es ist einfach ein gutes Team. Perfekt auf dem Rest dazu geschnittenes Team. Es ist immer am besten. Am I what you want? Am I who you follow? Ich finde es auch super komisch, dass er zur Zeit so oft zu sehen ist in diesem 2K-Release-Kosmos. Ich war ja leider nicht in... Paraflow war ja eingeladen ins Performance Center zum Zocken. Und da war Tyler Grüße auch. Und ich sollte da eigentlich auch hin, aber mein Reisepass ist ausgelaufen. Ich sollte eigentlich auch vor zwei Wochen im Performance Center sein, NXT gucken und das Game zocken. Ähm... Wurde ich auch eingeladen von 2K und so weiter. Aber mein Reisepass ist ausgelaufen. Ich konnte nicht fliegen. Ähm... Wie kann man das Spiel jetzt schon spielen? Kommt das am 17. Nein, es kam heute schon für die, die den Super... ...den Super-Teil bestellt haben. Also das, äh... Deluxe Edition-Kram und so. Ähm... Ja, und weil das nicht kam, konnte ich da nicht hin. Ich hätte den auf jeden Fall gefragt, was mit ihm ist. Und ob er nicht am 14. 15. Oktober was zu tun hat. Und ob er nicht zu Unlimited Wrestling kommen will. Tyler Breeze hätte ich auf jeden Fall gebucht. So, warte mal. Ich muss jetzt meine Facecam ein bisschen verschieben. So... Was ist das so? Ne. Noch ein Stück her. Schon mal live am Pepe View. Ich war bei WrestleMania 28. Damals vor 100 Jahren. das war schön. So, jetzt aber. Ja, so ist gut. So. The Creed Brothers sind am Start, beziehungsweise Protus. Die sind gar nichts scheiße, das geht auch noch. Die sind auch eine der wenigen Leute, die man bei NXT noch wirklich irgendwie verwenden kann. Und dann muss raus. Haha. Kevin Nash. Hä, was kann ich denn hier machen? Ich dreh durch. Ähm. Auto, Präsentation, Steuerungshilfe ein. Und erst jetzt sehe ich wahrscheinlich erst wieder, was ich hier drücken muss. Oder auch nicht. Ich sehe es nicht. Hammer. Hammer. Cool. Sehr cool. Es wurde mir einfach nicht angezeigt, was ich da hier machen kann. The Hurricane. Alter, die Eier. So, das bin ich jetzt. The Hurricane. Kommt es tru. Oh. Beste Mann, ey. Jetzt schon ein besseres Rumble, als das ursprüngliche Rumble war. Ja, das kannst du nicht machen. Das ist so dumm. Boah. Boah. Sechs wäre Rains gewesen. Na danke. Aber scheint, als wäre mehr Random dabei. Meistens ist das Stärkste im Game immer die Nummer 30. Kannst du nicht sogar der Finisher. Echt? Okay. Herr Flüter, Rains mit 32 Leuten. Digga, was geht's? Ich hab auch für Wege gespielt, ne? JPL. Ah, jetzt geht's eigentlich besser. Ey, jetzt geht's ab. The Wrestling God. Okay, jetzt ballert er einfach zu drauf. Flüter Mann, wir sollen dir sagen, er ist viel besser als du. Äh, das zweifle ich überhaupt nicht an. Ich hab bisher zwei Matches gewonnen und zehn verloren. Also, ich spiele auch auf Legende und auf Superschwer. Aber ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich was dran ist, dass sich die beiden Tagteams nicht im Rumble attackieren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob das stimmt. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal auf JPL. Achtet mal drauf, ich muss auch noch ein bisschen zocken. Aber ich schmeiß mal kurz JPL hier und Rains raus. Före das ab. Ich weiß, was mich schämen ist. Oh, fun. Das finde ich cool, dass sie halt so wegrollen und sich da halt, ne? Nicht die Geräusche spielen auf normal. Naja. Spielst du auf normal, oder was? Keiner denn? Ist ja logisch. Zwei Liga-Elfen-Geladen steht gerade, okay. Ich bin immer noch der Beste, was du da nimmst. Sicherheit. Aus seiner Sicht wahrscheinlich schon. Oh. Ich sag mal. Ich sag mal. So. Und bam. Hotrop. 100 Bits, Alter. Dankeschön. Jetzt geht da ab. Nice, ey. Vielen Dank. Ja, eine ausgeschossen hier. und quale der hütte drei monate deshalb sehr schön aber für die diese pennen oder was läuft bei dir jetzt dachte du bist jetzt über die vollzeit stürmer gegangen und ist nie wieder aufzustehen hinsetzen wir jetzt eine reine sitzveranstaltung wenn die welt meinte ich ich mag gar nicht schutz gegen andere liegen mag ich überhaupt nicht deswegen möchte ich mich für diese aussage eindeutig distanzieren nicht jetzt geht aber wenigstens ist es jetzt ein bisschen schwieriger das war mir löscht weil früher habe ich wirklich hätte ich die sie mit nummer 1 eingehen können hätte nummer 30 durchgezogen was wirklich sehr leicht war wir haben die leute rauszuwerfen jetzt gerade ist nicht nur so einfach und ich schmeiß weder ich sage einfach jemanden raus ohne irgendwas unter uns gerade hier und schild und schild das ist ein bisschen stich ist gut würde ich mich interessiert dass beide krebs rausgeschmissen nach besser ist es auch wenn du mal der zwei reis und monat wie es hat uns geschehen ich finde schön aber ich spiele es natürlich auch öfter so oft spiele es aber ich bin zu jedem ich habe echt keinen bock mehr gehabt weil ich brauche immer neue spiele einfach also ich brauche neue games deswegen für mich ist das wichtig dass jedes jahr neue spiele rauskommen so hier tschüss kürzer sauer wehrt sich einfach was ist das für ein schlinge Das ist ne ganz schön Junge, ganz Junge für Bukatty, muss man sagen. Noch Bayern auf ne dumme Love Story mit Red Cat. Aber wer soll die denn machen? Da Red Cat Single ist, gibt's ja keinen, der dieses Love Story umsetzt. Lass es sich flüssig wieder spielen. Ja, aber ich fand auch nicht, dass der letzte Teil sich unflüssig gespielt hat. Alter. Xbrainy, 10 Euro oder nicht? Alter, dankeschön. Das ist ja voll nice von dir. Geil. Dank dir. Einfach mal ein 10er ausgedonnert hier. Auf ganz entspannt mit Perfekten. Ich bin raus mit uns. Geil aber. Vielen Dank, ich trink auf dich. Und ich trink sogar aus für dich. Und jetzt habe ich keine Cola mehr. Keine Pepsi. Boah, Walter. Schon mal geht's jetzt hier noch drin, ey. Mit kurzen Haaren. Ich glaube, wer ich mir nie angehe. Alter Gunter zieht hier durch wie in echt, ey. Jetzt haut er den nächsten aus. Ne. Krass, krass. Oh. 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 So, jetzt komme ich wieder. Und jetzt ist... Kevin Nash einfach nochmal. Weil er eben rausgepflegen ist. Oh. Oh. Was ist das für ein blauer Preis da übermittelt? Was ist das für ein... Ich bin gerade rausgekommen und hab noch so... Statist, dass ich hier alles durchhämmern kann oder was? Ich kriege jetzt meine Powerballverwalter ab, natürlich. Und bin erstmal komplett weg. Das war's aber auch wieder. Ja. Hinten. Angel Garza. Ryan is on the lead free. Er hat noch keinen Release. Kannst ja einen ausüben per Totoro zuweisen. Ja, aber das ist ja auch blöd. Ich schmeiß aber schon mal, geht's raus. Gute auch nicht. Farooq. Okay. JBL ist auch drin. Schauen wir mal. Uh uh. Okay. Okay, der geht natürlich auf JBL. Aber das macht ja auch Sinn, weil die sind nicht... die, die... in der APA zusammen waren. Das ist schon okay. Das Spiel darf niemals enden. Ähm. Dafür... sind es eindeutig zu wenig Donations. Manzor. Okay, das war's. Wir haben unseren Sieger gefunden. So, tschüss. Was ist denn damit los eigentlich? Oh manzor, jetzt geht's an. Uy. Schöning. Find's gut bis jetzt. Auf jeden Fall denke ich nicht daran, bei dem Spiel jetzt das Alte wieder reinzugehen. Okay? Deswegen ist alles richtig. Entschuldigung. Deswegen passt das. Das hatten wir schon mal anders. Was? So, hier. Zack. Chokeslam gegen Jerry Lawler. So, bitteschön. Gleich mal einen Durchhämmern hier. Ja, tschüss. Oh, ey. Ja, manzor, schon wieder das Gleiche. Was soll denn das? Mach doch einen Sopperton. Toll, dann kann ich auch 10 Minuten offline gehen. Hehehe. Oh, John Cena! Das ist ein half a wargames. Sag mal. Ich weiß, dass die Slam-Kalt-Box nicht mehr oder irgendwie... Ja, die Slam-Kalt-Box nicht mehr. Ich hab zwei Teile, aber ich möchte trotzdem ein Warp halten, wenn es nicht zu einem... WTF? Okay. Okay. Es wurde gerade donated. Ich muss es aber vorlesen gleich nochmal, weil ich hier gerade durch die Fahrzeuge höre es nicht. Mensch. Alter, jetzt kommen hier die richtigen Kalino die ganze Zeit. JBL chokt mich einfach eine Stunde lang aus. Ich lass es einfach geschehen. Kann mir nichts passieren. Alter, Mr. Luke hat wirklich 50 overrated. Ich hab's auch noch nicht gewonnen, aber... Ich hab zwar kein Abo, aber hey, ich muss trotzdem mein Wort halten. Auch wenn es nicht so eingetreten ist, wie ich es geschrieben habe. Vielleicht kann man es als kleine Spende für Unlimited sehen. Mach weiter so ein bisschen besser. Mr. Luke, alles was hier reinkommt, geht letztendlich auch für Unlimited. Weil das meiste, was ich verdiene, geht für Unlimited auf. Es ist einfach so. Ich pusher Unlimited mit allem, was ich habe. Deswegen ist das schon so. Äh, viel, viel Dank auf jeden Fall, ey. 50 Euro donation, damit bist du Supporter des Tages. Ähm, machst du hier auf jeden Fall unsterblich, ey. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Das hilft wirklich sehr. Also jetzt müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob wir den Stream niemals enden lassen. Aber das ist doch schon mal eine Feine. Das war ein ganzer Typ. Fünfzig Euro, da ne. Ein junger Typ. Ein junger Typ. So, Edge ist groß. MWA nimmt ja alles ausmander. Das ist dann dein Hütensfeature. Versteh die Frage mit mir. Für die alten OMG-Memembert. Ja. Ja. Ja, okay. Versteh ich. Aber dafür gab es auch einfach zu wenig und hätte noch ein paar mehr machen können. Alter, gut da. Wir haben mich so oft nicht schon verpaut und hochgenommen, aber keiner hat's hingekriegt, mich rauszuwerfen mit der Pauke. Und wir haben auch was nicht hin. Ich bin ein Limit-O-Pay-Kalender, so dass man ein Flugzeug für das Jahr überplanen kann. Und ich teste der Mühle. Ja, du gehst einfach auf an Limited Wrestling und auf Tickets. Und da siehst du schon alle unsere Chancen, die wir dieses Jahr machen. Du kannst sogar schon bis auf zwei von allen die Tickets kaufen. Also wir sind immer ewig mit dran jetzt. Kannst dir alles schon besorgen. So, wir sind jetzt raus. Wieso glaubst du, dass du bei einem Sub-Octron nach 10 Minuten offline gehen kannst? Weil keiner gesubbt hat und die Uhr dann abgelaufen ist und dann stehe ich da und dann hat's das Leben. Oder? Das ist doch so, dass wir das Sub irgendwie die Zeit verlängern. Also die Zeit, die ich online bleiben muss. Na ja, also starte ich das Ding jetzt. Keiner Subt. Und dann gehe ich nach 10 Minuten offline. Okay, ich bin doch keine Frau. Ich wollte keine Streamerin. Rick Barry. Alter. Dankeschön für deinen Crime-Side. Hörst du dir willkommen. Ah, Clown-Side vom Herr, einer übelst kranke Celtic von, äh, von Gipinberg. Aber als Kevin Nash halte ich mich hier noch richtig gut. Imperium? Ach so, jetzt kommt, äh, Giovanni Vinci, den ich noch nicht ungeändert habe. Nicht Ampere im Alltag, ja, okay. Noch ein Twitter-Heil-Stack über dich. Hey, du guckst zu wenig meines Streams. Ich kann dir das so sagen. Jeder Stream, den ich mache, ist gewürdigt, auf Twitter gecancelt zu werden. Da ich aber schon gecancelt bin, gibt's für mich da kein Problem. Also, wenn du Deutschlands rassistischsten, homophobsten und transphobsten und, äh, frauenfeindlichsten, äh, streamer sehen möchtest, dann hasst du wiederkommen. Oh, geil. Sehr toll, ja, man sieht nicht aus. Hey, sag ich, hör euch raus. Hey, sag ich, hör euch raus. Hey, sag ich, hör euch raus. Ja, die Klausern von Jaguar ist Hammer, ist super. Alles klar, Monter. Monte ist echt... Monte ist ein zartes Flänzchen wie das, was ich hier schon in Streams gesagt habe. Oh, ich bin... Oh, Mann. Oh, okay, ernsthaft. Oh. Jetzt kommt's hier, Bank. Ich hab doch eigentlich ausgestellt, dass die Klaus nicht mit dabei sein sollen. Martin und Joshua Alexander, ich will hard fire. Oh, boy. Die Beast Feature Swords, okay. Also, jetzt greift mich Scott Hall an. Aber kann sein, dass er das jetzt erst macht, weil ich ihn angegriffen habe. Oh, ich hab ihn wieder rausgefeuert. Auch schön. So, Wayne Sturion mit 28. Der Punk ist nicht im Spiel, kann's runterladen. Wissst du, ich sag's ja, das weiß keiner. So, ich hab mein eigener raus. So, Solo Secura raus. Oh, scheiße. Oh, Juni, einhaub. Ha, Bank ist raus. Ey. Oh, Ray dreht auf. So, tschüss, Ray. Mach's gut. Oh, was? Wieso machst du das? So, jetzt kommen wir Nummer 30. Oh, Cruz del Toro. So, einer von denen will ich es jetzt machen. Das ist ein sehr guter Haufen, muss man sagen. Auch ein bisschen eingehaut, ich gebe mich zu. Jetzt hat der durchgeknallte die Spielverwaltung. Wie bist der durchgeknallte? Oh. Musst du mir ein Geld geben? 0 von 10. Boah, ey. Das kann man noch nicht... Keine Ahnung. Für ein Wrestling-Game ist es eine 10 von 10. Für jedes andere Game ist es eine 0 von 10. Weil, das ist doch nichts für jemanden, der nicht Wrestling-Fan ist. So, jetzt ist er. Also, an sich, ich finde es Hammer. Viel zu Bock. Weiß nicht, was man besser machen soll. Sehrartig noch nichts. Deswegen, keine Ahnung, was man ändern soll, was man... Was ist denn los? Das wäre, das wäre, das habe ich noch nie gedacht. Aber ja, das ist Kofi-Tüter. So richtig krass. Verstand. Verbesserung beim GM-Mode ist aber schon besser. Und? Ja, den habe ich ja eben ein bisschen gespielt. Aber ich weiß nicht, was man da noch großartig ändern soll. Das ist halt einfach... Du buchst eine Show und der andere halt auch. Also, ich finde den GM-Modus cool. Aber auch nicht... Also, wenn man nicht gegen einen Kumpel spielt oder sowas. Also, mit jemandem zusammen halt. Echt der neben dir sitzt. Dann finde ich es halt einfach wirklich langweilig. Weil das ist ja im Endeffekt das, was der Universe-Modus ja auch macht. Du buchst eine Karte und spielst sie denn. So. Oder du buchst halt eine Karte und spielst sie halt nicht. Äh... Ja. Deswegen ist es cool, dass es den Modus gibt, aber ist jetzt auch nicht so, dass der... Für mich lebensverantwortlich ist. So, jetzt bin ich raus. Also, wenn ich die Nähe, wenn ich das hele... Was eigentlich nicht so, dass der Meter aufhörens... Und ich Contractor Nightclub wär... Hier ist ja auch nicht so, dass der Rüster-Rüster-Rüster-Rüster-Ruster-Rüster-Rüster-Rüster-Ruster-Rüster-Rüster-Rüster. Oha, Ray und Solo-Sikura, das ist nicht schlecht. Es ist cool! 2 Monate Tunes ab Dankeschön, und Hockey 33 Minuten. Ich kann mir die Interessante-Title-Match vom Tupo-Vert und so. Ach, das geht nicht? Okay, krass. Ist in der Universe nur ein bisschen umfangreicher als Tupo-Tup, sprich Promos. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich müsste ja jetzt erstmal 20 Jahre oder zumindest, keine Ahnung, 2 Monate den Universe-Modus durchspielen, damit ich irgendeine Promo sehe, oder nicht? Gibt es bei Red Diamond Cup Residential? Ja, es gibt wieder einen Red Diamond Cup bei Residential. Weiß ist Red Bull Liebe. Ja, aber Edeka ist gerade Red Bull im Angebot für 77 Cent. Da hab ich mich erstmal eingedeckt. Rode Steam irgendwie für Kors verboten oder so. Kann man gemeinlich auswählen. Kann sein! Kann sein, dass es da rechtemäßig irgendwie so ein Ding gab. Kann schon passieren, ja. Wiedereinführung von Deathmatches für... Tja, dann hast du noch nie eins gemacht. Tja... 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 ...ja, mein Humor istED brutal. Wie die Messerstecher, die wir uns nach Deutschland geholt haben. HUHU numa... Speedballballball... Schwarze Humor, beste 1 mehr. Wowühh... Spielst du gleich mal Rise? Ich weiß nicht mehr... Achso, das ist ja das Ding, ne? Sorry, Modus. Ähm... Und die billigen Frauen, die durch den Krieg hergereist sind. Warte, ich hab dir am Anfang der Dings verkackt. Ich weiß meinen eigenen Gag nicht mehr. Ähm, brutal. Wie die... Brutal? Wie die billigen Frauen, die durch den Krieg hergereist sind? Weiß ich nicht. Dann wohl eher, äh, brutal wie die armen Männer, die im Kriegsgebiet fallen, während die billigen Frauen hier sich ein schönes Leben in Deutschland machen. Irgendwie sowas. Das könnte man vielleicht irgendwie bringen. Aber naja. Wir distanzieren uns natürlich alle von diesen Aussagen. Ganz klar, das dient hier nur der Unterhaltung. Äh, und spiegelt nicht unsere eigenen Meinungen wider. So. My Rise. Ganz ehrlich, ich hab gar keinen Bock auf ein My Rise. Weil, ich muss doch wieder jetzt mich selbst spielen, oder? So, das Video kann ich hier angucken. Äh, äh, das Video wieder gesperrt. Dann muss ich doch jetzt eh wieder mich selbst bauen, oder? The Legacy. Also ich weiß, dass es zwei verschiedene Modis gibt. Also zwei verschiedene Storys. Eins mit einer Frau und eins mit einem Mann. Da fängt der Hamster schon an zu umbilden. Ja, Legacy ist mit einer Frau. Also können wir das schon bestreichen. So, dann haben wir noch The Lock. Aber wenn ich das jetzt mache, dann muss ich doch wieder mich selbst bauen, oder nicht? Eins zurück. Da kannst du einen Hochgeladenen nehmen. Importierten Superstar wählen. Ist ja krass. Das gab es vorher noch nicht. Ah, hier haben wir es. Beste. Beste. Das ist es. Ihr habt mich doch gefragt, was ist der beste Modus, was ist die beste Neuerung in dem Spiel. Das ist es. Weil das ging vorher nie. Ich musste mich so oft schon selbst bauen. Es ist lächerlich einfach. Und jetzt geht das. Das ist richtig cool. Also können wir anfangen, mich zu bauen, oder? Hallo, sind Martin Guerrero. Okay, hallo. Warum kannst du die Entrance-Musik ablaufen lassen beim Streamen? Hat was mit Affiliate-Partner-Vorteile zu tun? Überhaupt nicht. Du kannst generell hier alles abfeuern. Aber die Musik hier von den Entrance-Gliedern ist genau das gleiche, wie die Musik, die im Hintergrund bei Hogwarts Legacy läuft. Die Spiele haben ja die Rechte anhand des Gameplays. Insofern das also Gameplay ist, was es hier ist, ist das einigermaßen okay. Es wird dir auf YouTube eh weggestrikt. Also es ist eh scheißegal. Deswegen musst du es auf YouTube sowieso stumm schalten, oder sonst irgendwas, wenn du das dann rüberballerst. Also da kommst du eh nicht drum rum. Verwandt mit Agro, natürlich. So, okay. Also. Soll ich jetzt mich wieder bauen, was? The Real Duda. Grüß dich. Danke für den Prime-Sub. So, fangen wir mal hier mit dem Techniker an. Aber aktuelles Outfit. Kein Outfit ist immer kein Outfit, bester Outfit. So, achtet mal drauf, was ich falsch mache, dass ich mich nicht wieder selbst hochladen kann. Das hatte ich nämlich letztes Mal. Ich hab mich ganz normal gebaut und ich konnte mich selbst aber nicht in die Community-Inhalte hochladen. Ich weiß aber nicht, warum. Es muss ja irgendwas passiert sein im Laufe der Erstellung, dass ich mich selbst nicht bauen konnte. Oder mich selbst nicht runterladen konnte, oder so. Alter, was ist denn jetzt bitte los? Schlaganfall. So. Bitteschön. Abgekürzter Name. Martin G. Punkt natürlich, weil ich den immer so fleißig finde. Einzugsname. Dann hier so ein Dings und so ein Unterstrich. Könnt ihr mir gleich mal auf Instagram folgen. Was? Es geht nicht mehr? Boah, Fick dich. Ja, der könnte mir doch nicht auf Instagram folgen. So, Ringansager. Löschen. Vorname. Martin. 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 Man. 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 gibt es immer ein paar andere namen martin gartner martin garrett martin gary marley gates gary geist general gentleman gentleman finde ich auch nicht schlecht girl dynamite ganz klar gott es gott es gott es gott es gott es gorgeous so also dieser creator modus menü einstellen für arsch und die lieder können ablaufen auch die lieder im menü ach so die lieder im menü habe ich alle ausgemacht weil die ficken dich wirklich weg weil das sind ja echte lieder also das sind ja richtige lieder das sind ja nicht gameplay lieder sowie roman reigns entrance song oder so die habe ich ausgemacht patrick von zorn dank für den fehlmodus risa aber gibt es denn ich habe gar keinen punkt gefunden für den streamer modus gibt es glaube ich in dem spiel nicht liebes dass du seit vier stunden wargames spielen wolltest ja ich auch liebe es auch dass ich hier anfangen mein core zu bauen obwohl ich meine gesichtstextur noch nicht untergeladen habe das liebe ich auch ich liebe wahrscheinlich auch dass keiner von euch eine gemacht hat ja das liebe ich auch ja helfe fleißig mit das ist unter den lautstärke einstellen dieser creator modus achso okay dann werde ich hier gleich mal reingehen ich kann nicht den porträt scannen von 2k22 nehmen kannst du den nicht einfach den runterladen dann nehme ich mir halt den von benno aber wir sehen eh gleich aus ach scheiße ja das ist er erst mal oder sieht gut aus genau sehe ich ach kannst du ihn so jetzt mal teilen brauchst du den internetverbindungen am freien upload platz nicht hochladen zumindest nicht jetzt so was achso ich werde gucken nach dem creator modus audio lautstärke creator modus ich drehe durch krass und wahrscheinlich sind trotzdem trotz des creator modus ich glaube ich hatte das letztes jahr auch so gemacht da hatte ich den angemacht und ich glaube da kamen trotzdem die ganzen videos aus dem aus diesem showcase modus und dann wurden mir auch alle teile auf youtube gesperrt und da kann ich die musik auch anlassen wenn mir sowieso alles geclaimt wird dann kann ich auch anlassen also ja so mache ich es dieses jahr wieder weil dann werden die die teile die ich hochlade die streams jetzt werden dann auf youtube sowieso entmonetarisiert also ich kann damit kein geld verdienen das heißt ich kann nicht 1,7 cent mit diesem video hier verdienen oh scheiße ey lassen die den mal an ich glaube die lassen den noch an ok dann hört man den entrance also sagst du wenn der konne ich glaube der nicht wenn der anders hast du die entrance glaube ich nicht so was wollten wir jetzt machen meine face textur bauen ich habe ja noch eine alte aber die ist wirklich alt warte mal ich muss mal gucken ob ich die noch habe meine ganz alte face textur ich glaube die habe ich sogar irgendwo griffbereit ja hier ich zeig sie euch mal das ist meine alte face textur ist aber schon ein paar tage her aber die die war es mal ähm aber ich habe die psd datei noch das heißt da kann ich mein neues bild einfach dropper ziehen und da ist sogar eine ganz neue drunter so jetzt müsste ich euch scheren wie das aussieht wenn man das macht indem ich euch bildschirm aufnahme ja nein indem ich euch fenster aufnahme ja fenster welches fenster zeige ich euch das nicht das nicht das nicht das nicht das nicht ok keines davon äh neue quelle hinzufügen ja mach das mal und das wird dann diese hier so ne also so sieht das ganze denn aus so ähm ich mach das mal ein bisschen kleiner einfach damit hier so und da muss ich jetzt mein neues bildchen was ich gemacht habe was ich irgendwo hochgeladen habe wahrscheinlich wieder auf meinem desktop natürlich wo auch sonst ich bin ein richtiger messi einfach was das angeht alles bei mir fliegt auf dem desktop so dann muss ich das in der größe mal so ein bisschen ausrichten dass das hier passt wie vorher noch nicht ganz noch nicht ganz so glaube ich ungefähr ne könnte passen ich gucke auch richtig schön traurig auf dem bild das ist einfach herrlich so und jetzt muss man jetzt muss man den ganzen dreck hier diesen ganzen scheiß muss man hier weg retuschieren so bla 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 zack zack eigentlich auch den bart und so das kannst du auch alles weg machen und die haare auch weil die setzt man zum schluss sowieso neue drüber aus dem game dann ist es eigentlich eh scheißegal ähm ja so warte ich muss mal das bild da drunter noch weg machen äh 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 ähm 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 bisschen größer kann es glaube ich noch sein so ja so ja und da kannst du eigentlich den ganzen scheiß hier weg machen den ganzen dreck so eigentlich kann man bis auf die augen und so kannst du eigentlich fast alles weg machen so das war zu viel schon wieder links von der vorlage kommen ja den bart kannst du eigentlich auch weg machen so dann das sieht schon mal einigermaßen okay aus und dann musst du noch so ein bisschen rumspielen mit der helligkeit dass das noch eine farbe ist mal autokontrast okay das war einmal nichts ähm farbtonsättigung so und dann guckst du dass das so ungefähr die gleiche farbe hat so guck mal das sieht doch schon gut aus guck mal das sieht gut aus und so lädst du den scheiß hoch und dann hast du eine sehr gute face texture von deinem wunderschönen Hackfressengesicht easy easy so und dann kann man das auf die homepage laden die da heißt keine ahnung keine ahnung keine ahnung .de ähm inhalte erstellen superstar nein online community inhalte äh bildmanager so verwende die bilder von der registerkarte lokal blablabla qrcode es gibt jetzt einen qrcode wie cool ist das oder war das schon immer so ähm verwende den qrcode warte mal die anleitung so da würde ich hin so die seite heißt dwe2k.com ok da gehst du drauf klickst auf upload image klickst auf deine wunderbare konsole die du hast musst du es noch miteinander vertitteln dass das passt so erledigt dann klickst du auf fressengesicht lädst deine dumme Hackfresse da rein das ist doch mal ein tutorial ok das bild konnte nicht hochgeladen werden warum das habe ich da schon wieder für scheiße gebaut hä ist doch richtig verstehe ich nicht face photo match muss ein jpeg oder ein png sein hä bist du dumm es ist ein jpeg das macht schon wieder gar keinen sinn einfach so dann probieren wir nochmal als png file ach das funktioniert wieder rassismus ok jetzt habe ich das hochgeladen jetzt kann ich hier zurück gehen und zack da ist das dumme Hackfressengesicht geil oder so habe ich das runtergeladen ist das jetzt da ja ist es herrlich aber so einfach ist das es ist wirklich cool gemacht das gibt es schon ein paar paar Jahre in dem spiel aber es ist wirklich geil einfach es ist wirklich eine coole eine coole sache einfach und da kannst du dann auch einfach alles reinballern dein ganzes Leben kannst du da rein schichten so da ist der hübsche Wichser look at this und dann musst du hier ein bisschen den da drüber ziehen dass das auch irgendwo mal ein bisschen passt von der Fresse her von Fressen wegen und so her da guck mich mal richtig an ihr Junge gucke doch mal ein bisschen freundlicher ach du scheiße ich sehe schon das wird das wird nichts so ungefähr und dann musst du das nochmal richtig tütteln das ist auch mal ne scheiße ination rotation bisschen vielleicht sichtbereich das passt das passt das kann noch ein bisschen runtergesetzt werden das können noch ein bisschen zurück gesetzt werden und das kann noch ein bisschen dahin gesetzt wird das kann noch ein bisschen dahin gesetzt werden So, gucke mal, jetzt sieht das doch schon fast noch was aus. So, das Auge, hier stimmt ja nichts einfach in deinem Gesicht, die Junge. Was hast du denn gemacht hier? Deine ganze Hackfresse, das ist ja hier nichts einfach. Du rennst ja rum wie der letzte Verseuchte. So. Zack. Zack, das passt. Ne? So, jetzt machen wir noch das Auge hier. Ups. Das ist wirklich immer mal scheiße. Aber es ist cool, dass es geht. So. Zack. Herrlich. Herrlicher Typ. Warte, hier drüben gefällt mir was nicht. Was war das da? So. Sieht doch jetzt schon gut aus, oder nicht? Okay. Einfach ein absolut hässliches Stück Scheiße. Das lassen wir so. Hautfarbe angleichen. Sieht eigentlich schon gut aus. Kann ich nicht mal hier ein bisschen Asyl kriegen? Ne, geht. So, gut. Guck mal. Top. Können wir so lassen. Alter, voll aggressiv einfach. So, Statur, Größe, 1,75, Gewicht. Wie bewege ich ihn jetzt? Genau. So, was in dem Dreh hier. Wie sieht mein Body aus? So, es sieht schon so aus eigentlich. So eigentlich. Gefühlt ist es so. Gefühlt sich so aus. So vielleicht, oder? Ich glaube, damit kann ich nicht mehr leben. So. Dann Kleidung hat er. Ich will aber... Das ist halt so dumm, dass man halt nicht einfach die Haare und das Gesicht erst mal machen kann. Und dann erst den Rest. Weil das Aussehen mit den Haaren und Bart hier ist. Bei den Klamotten. Das finde ich jedes Mal super verwirrend. Scheiße, ich muss die Nase noch ein bisschen auseinanderziehen. So, aber an sich sind die Haare schon nicht so verkehrt. Zumindest am Showtag habe ich die auch immer so. Zumindest abrasiert an den Seiten. So habe ich sie bald. So noch nicht. Das ist auch bald. Das sieht richtig gut aus. So habe ich sie leider nicht. Das ist auch die Zukunft. So hätte ich sie gerne. Nee. Nee. Ja, auch schön. Deine Facecam sitzt ja wie die Faust aufs Auge. Soll ich sie ein Stück höher schieben oder sowas? Die Info ist jetzt etwas unpräzise, muss ich sagen. Aber ich kann sie auch gerne woanders hinschieben. Es ist aber, ja doch jetzt eigentlich für die Nicht-Matches kann ich die auch hier hoch machen. So, das finde ich auch ganz nice. Aber habe ich so meine Haare so lange eigentlich nicht? Aber das sieht auch schon ganz cool aus. Das wäre zu lang. So hatte ich die früher übrigens, vor einem Jahr ungefähr. So hätte ich sie auch gerne. So habe ich sie auch bald. Wie gerne hätte ich so lange Haare, ey. Guck mal, das wäre einfach... Wie lustig wäre. Oh, guck mal, das ist doch... Ah, weiß ich nicht. Ja? Okay. Ich glaube, da sind wir schon recht nah dabei. Scheiße, es gibt viel zu viele, sehe ich gerade. Aber ich glaube... Ich glaube, hiermit bin ich schon recht zufrieden. Ich glaube, das geht schon fit. Farbe. Aber vielleicht noch ein bisschen heller das Ganze. So. Ich glaube, da... Da bin ich ja bei. So, Auge links habe ich, Auge rechts habe ich auch eins. Gesichtsbehaarung, Schnurrbart, Kinnbart, Koteletten, Vollbart. So, gucken wir erstmal hier. Also, dass ich jemals in diesen... Dass ich jemals in diesen Modus reingehe. Ist für mich einfach so schön. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das wäre auch geil. Guck mal, wie gut das aussieht. Er ist nicht lang genug, aber es sieht einfach gut aus. So, oder? Schon ein bisschen. Ich glaube, das finde ich jetzt schon mal nicht so scheiße. Ja. Warte, ich habe ein großes Facecam-Bild. Irgendwo. Die Mucke können wir sogar theoretisch anders. Bin ich schon eigentlich... Das finde ich schon ganz cool. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu lang. Das wäre schön. Oh, das finde ich auch okay. Das sind so Kotelettenfäder, aber die kann ich auch noch dran machen. Geht das klar? Ach, so sieht es gerade aus. Nur vielleicht auch ein bisschen kürzer. Wird es denn hier jemals eine Actionfigur geben? Äh. Hoffe ich. Irgendwann. Wenn die einer machen will. Kostet nur halt einfach ein Arsch voll Geld. Das vielleicht? Das könnte was sein, oder? Sogar meiner Gesichtstextur noch ein bisschen mehr Bart an den Seiten dran. Was ist auch ein bisschen vertüttelt. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich da vielleicht noch was... Wissen Sie, ich kann da noch was dran bauen. Ja. Ja. Ja, guck mal. So was geht doch fit. So. Naja. Nicht schön, aber selten. Oberkörper. Oberkörper. Habe ich. Habe ich einen. Habe ich mal gehört. Ähm. Ja, meine Tattoos muss ich auch reinbauen. Aber kann ich nicht jetzt erstmal nur Teile da drüber machen? Ne, das ist ja im Aussehenbereich. Kleidung. Oberkörper. 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 Ein bisschen heller muss sein. Ja, mache ich gleich. So. Hand links. Immer links. So, ich brauche dieses Zwei-Farben-Ding. Äh. Eigentlich gab es mal was mit zwei Farben. Und das hier. Könnte es das sein? Farbe. Ne. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm. Ah, hier ist es. Farbe. Ja. So. Ich verwechsel das immer wieder. Oben schwarz, unten rot. Ja. Ich glaube, so ist es korrekt. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich im Backstage-Bereich stehe und das überlege. Wie ich immer meine Hände tape. Ich mache es jedes Mal, stehe ich da und denke so. Hä? Wieso mache ich das immer? Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, kopieren. Zack. Das erzählst du seit 2K12. Ja, es ist aber auch mal wieder neue Zuschauer da. Dann kann man das auch ruhig nochmal erzählen. So, seit neuestem habe ich übrigens neue Klamotten. Das heißt, ich habe keine Shorts mehr an. Hatte ich auch noch nie. Dafür habe ich nicht die Beine. So, ich habe sowas an. Und zwar einfach in Rot. Gut. Mit Nioppel. Als Vorlage würde ich das vielleicht nicht nehmen, oder? Das vielleicht als Vorlage nehmen. Ja, ist noch doof. Das könnte ich schon eher als Vorlage nehmen. Kann man deine Matches irgendwo sehen? Ja, auf unlimitedwrestling.de Kannst du alle meine Shorts gucken. Unter anderem auch meine Matches. Oder einfach auf meinem YouTube-Kanal. Und das mal so. Gibt es nicht einfach einen Standard-Dürtel ohne Beltbacke? Das wäre ja zumindest schon mal ein Anfang. Fast. Also, ich zeige euch mal meine Gear. Ich habe mich heute extra da reingetüttelt. So, das bin ich übrigens. Hübscher Typ. Sexy Boy. So, und das ist meine wundervolle Gear. Meine unglaublich schöne Gear. Hier ist das. So, das heißt, das müsste irgendwann mal daraus werden. Das werden wir heute nicht schaffen. Soll ich gleich. Aber, irgendwann. Irgendwann wird es das. Ich glaube, dann sind wir schon mit so was. Erstmal okay, oder? Oder nehmen wir doch erst mal das da. Vielleicht nehmen wir doch erst mal das. Oder das daneben. Da hast du schon einen kacken Streifen da drauf. Der ist scheiße. Der wird mir doch zu verängniswert werden. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Auch schön. Na gut, dann nehmen wir das mit dem Dings. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Oder nehmen wir das? Ja, okay. Wir nehmen das. Material, Stoff. Ich habe halt so einen Glitzerstoff jetzt an. Der ist halt übelst geil. Der glitzert so schön. Plastik. Leder. Glitter. Ja. Eigentlich schon. Eigentlich ist das so ein Glitzerding. Ich weiß nicht, ob man das gut nachtütteln kann hier im Spiel. Ob das so auch sichtbar ist. Können wir mal gucken, ob es so ist. So, das ist schon eher so was. Und das ist eigentlich auch scheißegal. Farbe. Tja, siehst du, da haben wir schon mal das Problem, dass durch die Glitterscheiße nämlich das Rot gar nicht als Rot ist. Schon Kacke. Also können wir es nicht so glittern lassen. Leuchten. Geil. Hä, warum ist das denn? Was ist denn das wieder für ein Bug? Wieso ist denn das gelb? Hä? Hä? Okay. Ich bin jetzt aber nicht farbenblind geworden, oder? Alle Farben funktionieren nur Rot nicht, oder was? Wieso ist Rot denn Gelb? Was ist denn da los? Aber so ein Pink und so, das geht alles. Das ist kein Thema. Aber es gibt kein Rot. Was ist denn da los? Was? Was ist denn da los? Oh, ich drehe durch. Warum? Das ist doch ein Bug, oder nicht? Warte, dann mache ich das erst mal Rot. Das ist Schwarz. Das ist Rot. So, Braun Strowman Rot. Gut. Jetzt machen wir mal das Material von der Hose in Glitzer. So, naja. Ist jetzt nicht so, dass es nicht ganz passt. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, aber eigentlich ist es so. So, ich mache es mal ein bisschen dunkler. Geht. So, jetzt mache ich da irgendwie... Ich weiß aber nicht, ob es das Design gibt. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen. Ich mache das jetzt nur mal pro forma hier. Ich mache jetzt hier nicht... Nicht wirklich... Alles so, wie es ist. Ich gehe nur mal kurz durch. Soll ich mich da drin lassen? Die rotgeile Sache. Sind ja eigentlich Schlamm in meiner Hose. Ich hatte auch mal diese Flammen als Vorlage. Die hätte ich auch hochladen können, aber ich habe sie jetzt vorm Stream nicht gefunden. Deswegen ist das auch ein bisschen doof. Guck mal, hier sind auch Flammen, aber nicht so eine Flammen. Erstellte Bilder. Okay, dann muss ich gucken, wie ich es mache. Dann werde ich das irgendwie machen. Aufnähen. Was ist denn aufnähen? Nähmuster. Ah, okay. Ja, das ist auch für ein Arsch. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Dann kommen wir erstmal knieschonen drauf. Da hat Nido den Schneider geschickt. Das ja, also das werde ich auch so machen. Äh. Wie ist da ein R drauf? Könnte ich das nicht als gewöhnlich machen? Aber die sind so groß. Jo, das gefällt mir. Das nehmen wir. Verlose mal deine Hose. Die Hose, die Hose alleine hat 400 Euro oder so gekostet. Ich glaube nicht, dass ich die verlose. Diese Hose. Meine ganze Gier hat um die 1000 Euro gekostet. Also, äh, ja. Das ist vielleicht nicht die klügste Idee, sowas zu verlosen. Erstellte Bilder. Ich hatte... Ich kann wahrscheinlich diesen Play-Button... Gibt es den? Wahrscheinlich nicht. Weil so ein Play-Logo ist ja vielleicht irgendein Like. Äh, hätte ja auch sein können, dass das einfach im Spiel ist, sowas. Nein, mein Bruder ist nicht mehr im Ring aktiv. Komm hier. Gibt es ein bisschen kleinerer nach hinten schieben, wenn die Bilder auch sehen? So. Aber ich werde eh nicht komplett durchziehen. Ich mache das jetzt nur mal grob. Das Gute ist, dass Eddies Schuhe immer hier drin sind. Kann man das immer nutzen. Das sieht auch so geil aus. Cool. Wir brauchen Eddy Boots. Fast. Aber das sind nur die Knick-Pads. Knick-Pads. Ich will aber normale Boots haben. Gibt mir Boots. Gibt mir Boots. Gibt mir einfach normale Boots. Alter, was ist denn da los? Alter, das gibt übrigens viele. W-Groß-Kurz-Schuhe. Wenn ihr seht, sagt mal Bescheid. Ich fahre mal von unten an. Schuhe, 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 Schuhe. Alter. Fast. Ah, da haben wir sie. So. Und Farbe ist rot. Ne, das ist schwarz. Und die Farbe ist dann rot. Ja, genau so. Ja, da haben wir sie schon. Ganz entspannt. So. Naja, fast. Ich sehe mich auf jeden Fall da drin. Also ich sehe mich da richtig hart. Da sehe ich mich. So. Okay. Ja. Mal Gesicht noch ein bisschen was umschieben hier. Gesichtstextur. Ne, ne, ne. Zurück. Äh. Portrait scannen. Ich will nicht nochmal drauf scannen. Ich will... Ich will nicht... Nicht noch... Hä? Ich will es bearbeiten. Gesichtspornlage. Okay, das hätte ich vorher sehen sollen. Ähm. Ähm. Gesichtsverformung. Gesichtsbereich. Ja, okay. Wir kommen hin. Ich glaube aber, das ist... Doch, doch, doch. Da passt. Und dann hier auch noch so ein Stück rüber. Oder sind das gar nicht meine... Asenloch... ...Geschichten. ...Geschichten. Doch eigentlich schon, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie sehe ich eigentlich... Wer bin ich überhaupt? Aber der Rest passt, glaube ich. Aber so, finde ich, sieht das... ...schon besser aus... ...als das, wenn jetzt Haare dazukommen. Oder? Ich finde, es sieht jetzt gar nicht mehr nach mir aus. Mit den Haaren und so. Also mit den Haaren vielleicht, aber mit dem Bart irgendwie gar nicht. Dein Bart und deine Haare müssen ein wenig heller, findest du nicht? Ich glaube sogar nicht nur ein wenig, sondern richtig krass. Ähm. Ich habe gedacht, ich habe den perfekten Bart gefunden, aber jetzt merke ich irgendwie... ...nee. Ich bin doch noch nicht so zufrieden. Ähm. So, oder was? So. Ich glaube, die Augenbrauen muss ich wegmachen. Weil dadurch bleiben nämlich nur meine Original-Augenbrauen vom Bild über. Und das ist auch gut. Ähm. Das müsste man eigentlich doch beim... ...barm Bart auch machen. Vielleicht hätte ich bei meinem Photoshop-Dings einfach... ...die Barthaare dranlassen sollen. Ich hätte ja einfach eine Glatze. Ja, das finde ich auch gut. ... ...Farbe. So, oder was? Aber soplant bin ich doch gar nicht. die Frisur passt leider überhaupt nicht. So, dann merkt euch mal die, falls wir da noch mal hin müssen. Gehen wir noch mal ein bisschen durch. Die passt. Die hier auch schön teißen geht einfach. Dann kommt vielleicht doch noch ein bisschen was passenderes. Das hier, ja, ich glaube die hatte ich auch sonst immer, die ist auf jeden Fall besser. Aber so dunkel sind meine Haare doch viel dunkler. Ich finde auch irgendwie die sind viel brauner. Und ist das Rassismus? Ja, soll es auch sein. So vielleicht. Ja, finde ich schon besser. Immer noch nicht perfekt, aber ist schon besser auf jeden Fall. Filmen wir doch noch mal einen anderen Bart, der noch ein bisschen besser passt. Die Bärte sehen so gut aus einfach. So hatte ich das glaube ich im letzten Spiel. Guck mal so, so sieht es doch schon eher leider aus. Aber eigentlich auch nicht. Aber ich glaube da kommen wir doch schon eher an die Situation, die wir brauchen. Aber das ist wieder zu kurz. Aber eigentlich vor einer Show werde ich das eh wieder so kurz machen. Also so wie ich es jetzt habe, würde ich ja nicht zu einer Show fahren. Dann wahrscheinlich eher so. Aber so sehe ich auch nicht aus einfach. Ich finde, ich sehe so nicht aus. Alter kann es sein, dass es gleich 0 Uhr ist. Holy shit. So ist schon besser. Aber die Kotletten sind mir zu krass. Jason Massacre. Frisches Crimes hat keiner. Dankeschön. Ah. Ja, nee. Dazwischen ist halt zu viel. Ich glaube ich baue mir auch was zusammen. Aber das ist hier einfach zu lang. Ich lasse es jetzt so. Ich lasse es jetzt so. So mache die Farbe. Aber so? Doch, eigentlich schon. Wenn ich jetzt auf mein Facecam Bild gucke. Aber dennoch finde ich, ich sehe so nicht aus. Also auch wenn es ungefähr passt. Aber ich erkenne mich da jetzt noch nicht so krass drin. Wahrscheinlich einfach nur, weil die Tattoos nicht passen. Wahrscheinlich ist es deswegen. Die Kopfhorm stimmt halt 0. Stimmt die Kopfhorm ist das scheiß Problem. Äh. Oh mein Handy. Gesicht. Ähm. Ne, das nicht. Gesichtspartien. Gesichtsverformung. Gesichtsbereich. Kann ich eben noch den ganzen Kopf anpassen? Ja. Aber habe ich nicht dieses scheiß Bild von meiner Fresse? Was ich jetzt einfach direkt da drüber legen kann? Oh. Das ist zu groß mal wieder. Oh Mann. Wozu bin ich ein Streamer und habe hier mein Streamingprogramm, wo ich das alles rein tütteln kann? Muss ja auch irgendeinen Vorteil haben. So. Okay. Da sehen wir auf jeden Fall schon, da sehen wir auf jeden Fall schon, wo der Ärmste auf dem Bild. Dass mein Gesicht viel schmaler ist. Wo wir alle immer sagen, dein Gesicht ist verdick geworden. Aber scheint ja nicht so zu sein. So. Ich schiebe das jetzt mal komplett ran. An die Seite da. So. So oder was? Der Kopf ist rund, mehr oval. Mal. Der Kopf ist rund, mehr oval. Aber wenn ich den jetzt mal auf die Größe von dem was ihr jetzt seht habt. So. Das ist ja jetzt schon nicht komplett, kompletter Müll. Aber die Birne oben, die muss doch noch anders sein. Also doch noch mehr rein. Mehr Eier kopfförmig. Mehr Eier. Ich sag's euch. Einfach mehr Eier. Ich seh aber auch manchmal die blauen Pünktchen da nicht. So. 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 So kommen wir doch langsam, oder? So. 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 Wir gucken nochmal. Aber es ist trotzdem immer noch, der Bart ist einfach zu viel des Guten. das ist zwar mein Kopf schmaler, aber dennoch irgendwie hat das in 2K22 besser hingehauen. so. Ja, finde ich auch. 2K22 sah das deutlich besser aus. Wie ist die Nase viel breiter jetzt? Ich war's doch nicht so klug, die Nase so weit auseinander zu ziehen. Gesichtsstruktur. Boah, da kann man ja theoretisch auch noch was drum herum drehen. Aber da bin ich immer zu blöd für. Also dann machen wir mal die Nase auch nochmal ein bisschen schmaler hier. Ja. Doch, ich glaub das war schon mal ein guter Ansatz. Ja doch, das war glaub ich schon besser. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Man konnte aber glaube ich auch irgendwo diesen ganzen Part jetzt verschieben. Genau hier. Warte mal. Kann ich irgendwie mein Bild durchsichtiger machen? Filter. Ähm. Farbkorrektur. Deckkraft. Aha. So, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal ganz genau auf, was jetzt hier passiert. Jetzt machst du mal ganz vorsichtig hier. Okay, das ist überhaupt nicht abzusehen, was hier jetzt passiert. Ich verstehe gar nichts. Boah, das ist super schwierig. Ja, auf dich zu bewegen, Junge. So, also die Augenbrauen müssen... Alter, ich verstehe mein eigenes Bild nicht. Hä? Was ist denn jetzt hier was überhaupt? So, warte, ich setze das mal auf die Augen. So. Okay. Aber es ist gar nicht so schlecht, guck mal. So. Ähm. So. Augenbrauen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo das richtige Bild ist. Und wo das falsche Bild ist. Ich komme einfach nicht drauf klar. Okay, also ich glaube, die Augenbrauen müssen definitiv noch weiter runter. So. Und die Augen müssen auch noch weiter runter. Oh, warte, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Oh, ja. So, der... Ach, sie bewegt sich natürlich, das macht es nicht gerade einfacher. So. So. Der Mund passt eigentlich schon ganz gut. Ähm. So. Okay. Das ist komplizierter, als ich es gerne hätte. Ich versuche jetzt mal den Kopf super klein zu machen. Aber ich bin schon an der kleinsten Größe, die es irgendwie geht. Aber hier unten, finde ich, geht es eigentlich. Es ist einfach schwierig. So, ich schiebe ihn mal wieder raus, guck mal, wie er jetzt aussieht. Um Gottes Willen, der hat ja einen vollen Treffer, der Junge. Alter. Da stimmt ja ja auch nichts mehr. Richtig Boy, die unten in die Fresse hauen einfach. Der hat voll einen auf die 12 gekriegt. Ja, so passiert das, wenn man Matches macht. So. Guck mal. Mach das Originalbild auf das linke Bild. Was? Wo du das einstellst. Hä? Ähm. So. Wir machen jetzt das nochmal. Der Bart ist das scheiß Problem. Ich glaube, der Bart ist das Problem. Ich mache den Bart mal komplett weg. Ich glaube, wir kriegen es nicht hin, oder? Aber. Ich habe halt auch einen richtigen Scheiß Bart einfach. Eigentlich das, weil ich halt hier drinnen nichts habe einfach. Das ist auch so dumm. Wer hat denn so einen Bart einfach? Richtig schlecht. Richtig gewollt und nicht gewollt. Ich glaube, nach dem Stream rasier ich mich erstmal. Schön die Eier rasieren. Frust. So. Warte mal. Hier sind wir doch schon gar nicht so schlecht. Jetzt kommen wir doch näher. Aber das sieht durch diese Farbe nicht mehr aus wie ein Bart. Das sieht aus wie dran gemalt. Diese Scheiße hier. Das sieht doch nicht aus wie ein Bart. Ich rasiere gleich den Bart so, damit es im Spiel passt. Einfach. Ich kriege das Spiel nicht wie real hin. Also rasiere ich mich real wie das im Spiel ist. Gibt es keinen Seitenbart. Koteletten heißt das. Seidenbart. Ich glaube ich mache jetzt, ich glaube ich baue den jetzt einfach zusammen. Ich glaube es wird nicht besser. Weil das da ist einfach nur Grütze. Ich glaube ich baue da jetzt einfach was. Im Endeffekt hat ja das Bild schon den original Bart. Da brauche ich also eigentlich nichts. Ich ändere gleich meine Photoshop Datei ey. Das ist ja hier auch alles scheiße einfach. Aber das sieht zumindest ein bisschen mehr aus. nach Gestrüpp. Gestrüppene Fresser. Ja. Das ist doch sehr nerv. So habe ich es ja eigentlich immer, wenn keiner hinguckt. Koteletten Vollbart. Aber wieso gibt es bei Vollbart nur Scheiße? Wenn das ja einfach kürzer wäre, dann wäre ich ja fast zufrieden einfach. nach. Aber es gibt es leider nicht in Kürzer. Sowas. In ein bisschen andere Farbe. Dann vielleicht noch ein Schnorri dazu. Um das ein bisschen dichter zu machen da. Wirklich. Was ist denn das hier? Digga! Wer kam auf die Idee Freunde? Was ist da los? Also wer hat sich da nicht getrautes Hitlerbärtchen durchzuziehen? Das ist mein gefühlter auf jeden Fall. Das sieht alles aus wie dran geschmiert. Einfach nur. So lasse ich das jetzt mir scheißegal. Das passt so. Oder? Es ist schon besser als vorher, glaube ich. Es ist auch nicht perfekt. Man erkennt die schon, aber Gesicht der Figur ist gerade noch an den Seiten. Der sieht komisch aus. Ja, aber jetzt ist es, glaube ich, schon mal ein bisschen besser. Aber es sieht einfach immer noch aus wie Scheiße. Naja, wir sind stets bemüht, okay? Wir müssen ja nicht alles heute machen. Aber der Anfang ist gemacht, okay? Falls jemand Bock hat, ich habe alles hochgeladen. Okay, einfach. Ich habe alles hochgeladen. Ihr könnt jederzeit einfach euch ransetzen und mich nachbauen. Kein Problem. Ich lasse euch gerne für mich arbeiten. Dann sollte das nicht das Problemchen sein. Ich bin aber doch jetzt eher der Meinung, dass ich meine Photoshop-Datei einfach so lasse, wie der Bart war. Damit das in der Photoshop-Datei gleich so drin ist. Ich glaube, das ist gar keine so dumme Idee. Warte mal, ich mache das nochmal an. Jetzt wird es völlig verwirrend hier. Mit der Anzeige hier. So, warte. Wir machen das nochmal. So. Jetzt mache ich aber alles und lass den Bart dran. Okay. Sofern es möglich ist. So. Zack, zack, zack. So. So. Gucken wir mal, ob das besser ist. oder ist ein versuch wert wäre ein versuch wert ist so zu probieren dann lade ich den scheiß hoch dann machen wir nochmal hier Farbkorrektur passen wir das noch ein bisschen an dass das hier auch passt oder was könnte man probieren wenn man die Barter was mit drin lassen um wir machen zwar spaßes halber um da an face photo upload ok dann muss ich den jetzt erstmal speichern wie er ist das zu speichern ja möchte ich noch ein Raw Games Match machen ach ich bin jetzt schon sechs Stunden online und so geheimt geheimt das Geld drunter nicht schlecht das ist schon gut das ist wirklich ein gutes Game ähm so machen wir das mal wieder aus upload no jo passt so dann laden wir den scheiß mal wieder runter und da ist er mit Bart und da ist er mit Bart nochmal ob das besser funktioniert soll ich den kopieren soll ich den kopieren na scheiß auf Gesicht Portrait Scan runtergeladen so neuer Versuch wir fangen zwar technisch gesehen jetzt wieder bei null an aber es wird hoffentlich besser so so äh 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 so im Gesichtsbereich das passt das passt runterziehen, auch runterziehen wir werden auch anscheißen hier die Kacke anschauen das mit der Nase, das sind schon die Nasenflügel da passt schon dann machen wir erstmal den Mundwinkel, der da ist der muss hier hin der Rest ist ok das kommt hier hin und das kommt ein Stück runter das macht überhaupt keinen Sinn so ne so sehr schön gut Nase da sind die Dings da sind die Außen so und so und hier nach oben ja passt so dann die Äuglein ähm so so jetzt ist das andere so hochgezogen so spiegeln zum anderen Auge macht das Sinn? ja fast ne aber aber keiner hat doch gleiche Augen einfach so passt 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 nicht schön passt irgendwie so okay ja ja jetzt jetzt im ganzen Kopf passt eigentlich auch erstmal so wie es vorhin schon war wenn ich das jetzt hier noch dem Bild angleiche so so und das hier wieder rein so ok so da ist jetzt ein bisschen in der Textur ist da jetzt ein bisschen schmoder dran es sieht schlimmer aus oder? kann das sein? es ist schlimmer geworden oder? ja ist es besser oder schlimmer? ich hab keine Ahnung jetzt müsste ich ja technisch gesehen den ganzen Bart weg machen weil der Bart ja jetzt schon im Bild ist aber ich glaube das passt dann auch wieder gar nicht naja so so ich finde es wird schlimmer äh was sagst du bisher 44 Monate Reset ähm ich find's gut ich find's sehr gut feines Spielchen auch wenn ich grad nicht klarkomme mit meinem eigenen Chor der sieht auch jetzt auch mit ohne Bart sieht der noch weniger aus wie ich finde ich es ist schlimmer geworden definitiv oder? ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung am besten ich trage demnächst aber eine Maske die Augen sind irgendwie doppelt seitdem du neue Vorlage draufgelegt hast äh also irgendwie waren deine Augen auf dem Augenlidern wenn du verstehst was ich meine ja aber das ist immer so da kannst du nichts machen das macht auch den Unterschied nicht groß es sieht trotzdem irgendwie nicht aus wie ich oder? aber es liegt nur am verfickten Bart Alter das kann doch wohl nicht wahr sein dass es nicht klappt ich rasiere mich gleich wirklich es passiert ich werde nach dem Stream mich komplett rasieren weil das wäre es nur in Kürze einfach oder ich muss warten bis ich da bin und dann haben wir es auch das ist auch von der Farbe einfach was ist denn das überhaupt für eine Farbe? ich lass das jetzt einfach so mir ist scheiß egal dann lass ich halt wachsen meine Fresse oder sieht es so schlechter aus als vorher? ich glaub es ist schlechter vorher besser vorher besser ich glaub ich auch gut also wieder zurück zurück zum Anfang anfangen so das nehmen wir jetzt einfach ich hab da mal eine tolle Entrancejacke gesehen ich hab da mal eine tolle Entrancejacke gesehen das ist einfach irgendwie eine andere einigermaßen cool Jacke genommen aber ich glaub das wird hier wohl nix ja sowas hier nur ohne Ärmel wär ja schon mal ein Anfang naja egal wir machen ja sowieso ich mach das ganze dann noch richtig mit den ganzen mit den richtigen Klamotten und so weiter wir machen das dann auch richtig richtig und dann sieht das auch anständig aus bisher ist es ja alles erstmal nur so Platzhalter mäßig irgendwas ja das ist doch schon mal ein Anfang hier fast meine Jacke ist glaub ich andersrum von der Farbe her ist hauptsächlich glaub ich rot und die zweiten Farben sind zu schwarz und so und das ist ja eher Gold und so quasi ne mal auf ganz ungefähr auf ungefährte Basis gebaut und das schöne ist dass sie auch so glitzert wie der Rest meiner Gear ja ich glaube sowas könnte das sein oder jetzt muss ich selbst erstmal gucken ich bin hier schon wieder viel zu lange mit beschäftigt ne doch nicht ist ja umgekehrt ähm also das Bild ist groß Achtung okay ich hätte vielleicht sagen sollen das Bild ist riesig ähm ähm so doch mehr schwarz als rot war ja doch hat schon gut was damit oder ist schon nicht komplett falsch nur dass das jetzt jetzt andersrum ist das Material das hier ist nämlich normal ups und das hier ist nämlich dieses Glitzerkram und dann muss ich die Farbe von dem Hauptteil nochmal auf richtig schwarz jetzt guck mal so so ist doch es ist schon mal ein Anfang okay der Anfang ist gemacht äh wie kann man Tattoo auf die Hose machen ich weiß nicht ob du deine Hose tätowierst aber ich weiß was du meinst äh so Bilder auf die Hose und so ähm du musst halt also hast du die Bilder schon hochgeladen und wieder runtergeladen weil ansonsten kommst du erstmal nicht so weit ähm ähm das muss also erstmal gemacht werden und dann den rot ist ganz anders auch heller jaaa ja hast du recht ja du hast recht aber es ist ja jetzt eh bloß erstmal Platzhalter mal ganz entspannt ich mach das alles noch ich versuche noch die Originaldinger zu kriegen diese das Tribalding also diese Flammen zum Beispiel da kriege ich das Originale hin also das finde ich ähm und ähm ja und ähm wenn ich die Flammen drauf habe dann ist ja eigentlich schon mal das meiste gemacht so den YouTube Button zu machen ist ja auch nicht das Problem und den Play Button und das Like Ding hab ich glaube ich sogar auch als 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 PNG JPEG wie auch immer ich glaub das hätte ich auch im Angebot ich hab alles irgendwo auf meinem PC aber ich bin ein Messy einfach was mein PC angeht ich finde nix ich hab alles irgendwo da aber wo genau keine Chance ähm ok krass ich hab einmal noch 389 Zuschauer um die Uhrzeit richtig nice ähm ja ich muss mal gucken ob ich das alles noch irgendwie zusammengefremelt finde ähm das hier ist auf jeden Fall meine Gear als gemalte Dings so wie sie im Ansatz war ähm ja gucken wir mal kriegen wir schon alles irgendwie hin irgendwie kriegen wir das da schon hin ich weiß noch nicht ganz wie aber irgendwie werden wir das schon machen ne so ok also das dauert noch ein bisschen ich wollte eigentlich gar nicht so lange stream übrigens ähm 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 so speichern ja speichern kannst du mir sagen wie das geht du du musst geh mal hier auf Online Inhalte dann gehst du auf Bild Manager und dann drückst du mal auf die Select Taste da hast du eine Schritt für Schritt Anleitung wie das funktioniert mit den Bildern wie das funktioniert mit den Bildern ansonsten YouTube einfach Tutorial hochladen 2K Bilder eigene Bilder Hyperphysel danke für die 44 Monate Re-Sub ähm das ist es auch ähm so so es ist 0.20 Alter ich glaube das reicht erstmal oder es war schön dass alle noch so schön hier am folgen sind und wir jetzt 500 Subs geknackt haben das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt aber ich glaube es reicht für heute ähm ich weiß noch nicht wann ich den nächsten Stream mache ähm ich werde dann auf jeden Fall für den nächsten ein bisschen was vorbereiten dass ich das alles denn schon habe ähm vielleicht kriegen wir das hin und dann zocken wir auch Raw Games und so weiter ne aber ich glaube jetzt reicht es erstmal ähm wir sind alle müde wir wollen alle ins Bettchen äh wir wollen alle noch den ein oder anderen ähm Schmuddel Film gucken und äh ja dann äh würde ich sagen passt mir das erstmal sehr gut es war ein wundervoller Stream wir hatten äh super viele Leute hier am Start was echt äh wieder sehr schön ist ähm achtet mir auf jeden Fall auf WrestleMania denn an beiden Tagen streame ich die komplette WrestleMania Zeit gucken mit euch zusammen die Shows und vorher werde ich 4 Stunden 5 Stunden lang die Matches für den jeweiligen Tag hier in dem WWE Spiel zocken das heißt die beiden WrestleMania Tage ist hier Stream Pflicht okay ähm da wird die ganze Zeit 2K23 gezockt äh wir gucken die Show dann den nächsten Tag wieder 2K23 und wieder Show gucken ne das wird absolut krank wir werden bis dahin natürlich auch nochmal 2K23 zocken kein Problem aber ähm für heute soll es das erstmal gewesen sein vielen Dank fürs Folgen äh vielen Dank für äh das Donaten der gute Mr. Luke und Snickers meine beiden Haupt Supporter und natürlich auch alle anderen ähm wir sehen uns im nächsten Stream der wird äh denke ich mal spontan sein ähm ja schauen wir uns das mal an und das Spiel ist gut das ist schön weil ich muss es eine Weile spielen äh deswegen äh gönnt euch das auf jeden Fall am Freitag kommt das Spiel ja auch nochmal an sich raus vielleicht zock ich Freitag ich bin Freitag komplett gar nicht da war auch schön ähm naja wir kriegen das schon irgendwie hin ich sage mal so wir sehen uns ok also folgt falls ihr so nicht gemacht habt und ansonsten ähm findet ihr alles auf Social Media ihr findet ähm bei mir auf Instagram alles was ihr braucht und ja wenn ihr äh noch nichts vor habt oder echtes Wrestling gutes Wrestling in Deutschland sehen möchtet dann kommt auf jeden Fall zu Unlimited Wrestling äh axial Beste Shows hier in Deutschland äh natürlich und ähm ja kauft euch Tickets dafür dann seht ihr das auch live vor Ort und dann ähm ja freue ich mich auf euch wir sehen, haut rein Gute Nacht und Tschüss